Selbstmord Laut Wörterbuch hat es die Bedeutung, sein Leben vorzeitig aus eigenem Willen zu beenden. Persönlich glaube ich, dass ich nie auf den Gedanken kommen werde, so etwas zu tun. Es hat aber nichts mit Moral zu tun. Nein, dafür gibt es einen viel einfacheren Grund. Ich werde euch später davon erzählen. Jetzt aber ist es dieses Mädchen, das in den Tod springen will. Die dunkelblaue Schleife der neuen Schüler flattert im Frühlingswind. Und genau hier teilt sich der Lauf der Geschichte in zwei Stränge. Im ersten Strang wird der Protagonist aktiv und greift so in die Handlung ein. Im zweiten Strang bleibt der Protagonist passiv und die Handlung läuft einfach weiter. Eigentlich neige ich eher zum zweiten Strang. Aber damals habe ich mich aus irgendeinem Grund für den ersten Strang entschieden. Hey! Hör mal! Ich lasse jetzt mal weg, was ich damals gesagt habe. Auf jeden Fall darf jemand, der mit Brille so gut aussieht wie du! Nicht so jung sterben! Was ich da gesagt habe, war wirklich ernst gemeint. Aber als wenn das nicht schon reichen würde, ich musste natürlich noch einen draufsetzen. Im Ernst? Ich liebe Mädchen mit Brillen! Wie unpassend! Du bist... Tja, damit hast du wohl nicht gerechnet, was? Wäre es möglich, dass du dieses Schwert aus mir herausziehen könntest? Das wäre nett. Hey, was bist... Was bist du denn nur für einer? Das wollte ich dich... Auch gerade fragen. So haben Mirai Kuriyama und ich uns kennengelernt. Solch eine Geschichte, wenn man es überhaupt eine Geschichte nennen will, könnte auch an diesem Punkt wieder enden. Aber dann wäre die Welt um so viele Geschichten ärmer. Würdest du bitte diese Brille für mich aufsetzen? Das war's für mich. Ich will mir den Weg nachdenken. Ich will 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 den Weg nachdenken. Das ist ein Begegnung. Ich will die Erlebnisse, Bis zum nächsten Mal. 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 Hallo, Kuriyama-san, was machst du denn hier? Was ist das für ein Zufall? Ach, wirklich? Komischerweise häufen sich diese Zufälle. Wie unpassend. Was hast du hier zu suchen, sag mal? Tja, also... Putz du ruhig deine Brille, solange du willst. Ich warte auf eine gute Erklärung. Aber, aber, aber ich will dir doch gar nichts erklären. Deine Reaktion sagt mir aber was anderes. Das kommt nur von deinen komischen Anschuldigungen, Senpai. Ich schlage vor, du hörst endlich damit auf. Wie du ja schon weißt, bin ich unsterblich. Und egal wie oft du mich auch durchbohrst oder mir riesige Wunden zufügst, du kannst mich nicht töten. Ich, ich, ich weiß gar nicht, wovon du redest. Du kannst noch nicht mal gut lügen. Allein in dieser Woche hast du mehrmals probiert, mich zu durchbohren. Eins, zwei, sechs, sieben... Da brauchst du mehr als zwei Hände. Mit dir stimmt was nicht, Senpai. Ich hab noch nie von Gimappen gehört, der von einem Jomo besessen ist und unzählige tödliche Angriffe überlebt. Ich hab's dir doch erklärt. Ich bin nicht von einem Jomo besessen, ich bin ein Halbjomo. Ich bin ein äußerst seltenes Exemplar. Ich bin das Kind eines Menschen und eines Jomo. Aber dann geht das doch völlig in Ordnung. Wieso denn? Egal wie oft ich dich durchbohre. Ich verletze dich ja nicht. Das mag schon sein, aber dennoch bin ich kein Kanonenfutter in einem Videospiel. Ungeachtet dessen bin ich eine Geisterkriegerin und du bist ein Jomo. Also sollten meine Handlungen überhaupt kein Problem darstellen. Nicht wahr? Und wie war's? So wie immer. Akihito. Was ist? Wenn du dich nicht anstrengst, wird dein Traum, dass ich dir am Tag unseres Schulabschlusses meine Liebe gestehe, nicht in Erfüllung gehen. Ach ja? Und du denkst, dass ich diesen Traum habe? Etwa nicht? Willst du mir lieber deine Liebe gestehen? Was soll denn das? Ich würde gerne wissen, wie du auf diese fixe Idee kommst. Oh, entschuldige bitte. Du bist ein treuloser Perverser, dem jede Recht ist, solange nur ihre Möpse groß genug sind. Ich schätze, daher gibt es auch keinen Grund für dich, auf mich fixiert zu sein. Wenn du nicht ganz schnell mit diesem Quatsch aufhörst, werde ich noch richtig sauer. Dafür kann ich nichts. Ich bin nun mal so. Tut mir leid, wenn du sauer wirst, aber ich bin einfach, wie ich bin und sage, was ich denke. Du sollst aufhören, so einen Mist zu sagen. Und wenn du dich einfach nach Herzenslust von ihr abstechen lässt? Kommt gar nicht in Frage. Ich bin vielleicht unsterblich, aber ich fühle trotzdem Schmerz. Heftige, sehr qualvolle Schmerzen. Wirklich? Ich dachte immer, für einen Masochisten sei so etwas das Größte. Nenn mich nicht Masochist, hörst du? Ich würde gern wissen, wieso sie so hartnäckig ist. Bist du tatsächlich so naiv? Gut, wenn ich raten müsste... Sie ist verliebt? Na klasse, ein Mädchen, dem jede Brille steht, muss ich ausgerechnet in mich verlieben. Womit habe ich das nur verdient? Dein perverser Größenwahn ist wirklich komplett außer Kontrolle geraten, was? Naja, jedenfalls. Na? Würde ich dir trotzdem raten, dass du dich von Mira Ikuryama fernhältst. Und wieso? Weil die Tochter der Nasse-Familie, die die Geisterkrieger in diesem Bezirk kontrolliert, es dir rät. Solltest du diesem Rat nicht folgen, wäre das dumm von dir. Du wirst wohl nie müde, was? Willst du mich heute auch wieder töten? Und du, Senpai, was hast du eigentlich hier so spät noch in der Schule zu suchen? Ich habe keine Lust, früher heimzugehen und mich von dir vor allen anderen angreifen zu lassen. Darüber mach dir keine Sorgen. Ich habe mich darum gekümmert, dass wir alleine sind. Danke, dass du so mitfühlend bist. Ich habe noch nie gesehen, wie jemand Blut manipuliert und daraus ein Schwert machen kann. Die anderen Geisterkrieger, die sehen uns als einen verfluchten Clan an und hassen und bekämpfen uns. Wieso das denn? Ich glaube, wir sind ihn einfach zu mächtig geworden. Seit die Geisterkrieger über übermenschliche Kräfte verfügen, beseitigen sie alle anderen Wesen, die ähnliche Kräfte besitzen wie sie. Aus diesem Grund wurde mein Clan eliminiert. Ich bin die einzige Überlebende. Eine tragische Geschichte. Ach, denkst du das wirklich? Ich glaube, sowas kommt ziemlich häufig vor. Komm schon, lass uns anfangen zu kämpfen. Na, wenn es sein muss. Aber eine Frage würde ich dir gerne noch stellen. Wieso bist du auf mich so fixiert? Es stimmt also. Hä? Wann? Wieso haust du denn jetzt ab? Ich hau nicht ab. Das ist nur ein praktischer Rückzug. Du hast mir schon oft genug bewiesen, dass ich dich im Kampf nicht besiegen kann. Das fasse ich doch nicht. Bleib stehen! Senpai! Ist sie noch da? Ja! Wo kommst du denn noch einmal her? Nimm das! Und das! Dein Begegnis, der Eimer kaputt! Ah! Ah! Meno! 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 Findest du nicht auch, dass wir das so ganz allmählich mal beenden sollten? Ist ja wie in einem Horrorfilm. Oh, es ist so dunkel. Das ist nur ein Eimer. Könnte es sein, dass du Hunger hast? Sam, Senpai! Ein Jomo. Ja. Weg da! Unser Schülerklub bieten wir außerdem Leichtathleten. Ach, so ein Mist. Tut mir echt leid, Kanbarakun. Sagst du bitte dem Reinigungsdienst Bescheid, dass sie das hier aufräumen sollen? Das hattest du doch sowieso vor, oder? Wir sehen uns! Wer war das denn jetzt? Shizuko Ninomiya. Wir nennen sie auch Nino-san. In dieser Gegend hier ist sie eine ziemlich berühmte Geisterkriegerin. Wirklich? Ehrlich? Du hast noch nie einen Jomo besiegt? Naja, noch nie stimmt nicht so ganz. Fast noch nie. Obwohl du eine Geisterkriegerin bist? Ich hab es dir doch erzählt. Mein Clan ist schon seit langem bei allen Geisterkriegern verhasst, weil wir in der Lage sind, Blut zu manipulieren. Deshalb weichen wir kämpfen gegen die Jomo aus. Wir wollen nicht, dass wir so entdeckt werden. Außerdem... Außerdem? Ach, nichts. Und weil du davon ausgegangen bist, dass ich ein Jomo bin, hast du mich kurz entschlossen angegriffen. Mhm. Dann hast du mir auch noch gesagt, dass du unverwundbar bist. Und dass du nicht stirbst, egal wie oft ich dich durchbohre. Und da ich es nicht gewohnt bin, irgendwelche Monster zu durchbohren, dachte ich mir... Moment. Ich bin für dich nichts weiter als ein Trainingsobjekt? Ja und wenn schon, es macht dir doch so oder so nichts aus. Das stimmt nicht. Diese Durchbohrerei geht mir ganz schön an die Nier. Ich hab dir doch gesagt, dass ich Schmerzen empfinde. Du hast keine Ahnung, wie weh das jedes Mal tut. Ich fühle mich total diskriminiert, wenn du das einfach so ignorierst. Jetzt weiß es das Ganze lokal. Das stimmt nicht. Es ist nämlich niemand hier, der uns zuhört. Und hier kommt auch schon ihr Essen. Ein weiterer Burrito sowie ein großer Teller mit Mole-Poblano und Schick-Pokane. Guten Appetit. Du hast noch mehr zu essen bestellt? Wie unpassend. Ich finde dein Verhalten unpassend. Ich bin nicht nur dein Trainingsobjekt, sondern ich muss dir auch noch dein Essen spendieren. Spendieren? Das haben wir doch so vereinbart. Ich greife dich heute nicht weiter an und im Gegenzug dafür spendierst du mir ein Essen. Heißt das etwa, dass du mich ab morgen wieder von Neuem attackieren wirst? Der Deal gilt nur für heute. Es ist wahr, dass die Jomo von den Menschen Besitz ergreifen und sie so töten. Aber mit den Kräften, die den Geisterkriegern zur Verfügung stehen, ist es leicht für sie, mit ihnen fertig zu werden. Auf jeden Fall ist es deutlich einfacher, sie zu töten als mich. Das weiß ich doch alles. Ach ja? Und was hält dich dann davon ab? Kuriyama-san! Danke für die Einladung zum Essen. Danke. Das weiß ich doch alles. Was ist nur mit ihr los? Vielen Dank. Guten Appetit. Canberra in der Mensa? Ja, das kommt vor. Aus welchem Grund verabredest du dich dann mit mir in der Mensa? Das klingt ja fast so, als wäre ich diejenige, die sich ansonsten immer im Clubraum verkriecht. Ist doch auch so. Na gut, du hast gewonnen. Ich will mich nicht streiten. Ich esse allein auf dem Klo und führe ein trauriges Schülerleben, in dem ich nur dich, meinen vertrauten Freund, mit meiner tragischen Geschichte quälen kann. Moment mal, irgendwie klingt das so, als wäre ich in deiner Story der Bemitleidenswerte. Schon gut, kommen wir zum Grund unseres Treffens. Können wir dieses Vorgeplänkel einfach mal weglassen? Ich wollte dir nur sagen, ich komme heute nicht zum Club. Du lässt mich hier echt antanzen, nur um mir das zu sagen? Ja, und alles, was ich ab jetzt sage, sage ich nur zu mir selbst. Verstehst du? Okay. Und ich erwarte, dass du einfach nur zuhörst. Was sagst du? Was denn nun? Ich höre! Die nasse Familie hat ein Auge auf Mirai Kuriyama geworfen. Warum? Seit Generationen ist der Älteste, der diese Gegend verwaltet, abweisend und konservativ. Und was soll das jetzt heißen? Gib dich ab sofort nicht mehr mit Mirai Kuriyama ab. Ungeachtet dieser Warnung wirst du dich erst recht mit ihr abgeben, oder? Ja, vielleicht. Hey, du weißt doch, ich bin unsterblich. Was soll mir also schon Schlimmes passieren? Genau das ist das Problem. Und? Was machen wir heute? Es gibt da was, das ich gerne mit dir bereden würde. Bitte mach 390 Yen. Oh, ich geb' ihn 500. Nanu? Das kann doch nicht... Tut mir wirklich sehr leid. Vergiss es, schon okay. Und was willst du mit mir bereden? Also, ich hab' mich gefragt, aus welchem Grund du wohl in diese Stadt gekommen bist. Aus keinem Besonderen. Warum fragst du? Um ehrlich zu sein, wurde mir geraten, dass... dass ich mich nicht mit dir abgeben soll. Kuriyama sa... Das liegt daran, weil mich alle hassen. Sowohl mein Blog als auch mein Twitter-Account ertrinken in Beleidigung. Wie schrecklich. Ja, schrecklich, nicht wahr? Moment, Moment, ich hab doch die Kommentare gemeint und nicht deine Posts. Ich werde dir ab sofort folgen. Bin schon ganz gespannt, was du postest. Zurück zum Thema, wieso bist du hergekommen? Oder gibt es wirklich keinen Grund? Nehmen wir mal an, es gebe einen. Glaubst du, ich würde ihn dir hier und jetzt verraten? Heißt das, es gibt wirklich einen Grund? Das ist eine Fangfrage, die beantworte ich nicht. Normalerweise ist man doch zu Haus. Sag mal, gibt es zufällig einen Grund, wieso du dein Essen nicht zu Hause essen magst? Wie kommst du darauf? Es gibt keinen Grund, sowas anzunehmen. Ist ja schon gut. Das war unpassend. Kannst du vielleicht deine Miete gerade nicht bezahlen? Diesen Monat hab ich brav gezahlt. Bist du ein Messi und kriegst deine Tür nicht mehr auf? Bei mir ist es aufgeräumt. Dann hast du einen Yomo bei dir zu Hause? Glaubst du etwa, dass so etwas möglich ist? Dass genau in der Wohnung, in die ich gezogen bin, zufällig auch ein Yomo-Haus? Ich verstehe. Man sagt, dass die Kräfte der Geisterkrieger auf die Yomo sehr anziehend wirken können. Hey, jetzt trenn doch nicht einfach weg! Wo willst du denn hin? Ich werde dir helfen, ihn zur Strecke zu bringen. Das ist neben dem Essen ein Extradienst von mir. Dann gewinnst du mehr Selbstvertrauen und musst mich nicht mehr ständig durchbohren. Ich will das nicht. Wieso denn nicht? Ich hab Angst. Angst davor, ihn zu töten. Dann solltest du keine Geisterkriegerin sein. Wenn das nur so einfach wäre. Wenn das so einfach wäre, hätte ich es schon längst sein gelassen! Ich hab es schon so oft versucht. Ich hab versucht, keine Geisterkriegerin mehr zu sein und keine Yomo mehr zur Strecke zu bringen. Ich wollte ein ganz normales Leben führen. Aber da ist dieses verfluchte Blut, das nun mal durch meine Adern fließt. Diese Kraft ist nicht normal. Ja. Genauso wie bei mir. Hä? Bitte warte kurz hier, ja? Stimmt was nicht? Ich weiß nicht. Irgendwie... Los, mach dich bereit. Kuyama-san! Er hat mir entwischt! Unter dir! Die Kolenkauer-san! Ah! 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 Das war's für heute. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Er hat sich verkrochen. Da ist er! Kuriyama-san! Hast du ihn? Ja. Nanu, er bewegt sich immer noch! Er flieht, Kuriyama-san! Kann ich ihn nicht einfach entkommen lassen? Nach so einem Kampf? Der kommt doch nicht mehr wieder. Der hat genug. Wenn du ihn jetzt fliehen lässt, kriegst du auch kein Geld. Ist mir egal. Ja, und wie willst du morgen dein Essen bezahlen? Und die Miete nächsten Monat? Das war unfassend! Ist er unter der Erde? Ja! 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 Und irgendwann haben wir zwei neces Estado für einen Fuß zusammengehalten! Beeil dich! Stich zu! Nein! Kuriyama-san, alles okay mit dir? Mir geht es gut. Mir ist nur schwindelig. Mir... Mir fehlt es an Blut. Lass es uns gleich morgen früh zu Ayaka-san bringen, okay? Ich hole dich ab und bring dich zu ihr. Ayaka? Wer ist das? Die offizielle Gutachterin des Geisterkriegerverbands. Sie kauft Yomu. Alle Geisterkrieger hier in der Gegend gehen... Du solltest jetzt besser gehen. Jetzt sind die Kräfte frei, die ich sonst immer unterdrücke. Wenn du damit in Berührung kommst, würdest selbst du verletzt. Aber... Blut ist doch Blut, oder? Hä? Gib mir deine Hand. Ich kann das auch allein. Ich weiß. Ich will mich bei dir bedanken. In der Wohnung vorhin hast du mich gerettet. Kuriyama-san, willst du nicht bei einem Club mitmachen? So viel Freizeit hab ich nicht. Wie wäre es mit dem Literaturclub? Wieso fragst du? Weil wir ein hübsches Mädchen mit Brille suchen. Das war unpassend. Weißt du, unser Club ist nicht gerade groß. Um ehrlich zu sein, sind wir nur zu zweit. Oh, die andere ist auch eine Geisterkriegerin. Sie kann dir also auch bei der Arbeit eine Hilfe sein. Nein, tut mir leid. Oh, wieso nicht? Weißt du, ich mag nicht so viel mit anderen Menschen zu tun haben. Oh. 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 Das ist unpassend. Ich finde, du bist unpassend. Hier ist es. Ein Kaffee? Nein. Ein Fotoladen? Ach, das ist nur Fassade. Oh. Kanbarasan, ich wünsche dir einen guten Morgen. Guten Morgen. Ist Ayakasan da? Nein, tut mir leid. Es war spät gestern. Sie schläft noch. Verstehe, ich hätte da einen Yomu, den sie begutachten soll. Du, Kanbarasan? Wie ungewöhnlich. Warum redest du mit dieser Yomu so, als wäre sie deine Freundin? Warte mal. Ist dir etwa nicht aufgefallen, dass sie eine Yomu ist? Das weiß ich doch, aber sie ist nicht unser Feind. Wie du siehst, ist sie wie ein ganz normaler Mensch. Ayakasan übrigens auch. Sie sind wie normale Menschen? Ja. Es gibt die verschiedensten Arten von Yomu. Und ich heiße Ai Shindo. Wie soll ich das verstehen? Ein Yomu begutachtet tote Yomu? Ja. Wir haben sogar eine offizielle Zertifizierung des Geisterkriegerverbands. Hier, sie selbst. Yomu begutachten? Also Yomu. Du bist nicht die Erste, die so überrascht reagiert. Das ist ja auch seltsam. Stell dir mal vor, Menschen würden andere Menschen begutachten. Du solltest nicht alle Yomu pauschal in einen Topf werfen. Wir sind völlig verschieden. Manche von uns sehen aus wie Insekten und manche sehen so aus wie wir. Ja, das ist so ähnlich wie bei den Säugetieren. Da gibt es auch die unterschiedlichsten Varianten. Menschen, Hunde, Schweine, Rinder. Alle sehen anders aus und doch sind es alles Säugetiere. Verstehe. So habe ich das noch nie gesehen. Schön, dann ist das ja jetzt geklärt, nicht wahr? Hey, was ist los? Stimmt was nicht? Akihito? Und wer ist das? Oh, kennt ihr euch noch nicht? Das ist... Das ist unanständig, Senpai! Wo kommst du denn auf einmal her? Du bist echt schräg. Ach, und du nicht? Du kennst sie doch, Mitsuki, oder? Mirai Kuriyama? Ach, das ist sie? Du existierst wirklich? Was soll das denn heißen? Nun, ich dachte, du hast sie dir nur ausgedacht. Ein hübsches Mädchen, dem Brillen stehen und das permanent niedliche Ausdrücke benutzt. Du bist doch so bemitleidenswert und kannst nur in der Flucht vor der Realität Bestätigung finden. In der realen Welt kommst du nicht klar. Beeindruckend, wie du mich ohne Luft zu holen dermaßen beleidigen kannst. Oh je, habe ich etwa was Falsches gesagt? Wie kommst du darauf? Mach Mirai nur lächerlich und beleidige mich weiter. Vielleicht hat sie ja wirklich recht. Wir sollten uns auf den Weg machen. Aicham, sind die Jomu in letzter Zeit irgendwie auffällig gewesen? Nein, eigentlich nicht. Was ist denn los? Wieso fragst du? Naja, in letzter Zeit waren einige von ihnen ungewöhnlich aggressiv. Mitsuki, hast du irgendwas mitgekriegt? Nein, interessiert mich auch nicht. Steckst du deine Nase wieder in Sachen, die dich nichts angehen? Hack bitte nicht immer auf mir rum. Oh, genau. Kuriyama-san. Äh, ja? Hast du dir mein Angebot von gestern nochmal überlegt? Weißt du, ich habe sie nämlich in unseren Literaturclub eingeladen, Probeweise. Du bist ja bisher noch in keinem Club. An der Schule gibt es nicht so viele Geisterkrieger und da du ja gerade erst hergezogen bist, dachte ich mir... Ich habe dir doch gesagt, dass ich kein Interesse habe. Äh. Akito? Hm? Du bist pervers. Wie kommst du denn darauf? Da ist sie ja. Schon wieder Udonen-Nudeln. Senpai! Ein Geschenk zum Essen. Ich, 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 ich brauche sowas nicht. Soll ich dir helfen? Ja, danke. Das ist nett von dir. Aber das nimmst du zurück. Geht nicht. Ich habe beide Hände voll. Aber ich will das nicht. Ist der Literaturclub denn wirklich so schlimm? Und sag schon, hast du es gemacht? Erzähl, wie es war. Hat Spaß gemacht. Hm. Da kann man einfach nichts machen. Hm. Das ist ja mal wieder typisch. Hiromi! Jetzt sei mal nicht so unhöflich. Ich bin dein Senpai. Hm. Du hast neulich vergessen, um die Schule herum einen Schutzwall zu ziehen. Deinetwegen mussten wir den Reinigungsdienst rufen. Habe ich etwa gesagt, dass der Schutzwall ständig vorhanden ist? Die Schule zu beschützen gehört nicht zu meinen Pflichten. Ich würde dir gern eine Frage stellen. Dachte ich mir. Sonst hättest du mich auch nicht hier oben gestört, oder, Aki? Willst du wirklich wissen, warum ich keine Lust habe, mich mit dir zu treffen? Vielleicht, weil Geisterkrieger und Jomo keine gute Mischung ergeben? Weil der Spitzname, den du mir verpasst, das dich nach einem gescheiterten Popsternchen anhört. Musst du deswegen gleich laut werden, Aki? Dein Spitzname scheint dir Kraft zu geben. Du musst nur deinen Mund aufmachen und schon bereue ich dich überhaupt aufgesucht zu haben. Und? Was willst du jetzt wissen? Gestern bin ich auf einen extrem aggressiven Jomo gestoßen. Weißt du, was da vor sich geht? Steckst du deine Nase wieder in Sachen, die dich nichts angehen? Und wenn schon? Ich werde dich nicht angreifen, Aki. Als Gegenleistung verlange ich, dass du niemandem helfen darfst. So haben wir es damals vereinbart. Das war keine Vereinbarung, sondern ein Deal. Für den Waffenstillstand. Hiromi. Was ist denn, Aki? Was machst du da? Nichts, ich habe nur kalte Hände. Deine Talie ist wirklich bemerkenswert, Aki. Hör auf! Nun flipp nicht gleich aus, bloß weil ein Mann seine Hände um deine Talie legt. Tu ich aber! Was ist? Ich weiß doch nur die Reinheit und Wärme deiner Talie zu schätzen. Hör sofort mit diesem Gesäusel auf und beantworte mir gefälligst meine Frage. Was? Du willst wissen, wieso du bei den Mädels nicht landen kannst? Das will ich auch wissen, aber nicht jetzt. Es geht um die Jomo. Warum willst du das wissen? Hat dich Mitsuki geschickt? Nein, darauf bin ich selber gekommen. Wenn das so ist, gibt es keinen Grund, dich einzuweihen. Das heißt, du weißt ganz genau, was hier vor sich geht, ja? In der Schule ist sie nicht. 20.000 Yen? Ernsthaft? Ja, das ist mein letztes Angebot. Oh, Kanbarakun. Hallo. Ach nein, du schon wieder? Hast du das gehört? Ich streng mich an wie eine Irre und bekomme nur 20.000 Yen. Hör auf zu lügen. Wir wissen doch beide, dass der Jomo nicht aggressiv gewesen ist. Ach ja? Er hat mich erbarmungslos angegriffen. Hm. Seltsam. Das sollte eigentlich nicht vorkommen. So ein Mist. Hi. Ja, ja, tut mir leid. Ich gehe nur kurz nach Hause und ziehe mich um. Rät kein Mist. Welche Hildin geht denn in Wollunterwäsche auf eine Blind-Date-Party? Sie kann es einfach nicht lassen. Ist bei dir zufällig ein Mädchen namens Kuriyama-san? Kuriyama-san? Ach so. Die Sache, wegen der mich Ai angemählt hat. Nein, die ist nicht hier. Verstehe. Sag mal, hast du eigentlich den Bannkreis erneuert, damit die Menschen nichts wahrnehmen? Ja, der Alte war schon ziemlich schwach. Aber jetzt ist er wieder auf einem Level, bei dem die normalen Geisterkrieger ihn sehen müssten. Ich nur wüsste, inwieweit sie normal ist. Wenn ich es richtig verstanden habe, liegt irgendwo dort oben auf dem Hügel das Anwesen der Nasse-Familie. Ja, man sagt, es sei wahnsinnig groß. Kann ich euch beiden irgendwie helfen? Nein, alles okay. Auf Wiedersehen. Was soll ich nur tun? Ich finde ihn nicht. Dabei muss der Laden doch hier irgendwo sein. Kuriyama-san? Ja! Du bist es, Senpai. Los, komm mit. Ja. Ähm, was ist? Mitsuki-senpai, wieso bist du... Bin ich was? Wieso bist du und Kanbara-senpai? Gute Frage. Na ja, um es kurz zu sagen... Überwache ich ihn. Hä? Wir sind da. Hä? Ich schätze, sie hat ihr hier eine Nachricht hinterlassen. Willst du sie sehen? Ich denke schon. Immerhin kommt die Karte ja von meiner Mutter. Ja. Juppie! Bist du auch schön brav gewesen, Akun. Ich bin's, Yak-Chan. Versprichst du mir bitte, dass du das für dich behältst? Naja, das ist deine Mutter, Kanbara-kun. Ganz genau! Und sie war schon immer etwas seltsam. Beim Unterrichtsbesuch in der Grundschule hat sie sich gemeldet wie eine Schülerin. Sie hatte schon immer eine individualistische Ader. Akihito, eine ausgeprägte Individualität ist ein wunderbares und kostbares Gut. Seit wann bist du hier? Seit dem Moment, als du gesagt hast, dass du einfach nicht aufhören kannst, die Brillen von Oberschülerinnen in Plastikbeutel zu stecken, um dann bereit zu rufen. Aber das habe ich doch gar nicht gesagt! Die Kleine mit der Brille ist Kuriyama-san, nicht wahr? Ja. Ich bin Ayaka Shindo. Ich bin zwar eine Jomo, aber bitte greif mich nicht an. Ihr kommt absolut richtig. Gerade wollten wir Kuriyama-sans Jomo begutachten lassen. Das Begriff kann warten. Ich will das aber hören. Unbedingt. Ich auch. Hey, auch ich habe sowas wie ein Schamgefühl. Akihito, Katzen-Jomo sind zwar für ihre Dummheit bekannt, aber deswegen musst du dich doch nicht für deine Mutter schämen. Moment. Meine Mutter ist doch gar keine Jomo. Sie ist eine Geisterkriegerin. Mein Vater ist der Jomo und das weißt du ganz genau. Und wieso hast du dann Ohren... ...angeklebt. Dafür sehen sie erstaunlich echt aus. Jetzt reicht es aber. Tja, der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Hört sofort auf! Je mehr ihr darauf rumreitet, desto schlimmer macht ihr es. Ich finde es toll, dass du es so sportlich nimmst, kannbarer Kun. Ich habe dir heute etwas Wichtiges zu sagen, also hör bitte bis zum Ende zu. Sie ist so besonders. Allein fürs Hintern rausstrecken verdient sie einen Preis. Könnt ihr bitte aufhören, so über meine Mutter zu reden? Aber zuerst will ich von dir wissen, ob du auch richtig isst. Wenn du nicht ab und zu selber kochst, ist deine Ernährung viel zu einseitig. Das ist ungesund. Ich ertrage das nicht. Agito, da musst du dunkel. Lass mich in Ruhe! Und weiter geht's. Und jetzt kommen wir zum wichtigen Teil. Ein starker Jomo bewegt sich in deine Richtung, mein kleines Kätzchen. Hast du vielleicht schon mal vom leeren Schatten gehört? Der leere Schatten ist ein Jomo ohne Körper, mein Kätzchen. Aus diesem Grund darfst du ihn auf keinen Fall berühren. Und da du, Akun, ein guter Junge bist, denke ich, dass du das verstanden hast. Versprich mir bitte, dass du dich ihm nicht näherst! Ist es nicht schön, eine Mutter zu haben, die eine Schraube locker und riesige Brüste hat? Hört bitte sofort auf damit. Also was ist mit diesem leeren Schatten? Wie sie schon gesagt hat, ist es ein sehr starker Jomo ohne physischen Körper. Man sagt, er habe schon fünf A-Klasse-Geisterkrieger in weniger als fünf Minuten platt gemacht. A-Klasse-Geisterkrieger? Und was machen wir, wenn so einer hier auftaucht? Er bleibt nur abwarten und hoffen, dass er bald wieder verschwindet. Kann es etwa sein, dass dieser Jomo aus diesem Grund gestern so aggressiv war? Ja, das wäre möglich. Besonders die niederen Klassen der Jomo sind für den Einfluss seiner Kräfte empfänglich. So langsam verstehe ich. Gut, jetzt wo die Show vorbei ist, bin ich dafür, dass wir uns an die Begutachtung deines Jomo machen. Wie bitte? Das war alles nur Show für dich? Wie würdest du das denn nennen? Briefe von anderer Leute Eltern sind kein Entertainment! Gibst du mir bitte den Jomo? Oh, natürlich! Bitte! Hier ist er! Mal sehen! Nur tausend Yen? Und dabei hat das Töten so viel Mühe gekostet! Nur tausend Yen! Ja, das Leben ist schon hart. Das ist echt unpassend! Mädchen! Ich tue einfach mal so, als hätte ich das nicht gehört, Akihito. Also sollte irgendwas nicht stimmen, kommt ruhig zu mir. Was? Du weißt ja schon, wo der Clubraum ist. Yitzuki würde dich auch im Club aufnehmen. Senpai? Willst du mit mir was essen gehen? Vielen Dank, dass ihr gewartet habt. Das ist mein Lohn? Ja! Du hast mir geholfen und das Essen ist dein Anteil. Ja, herzlichen Dank. Darf ich mir auch Gemüse nehmen? Beschränkst du dich bitte auf den rosa eingelegten Ingwer? Ja, na klar. Aber dass du mich von deinem ersten selbstverdienten Geld in ein Lokal einlädst, das beeindruckt mich wirklich. Ehrlich, ich fühle mich geehrt. Senpai? Hm? Was ist? Unsere Zeit ist vorbei. Bitte halte dich ab sofort aus meinem Leben raus. Du und ich, wir beide sind sehr verschieden. Ich kann und ich will nicht so ein Leben führen, wie du es tust. Mir ist es nicht erlaubt, das Leben mit so viel Freude zu genießen, wie du es tust. Warum nicht? Ich habe einen Menschen getötet. Vor langer Zeit habe ich jemanden umgebracht. Mit meinen eigenen Händen habe ich getötet. Mir ist diein. Ich werde mich Saltz und ich schreibe wiederholen. Ich habe michgeräus. Ich habe einen Menschen getötet. Ich habe mich noch zu dem, als sie helfen, wie du es tust. Mir ist das Leben mit so viel Freude zu genießen. Ich habe mich, was ich glücklich zu sein. Du kannst auch sehen, dass du dich sehen kannst. Ich habe die ganze Zeit, die ich mir verletze, dass ich mich immer wiederholen kann. Ich werde das Start-Line wiederholen. Ich werde das Gleiche, dass ich mich nicht verletze, Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Mir ist es nicht erlaubt, das Leben mit so viel Freude zu genießen, wie du es tust Warum nicht? Ich habe einen Menschen getötet Ich habe einen Menschen getötet, das ist nicht erlaubt, das ist nicht erlaubt, das ist nicht erlaubt. Ich habe einen Menschen getötet, das ist nicht erlaubt, das ist nicht erlaubt. Ich habe einen Menschen getötet, das ist nicht erlaubt. Ich habe einen Menschen getötet, das ist nicht erlaubt. Ich habe einen Menschen getötet, das ist nicht erlaubt. Ich habe einen Menschen getötet, das ist nicht erlaubt. Kuriyama-san? Schenk ich dir. Denkst du, du kannst mich damit beeindrucken oder irgendwie bestechen? Du verstehst es völlig falsch. Ich bin Anders-senpai. Ich bin nicht wie du. Ich bin zum ersten Mal hier. Aber das Anwesen ist wirklich beeindruckend. Ein Ermittler vom Gasterkriegerverband? Korrekt. Mein Name ist Miroku Fujima. Isuminase-san. Was für eine Ermittlung führt sie denn her? Also es geht um einen leeren Schatten. Es kommt ausgesprochen selten vor, dass diese Art von Jomu hier auftaucht. Ich bin hier, um ihn zu überwachen. Träume sind wie die Meilensteine des Jenseits. Die Jomu nennt man auch die Irreführung aus den Träumen oder die Verkörperung aus dem Groll der Menschen. Die Verkrümmungen der Herzen der Menschen. Hass, Eifersucht und Mordlust. Solange der Mensch existiert, werden auch die Jomu existieren. Und da, wie Sie sehen können, werden wir sie auch so lange bekämpfen. Denken Sie nicht auch, dass Geisterkrieger zu sein eine lästige Berufung ist? Dass der Verband eine solche amüsante Ansicht vertritt, wusste ich gar nicht. Ähm, wie darf ich das verstehen? Aus Sicht der Tochter einer langen Ahnreihe von Geisterkriegern, die sich seit uralten Zeiten zur Aufgabe gemacht haben, dem Krieg gegen die Jomu nachzugehen, sage ich Ihnen Folgendes. Jomu sind für uns wie der Reis für die Bauern, wie der Fisch für die Fischer. Es ist mir egal, warum sie existieren. Verstehe. Ist das ein Bild von einem Jomu? Dieser Jomu ist in einem Eisbahnkreis eingeschlossen. Oh, dann ist dieser Jomu echt? Ach ja, ich hatte vergessen, dass Sie mit Eisbahnkreisen arbeiten. Da liege ich doch richtig. Darf ich Sie etwas fragen? Was möchten Sie wissen? Wie ist Ihre persönliche Meinung über die Jomu? Ist das etwa nicht offensichtlich? Sie sind einfach nur Monster. Uhu, Kanbara-Senpai. Heute mal in der Mensa? Oh, mhm. Du, ähm, Aicham, sag mal, was machst du, wenn du so wenig Geld hast, dass du dir nicht mal Udon-Nudeln leisten kannst? Hm. Eine gute Frage. Ach, hier steckst du also. Senpai! Was kann ich für dich tun? Tja, mir ist zu Ohren gekommen, dass du einen Jomu getötet hast. Das geht dich nicht das Geringste an. Mitsuki hat mir den Jomu gegeben und ich habe ihn bei Ayaka gegen Geld eingetauscht. Zehn, zehn, was, zehntausend Yen? So viel gab es für den Jomu? Oh nein, ich habe meinen letzten Schrimp verloren. Bitte schön. Ich habe doch gesagt, dass ich das nicht brauche. Ganz ruhig, du bist ja völlig durcheinander. Hast du eine Ahnung, wie viele Becher von diesen Instant-Nudeln ich mir davon kaufen kann? Ich habe es dir doch schon gesagt, das Geld gehört dir. Meinst du? Ich kann das nicht annehmen. Irgendwie glaube ich dir nicht. Wie gesagt, ich brauche das Geld nicht, aber wenn du darauf bestehst, behalte ich es. Du bist so eine schlechte Lügnerin. Tja, und dann wollte ich dich noch fragen, ob du nicht Lust hast, heute in den Club zu kommen. Du kennst doch meine Meinung. Ich möchte nichts mehr mit dir zu tun haben. Nach all der Zeit, in der du mich als Trainingsobjekt benutzt hast? Das mache ich nicht mehr. Erst lauerst du mir andauernd auf und jetzt läufst du plötzlich weg. Das ist also Mirai Kuriyama. Wem gehören wohl diese Hände? Das sind selbstverständlich meine Hände, die ich auf deine Taille gelegt habe. Wieso fragst du? Ach so, ja natürlich. Das hatte ich dir ja noch gar nicht erzählt. Weißt du, ich bin nämlich eine der Lehrerinnen hier an dieser Schule. Hast du schon vom leeren Schatten gehört? Du bist gerade erst hergezogen, oder? Es heißt, er erreicht noch heute Abend die Stadt und bis er sie wieder verlässt, ist es verboten, sich ihm zu nähern. Ach ja, wirklich? Wenn man ihn besiegen könnte, könnte man es sich wohl ein Jahr lang richtig gut gehen lassen, aber das ist ein Gegner, bei dem selbst mehrere Leben nicht ausreichen. Also sei wachsam und komm ihm nicht in die Quere. Hey, auf den Gängen wird nicht rumgerannt! Der Clan, der das Blut manipulieren kann, oder? Weißt du eventuell etwas über sie? Kennst du vielleicht Geschichten aus ihrer Vergangenheit? Gab es da einen Unfall? Keine Ahnung. Und selbst wenn ich etwas wüsste, wäre ich nicht verpflichtet, dir davon zu erzählen. Aber ich weiß wirklich nicht das Geringste. Verstehe. Hat sie denn nichts erzählt? Es steht dir frei, ob du mir was erzählst oder nicht. Ich weiß nicht, ob es überhaupt etwas zu erzählen gibt. Naja, ich bin mir ziemlich sicher, dass sie irgendetwas verbirgt. Sicher, dass sie dich nicht an der Nase herumführt? Aki, du bist blind, wenn du dich erstmal auf ein bemitleidenswertes Mädchen mit großen Brüsten eingeschossen hast. Halt mal die Luft an! So ganz falsch mag das nicht sein, aber das hat nichts mit großen Brüsten zu tun. Was einem Brillendiebhaber wie mir an einem Mädchen am wichtigsten ist, ist ihre Brille. Aki, erzählst du eigentlich allen Menschen, was du für komische Neigungen hast? Klappe hier, Romy! Gerade du solltest dich nicht so weit aus dem Fenster lehnen, du mit deinem Schwesternkomplex! Meine unerschütterliche Einstellung ist doch großartig. Aber wie sollte ein Brillenfetischist wie du meine Liebe zu meiner heiligen Kleinschwester auch verstehen? Meine Vorliebe für Brillen verdient ein wenig mehr Respekt! Ich habe es sogar geschafft, deiner ach so heiligen kleinen Schwester eine Brille zu verpassen. Was hast du? Als wir mal zu zweit im Clubraum waren, habe ich sie ein paar Brillen aufsetzen lassen. Naja, ich übertreibe nicht, wenn ich sage, dass sie ganz wild darauf war. Sie wurde von Minute zu Minute freizügiger, was das angeht. Freizügig? Was hast du nur mit meiner Schwester gehabt? Hey, ihr kranken Typen. Habt ihr vergessen, dass man sich im Clubraum anständig benimmt? Pizuki! Endlich hast du erkannt, wie großartig die Brillen stehen! Ich wollte nur sehen, wie meinem perversen großen Bruder das Gesicht entgleitet. Wie kannst du eine Brille nur so behandeln? Was geht, perverser großer Bruder? Ich hab dich doch gebeten, mich Bruderherz zu nennen. Okay, perverses Bruderherz. Könntest du bitte den Schutzwall erneuern und zwar schnell? Na klar, kein Problem. Perverser ist für dich akzeptabel? Und da du technisch gesehen auch Mitglied im Literaturclub bist, kannst du uns gleich auch noch bei der Vorauswahl helfen. Hm, gern helfe ich euch, eine Vorauswahl zu treffen. Ich bin für jede Geschichte zu haben, in der eine kleine Schwester vorkommt oder eine kleine Stiefschwester. Hauptsache eine jüngere Schwester. Ich nehme euch alle Manuskripte ab, in denen kleine Schwestern vorkommen. Haben wir nicht. Ich liebe dich. Das war eindeutig ein Verpiss dich, du Trottel. Bin ich hier richtig? Und dieser Ort soll sicher sein? Ich habe einen sicheren Schutzwall erstellt. Und du denkst, es ist besser, wenn uns niemand belauscht? Ja, das ist es. Es ist besser, wenn wir von anderen nicht gehört werden können, wenn ich schon die Gefahr auf mich nehme, mit einem Perversen allein zu sein und mich an einem solchen Ort mit dir treffe. Moment mal! An diesem verlassenen Ort gibt es ja offensichtlich nur einen Menschen, den du mit Perverser meinen kannst. Naja, wenn dieser Perversling all seine Kräfte bündeln und sie gegen mich einsetzen würde, wäre es nicht ganz unwahrscheinlich, dass sein größter Traum in Erfüllung geht. Ich gebe auf, du hast gewonnen. Du hast wohl gar keinen Stolz, was? Ist es nicht dein Ziel, mir zum Schulabschluss deine große Liebe zu gestehen, Akihito? Wie kommst du nur auf so einen Blödsinn? Und jetzt komm endlich mal zur Sache. Mirai Kuriyama, ich befürchte, dass sie dem leeren Schatten auflauern wird. Und warum? Tja, ich habe von einem Geisterkrieger Erkundigung einholen lassen, der ein Profi darin ist. Yori Ichinomiya. Du weißt doch, wer das ist. Ja. Hast du mir nicht erzählt, dass er sein Bewusstsein direkt mit dem Internet verbinden kann und so Informationen sammelt? Korrekt. Und dabei ist er auf ein Gerücht gestoßen, dass das Zeug für eine gruselige Horrorgeschichte hat. Willst du sie hören? Wow! Was für eine hübsche Farbe! Nanu? Du kannst sie nicht fotografieren. Nur durch den Wirkungskreis des leeren Schattens erscheint die Farbe Mondscheinviolett. Aber außer den Jomo und den Geisterkriegern kann es keiner sehen. Das heißt, dass... Genau, er ist bereits hier. Hier in der Stadt. Ah! Ah! Ah, Ahya-Chan! Die Aktivitäten der niederen Jomo werden deutlich lebhafter. Aber sei unbesorgt. Ich bin in diesem Augenblick fertig geworden. Menschen mit verfluchtem Blut werden in diesen Zeiten vom Unglück heimgesucht. Der Geisterkrieger Inami hat den Nachkommen des Clans, von dem nur eine einzige Person überlebt hatte, aufgenommen. Inamis Lieblingstochter war dem leeren Schatten verfallen und schlussendlich hat er sie verloren. Ich denke, wir können ihn vom Stadtzentrum fernhalten. Ausgezeichnet. Wenn ein Geisterkrieger nur einen Moment unaufmerksam ist, wird der leere Schattenbesitz von ihm ergreifen. Als begeisterter Leser und Mitglied des Literaturclubs kann man sich leicht vorstellen, wie die Geschichte dann weitergeht. Senpai! Was willst du? Wieso bist du hier? Du bist dem leeren Schatten auf der Spur, habe ich recht? Du bist diejenige, die die Tochter der Inami-Familie getötet hat, als sie vom leeren Schatten besessen war. Ist doch so, oder? Hast du das recherchiert? Ein bisschen. Aber das meiste davon ist Spekulation. Das Ganze hat nichts mit dir zu tun, Senpai. Also verschwinde bitte wieder. Ähm, Uriyama-san! Dass das nur ein Jomo ist. Was wir sehen, ist nur ein Teil aus der Mitte seines Wesens. Aufgrund seiner immensen Kraft biegt sich der Raum und wir nehmen ihn auf diese Weise wahr. Gehst du zu ihm? Was machst du denn noch hier? Los, verschwinde endlich! Und was passiert dann? Das geht dich nichts an, Senpai. Hör zu, den leeren Schatten zu töten wird nicht das Geringste ändern. Die Toten kommen nicht wieder zurück. Außerdem setzt du dich bloß dem Risiko aus, dass auch du noch vom leeren Schatten getötet wirst, Uriyama-san. Das weiß ich. Besser du bleibst und lässt ihn vorüberziehen. Ja, das weiß ich. Wieso also? Die Inami-Familie nahm mich auf, obwohl ich das verfluchte Blut in mir trug. Sie lehrten mich, wie ich mit meinen Kräften umgehen kann, die für mich damals viel zu stark waren. Die Familie hatte eine Tochter. Sie hieß Yui. Und obwohl ich in ihrem Haus leben durfte, war ich auch dort isoliert. Yui war es, die mir die Tür zur Außenwelt geöffnet hat. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, zwei. Yui, im nächsten Jahr bist du in der Oberschule. Ja. Ich hab vor, in den Club der Bogenschützen einzutreten. Was? Ist ja toll. Sie war meine Freundin. Dann komm ich vorbei und feuere dich an. Echt? Und mein Senpai sieht sowas von gut aus. Ha! Ha! Und trotzdem habe ich... Und trotzdem habe ich sie ermordet. Das stimmt nicht. Ich habe sie ermordet. Damals war ich ganz starr vor Angst und hatte nur einen Gedanken. Dass ich vielleicht auch mein Leben verlieren würde. Dieser selbstsüchtige Gedanke hat mich vollkommen beherrscht. Das stimmt nicht. Woher willst du wissen, was ich denke? Du bist doch selbst ein halber Yomu-Senpai. Und sagst, du wärst was Besonderes. Genau wie ich. Aber das stimmt nicht. Weil du nämlich Freunde hast. Hiromi-Senpai. Mitsuki-Senpai. Sogai Yomu-Vi, Ayaka-san und Ai-chan sind deine Freunde. Das stimmt überhaupt nicht. Was soll denn daran nicht stimmen? Seit ich auf der Welt bin, werde ich wie ein Dämon behandelt. Die Menschen hatten sogar Angst, mich anzufassen. Du hast nicht die geringste Ahnung von meinen Gefühlen. Erzähl mir also nicht, dass du weißt, wie es mir geht. Kuryama-san. Warte. Hör auf, mir hinterher zu laufen. Das ist unpassend. In diesem Augenblick bekommen alle Geisterkrieger im Bezirk die Nachricht, dass es verboten ist, sich dem leeren Schatten anzunähern. Jene, die Schutzwelle und Bandkreise ziehen können, bitten wir um Mithilfe. Wir hoffen, dass wir so den leeren Schatten wieder aus der Stadt treiben können. Geisterkrieger im Bezirat. Oh, 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 oh. War das so eine Art Bandkreis? Nein. So etwas Bedeutendes war es nicht. So etwas Bedeutendes war es nicht. So etwas Bedeutendes war es nicht. Auch wenn er keinen Körper hat mit diesem Blut. So etwas Bedeutendes war es nicht. Doch verschwinde! Sakura, wenn du nicht gehst, wird der leere Schatten liegen. So etwas Bedeutendes war es nicht. So etwas Bedeutendes war es nicht. So etwas Bedeutendes war es nicht. So etwas Bedeutendes war es nicht akzeptabel. So etwas Bedeutendes war es nicht. So etwas Bedeutendes war es nicht akzeptabel. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Zu wenig Blut? Halt gefälligst still! Moment! Warte, Senpai! Wer war das eben? Wie bist du hierher gekommen? An diesen Ort? Wir stecken ziemlich tief drin Keine Ahnung, ich bin einfach kurzerhand reingesprungen, als ich dich darin gesehen habe, aber... Los, lass uns scheulichst verschwinden! Lass mich los! Ich kann sehr, dass ich einen Teil der Fertigke! 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Also dann, es scheint vorbei zu sein. Das wäre zu schön, um wahr zu sein. Er reagiert auf unsere Erinnerung und macht daraus ein Labyrinth? Ja, das hat mir Ayakassan erzählt. Meister greift der Besitz von einem. Aber es kommt auch vor, dass er Irrgärten erschafft und einen dort einschließt. Aha. Und was machen wir jetzt? Tja. Und woher soll ich das wissen? Wenn hier einer einen Ausweg kennt, dann bist du das doch wohl. Wieso sollte ich wissen, wie wir hier rauskommen? Bist du echt völlig planlos in diesen Kampf gezogen? Das stimmt nicht. Ich hatte einen Plan. Du hattest ganz sicher keinen. Das geht dich nichts an, Senpai. Wieso bist du mir überhaupt hierher gefolgt? Weil du ein schönes Mädchen mit Brille bist. Das war unpassend. Sakura! Hast du ernsthaft gedacht, du kannst einen leeren Schatten ohne Plan besiegen? Mein Plan ist schief gegangen. Erst tauchst du ungebeten auf und dann beschwerst du dich? Ungebeten, ja? Ich denke, dann hättest du mir nicht so viel erzählen und dann alleine hierher kommen dürfen. Du warst es doch, der Nachforschung über mich angestellt und mir vor meiner Wohnung aufgelauert hat. Wer hat denn hier wen geködert? Vergiss bitte nicht, du hast mich zuerst verfolgt, Kuriyama-san. Klar? Aber nur, weil... Menno, jetzt reicht's mir aber. Hey, das ist mein Text. Eins möchte ich noch klarstellen. Vielleicht sieht es so aus, als hätte ich Freunde. Aber das stimmt nicht. Nicht im geringsten. Du sollst keine Freunde haben? Nicht einen einzigen. Wie schon gesagt, du bist es, die nichts versteht, Kuriyama-san. Du Dickkopf. Ich bin da nicht fett, ja? Kuriyama-san, tut mir leid, aber ich hab nicht die Kraft, dich hochzutragen. Zieh deine Schuhe aus und renn barfuß. Das wollte ich auch gerade... Mann, Mann. Beeil dich, Kuriyama-san. Ich komm ja schon. Da geht's raus. Das war der älteste Trick der Welt. Aber wenn sie darauf reinfällt... Und wieso jetzt meine Strumpfhose? Weil wir nichts Passenderes zur Hand hatten. Und jetzt will ich wissen, wer uns verfolgt. Was? Sakura. So hast du sie vorhin genannt. Ja. Sakura Inami. Sie ist die kleine Schwester von Yui Inami. Die, die ich getötet habe. Und deswegen versucht sie, dich zu töten. Sieht so aus. Aber im Gegensatz zu Yui sollte Sakura so gut wie keine Geisterkriegerkräfte besitzen. Und daher frag ich mich... Was? Was war das? Die Züge! Yui! Sie ist verschwunden. Was ist das? Verdammt! Kuriyama-san! Sakura Inami! Misch dich gefälligst nicht ein. Dann lass nur den Rachequatsch. Das geht dich nicht das Geringste an. Yui? Lass dich nicht in die Irre führen! Glaub dir! Das ist nicht die echte Yui-san! Kuriyama-san! Verschwinde von dort! Schnell! Kuriyama-san! Du musst fliehen! Kuriyama-san! Kuriyama-san! Sag doch mal! Yui... Yui ist... Yui ist... Yui ist tot! Yui ist tot! Yui ist tot! Nein! Das ist wahrscheinlich der Anteil aus der Mitte des leeren Schattens. Oh... Ah... Oh... Ah! Ah! Oh! Ah! 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 Wir sind zurück. Kuriyama-san! Was ist? Blut? Das ist die Macht ihres verfluchten Blutes. Schon der geringste Kontakt damit würde dein Fleisch auflösen und dir unwiderruflich den Tod bringen. Sie ist ein wahrer Todesengel. Hör mal. Siehe ich wie ein normaler Mensch aus. Für mich bist du einfach nur ein wunderschönes Mädchen mit Brille. Was ist das? Ich fürchte, da kommt der leere Schatten. Wow, wie wunderschön. Ai, wenn du dich zu sehr begeisterst, änderst du deine Gestalt. Ich gehe kurz raus spazieren. Vergnüge dich damit. Kuriyama-san! Schnell! Schnell, du musst mich durchbohren! Er ist geschwächt, oder? Wenn du ihn aus meinem Körper vertreibst, wird er sicher. Senpai, du! Ich werde nicht sterben. Du weißt doch, ich bin unsterblich. Ich kann ihn nicht länger halten. Beeil dich! Aber, Senpai! Bist du nicht genau deswegen hergekommen? Du bist doch hier, weil... ...du ihn vernichten wolltest. Ja, schon, aber... Dann durchbohre mich! Vernichte ihn, sonst ändert sich nichts. Weder das Blut, das durch deine Adern strömt, noch die Lage, in der du dich befindest. Nicht das Geringste wird sich ändern. Genau deswegen hat dich dein Leben an diesen Punkt gebracht. Durchbohr mich! Beug dich nicht dem leeren Schatten, hörst du! Wenn du jetzt nachgibst, dann hatte alles keinen Sinn! Stich zu! Ich bin unsterblich! Worauf wartest du? Worauf? Lass uns leben! Senpai! Nun setz dein... ...blut frei! Ah! 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 Ja! Ja! Ha-ha-ah! Ja! Senpai! Warte. Tritt zurück. Wieso? Wieso kämpfst du gegen den leeren Schatten? War dir nicht klar, dass das passieren könnte? Es tut mir leid. Ich kann nicht garantieren, dass du das überlebst. Ja, ich weiß. Was macht ihr denn da? Du weißt doch, dass Kanbarakun ein Halb-Jomo ist. Wenn sein Körper in eine extrem gefährliche Situation gerät, erwacht sein Jomo-Bewusstsein. Ihn zu unterstützen ist echt kein Vergnügen. monsters Senpai! Der Schutzwall! Seine Kräfte machen den Schutzwall wirkungslos. Ah ja, Kasran! Ich sehe es auch. Ich werde den Schutzwall mit meinen Kräften so gut wie möglich regenerieren. Zerstört er ihn weiter in diesem Tempo, haben wir keine Möglichkeit, ihn aufzuhalten. Wenn es dazu kommen sollte, lösche ich ihn aus. Auslöschen? Hiromi wird versuchen, die Struktur seines Körpers zusammen mit dem Raum zu löschen. Vielleicht reicht es nicht, ihn zu töten, aber existieren kann er hier dann auch nicht mehr. Das dürft ihr nicht! Das dürft ihr nicht! Nein! Ich kann es nicht mehr lange halten! Was ist mit eurer großen Schwester? Ich hoffe, sie ist auf dem Weg hierher! Unglaublich! Linus an! Das bringt uns nur eine kurze Atempause! Und los! Ist er stärker als das letzte Mal? Das ist er! Gleich bricht er durch! nottor. Kasuru! Na! W felt esees! Ah! Isomine-sama?! Ah... Das ist doch... Tanja? Also Kako? Sehe ich wie ein normaler Mensch aus? Woher willst du wissen, was ich denke? Du bist es, die nichts versteht, Kuriyama-san. Ja, genauso wie bei mir. Es tut mir leid. Ich weiß nicht das Geringste von dir, Senpai. Du, trotzdem muss ich dich aufhalten. Ich bin dergültig, dass es nicht das Geringste von dir ist. Ich bin dergültig! Ich bin dergültig! Kuriyama-san. Ich hab's wiedergetan. Kuriyama-san. Kuriyama-san. Senpai. Tut mir leid. Ach, jetzt verstehe ich. Kein Wunder, dass der Verband sich Sorgen macht. Ach, ich denke mal, ich werde hier nicht mehr gebraucht. Guten Appetit. Ganz ruhig, du musst nicht so schlingen. Ich hab nicht ausreichend Blut in meinem Körper. Ich benötige dringend Eisen. Ich kann einfach nicht glauben, dass das nicht der leere Schatten sein soll. Sie will mir doch wirklich nur 200 Yen dafür geben. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Ayakasan dich betrügen will. Aber was geht dann hier vor? Hm. Keine Ahnung, woher soll ich das denn wissen? Senpai, isst du dein Essen denn gar nicht? Mhm. Wo gehst du hin? Auf die Toilette. Ach ja? Ja? Sehe ich... Sag mal, sehe ich wie ein normaler Mensch aus? Ja, ich finde schon. Also für mich siehst du wie ein verrückter Senpai aus, der auf Brillen steht. Hast du schön gesagt. Probieren... Ach, hu... U-. ... ... ... ... Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Gut gemacht. Du kannst dich entfernen. Jawohl. Du gehst jedes Jahr nicht dorthin? Das geht dich nichts an. Im Endeffekt sind wir alle allein. Jeder von uns. Das ist Kuriyama-san. Als ich ihr von unserem Club erzählt habe, wollte sie ihn sich mal ansehen. Was wollte ich? Das stimmt nicht. Du wolltest doch unbedingt, dass ich mal mitkomme. Ist ja schon gut. Also unsere Club-Vorsitzende Mitsuki Nase ist noch nicht da. Ihr kennt euch ja schon, oder? Das hier ist unser Phantom-Mitglied aus dem dritten Jahr Hiromi Nase. Wir haben noch zwei weitere Phantom-Mitglieder in unserem Club. Aber da sie ja Phantome sind, sind sie heute auch nicht da. Aha. Reden wir über deine Mitgliedschaft. Das ist unpassend. Doch, ich bitte dich. Wir brauchen dringend neue Mitglieder. Ach, deswegen willst du mich dabei haben. Wo habt ihr das denn her? Die Bücher in diesem Regal sind alles Leihgaben unserer Senpais und Betreuer. Aus diesem Grund ist es auch strengstens verboten, sie zu verleihen. Nur Mitglieder des Literaturclubs dürfen sie. Ich bin dabei. Das ging ja schnell. Was ist denn in dich gefahren? Woher diese plötzliche Wendung? Jetzt erzähl mal, Kuriyama-san. Hast du etwa Interesse am Gärtnern? Na ja, ein bisschen. Die gute Mitsuki lässt sich ja heute ganz schön Zeit. Ich kann's kaum noch erwarten. Ach herrje, ist es schon wieder so weit? Ja, es geht. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Etwas sagen? Nein, wie kommst du denn darauf? Ähm, einfach nur so. Danke, dass Sie gewartet haben. Ah, wer ist das? Das ist Yaki Emo. Da er ein Yomu ist, können ihn normale Menschen nicht sehen. Willst du? Was? Nein, 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 ich hab keinen Hunger und will auch nichts. Was denn nun? Nur einen haben. Oh, ist das lecker? Stimmt was nicht? Nein, schon gut. Ich habe gerade nur daran gedacht, dass du dich ganz schön verändert hast. Was? Früher wolltest du dich nie mit anderen abgeben. Du hattest auch keinen Bock auf Clubaktivitäten oder sowas. Richtig. Früher war mir auch wirklich nicht danach. Irgendwann hatte ich beschlossen, mich nicht mit anderen abzugeben. Dass ich nur, wenn ich alleine lebe, mit mir und der Umwelt zurechtkomme. Aber lass dir Zeit. Was? Ich glaube, es ist nicht sehr klug, so schnell seine Meinung zu ändern. Akihito ist ein Halbjomu und mein Bruder wäre fast von ihm getötet worden. Du hast recht, aber... Wir alle wissen, wie gefährlich Akihito ist. Daher hat die nasse Familie ihn unter ihre Kontrolle gestellt und überwacht ihn. Ich hab's dir doch gesagt. Ein Teil meiner Aufgabe ist es, Akihito zu überwachen. Ich dachte auch, ich hätte es verstanden. Aber trotzdem ist es jetzt so viel besser als vorher. Es tut mir leid. Was? Ich hab zu viel gesagt. Was ist das? Er ist von einem Jomo besessen. Was machen wir jetzt? Wenn wir nicht eingreifen, wird er von dem Jomo gefressen. Ach, entschuldigen Sie! Entschuldigen Sie, kommen Sie mal mit! Was? Entschuldigen Sie! Wobei! Er hat sie! Das ist doch nicht ganz! Was ist das? Vielen Dank! Wie ich sehe, ist dein Zögern verschwunden. Ich habe verstanden, dass sich nie etwas ändern wird, wenn ich immer nur zögere. So ein Mist! Habt ihr ihn getötet? Ich habe den Schutzwall gesehen und bin so schnell es geht hergekommen. Nino-san, diesen widerlichen Jomo hatte ich schon seit einer ganzen Weile im Visier. Sie können ihn haben. Da ich gerade gesperrt bin, kann ich mit diesem Jomo ja doch nichts anfangen, selbst wenn ich es wollte. Wirklich? Aber dieser Jomo ist glatte 50.000 wert. 50.000? Ich habe einfach kein Glück. Der bleibt mir nur, meine Unzufriedenheit in meinem Blog zu verewigen. So erntet man ganz fiese Kommentare. Tja, irgendwas musst du wohl schon dafür kriegen. Prost! Gegrilltes Fleisch, ein Essen für Erwachsene. Na los, schlag zu. Esst so viel ihr wollt. Hey Kellner, ich nehme noch ein Glas, ja? Sehr gerne. Mitsuki Senpai, sieh doch nur! Deine Spucke? Nein, ich meine doch das Essen. Sieh dir doch nur dieses leckere Fleisch an. Hier, riech mal! Und? Was denn? Mehr hast du dazu nicht zu sagen? Oh Mann, ich bin ja so glücklich! Das ist einer der Momente, wo das Leben einfach nur schön ist, oder? Was ist denn das? Was meinst du? Ach so, du kennst das ja noch gar nicht, Kuriyama-san. Das Laternenfest findet jedes Jahr in dieser Gegend statt. Na ja, es ist mehr ein Fest für verliebte Pärchen. Singles haben da nicht so viel Spaß. Mitsuki Senpai, bist du schon mal dort gewesen? Nein, war ich nicht. Ich gehöre doch zur Nasse-Familie. Ah, ich verstehe. Aber hübsch sieht es schon aus. Hier ist ihr Getränk. Boah, das hat lange gedauert. Ich will noch ein Gratis-Getränk. Was? Du kannst nicht mitkommen, Mitsuki-chan? Nein, leider nicht. Tut mir leid. Mitsuki. Isomine-sama. Du musst dir das eine gut merken. Solange Geisterkrieger Geisterkrieger sind, werden sie auf ewig allein sein. Ich hab's mir gemerkt. Uyama? Ubayashi? Kanbara? Akihito Kanbara? Hier, jobst du also? Aber ich kann doch keine Jomo begutachten. Es reicht völlig, wenn du die Jomo einfach nur entgegennimmst. Außerdem haben wegen der Aktivitäten des leeren Schattens neulich alle pausiert. Darum kommen jetzt nur wenige vorbei, um Jomo schätzen zu lassen. Ganz genau. Ah, jetzt schon! Wo ist mein Kimono-Gürtel? In der zweiten Schublade der Kommode. Ach so, genau. Wir hatten ja alles umgeräumt. Hallo! Wie geht es dir? Kuriyama-san hat gesagt, dass sie gern für uns arbeiten will. Was? Wirklich? Auch die andere Sache? Andere Sache? Oh, um das zu besprechen, war noch gar keine Zeit. Du musst das unbedingt machen. Du bist perfekt dafür, Kuriyama-chan. Wie unpassend. Okay, und jetzt schön lächeln. Das funktioniert doch nie. Wieso muss gerade ich so was machen? Ich finde, du solltest ihr lieber dankbar sein. Du musst nur rumstehen und bekommst ne Menge Geld dafür. Wir haben schon länger ein Auge auf dich geworfen, Kuriyama-san. Wir hatten gehofft, dass du für uns modeln würdest. Was? Ich? Aber wieso denn gerade ich? In letzter Zeit haben wir einen Stammkunden, der ständig auf der Suche nach Mädchen mit Brillen ist und viel Geld dafür bezahlt. Darum haben wir jemanden gesucht, dem Brillen stehen. Übrigens, der Name des Stammkunden unterliegt dem Datenschutz, daher darf ich ihn nicht nennen. Aber die Initialen lauten AK. Akihito Kanbara. Eine echte Geisterkriegerin. Das hat doch damit nichts zu tun. Das hätte ja wohl jeder rausgekriegt. Gut, als nächstes heb den Saum des Kleides an und beiß auf den Bügel deiner Brille. Was für ne betürende Pose. Warum? Immer mit der Ruhe. Sie wollen ja nicht, dass du dich ausziehst. Naja, wenn du das machen würdest, wäre ich bereit, dir mindestens so viel Gage zu zahlen. So viel? Das habe ich gehört. Nacktfotos sind Aya-Chans Hobby. Mach dir keine Sorgen, sie werden nie veröffentlicht. Sie sind ja auch ein Andenken für dich. Sieh mal. Was ist das? Das sind die Nacktfotos, die Aya-chan von mir gemacht hat. Was? Von dir? Ja. Eine Katze. Ja, und die sind doch klasse geworden, oder? Aya ist in der Lage, die Gestalt einer Katze anzunehmen. Und die von dir als Mensch? Die sind da drunter. Ja. Zeig her. Was denkst du? Wo versteckst du? Was verstecke ich? Nur die Riesenbrüste. Wie unpassend. So, wir sind fertig. Jetzt fehlt nur noch der Beutel. Nimm am besten den Kleinen, ja? Ja! Und? Ist mit Kanbarakun alles in Ordnung? Na ja, in der Schule war er nicht. Ich schätze, dass er eine Erkältung hat. Dann wollen wir mal hoffen, dass du recht hast. Ich gebe es nur ungern zu, aber ich mache mir Sorgen um Kanbarakun. Wenn er sich in einen Jumu verwandelt und nicht mehr er selbst ist, nimmt ihn das jedes Mal ziemlich mit. Bei dem Zwischenfall mit Hiromi war es doch genauso. Kümmert ihr euch um den Laden, bis wir zurück sind? Ja! Seid ihr ganz sicher, dass ihr wirklich hier bleiben wollt? Wir könnten doch auch den Laden zumachen und alle zusammen gehen. Es ist doch jedes Jahr dasselbe mit dir. Du solltest hingehen, wenn du Lust darauf hast. Wollt ihr alle zusammen aufs Fest? Du bist und bleibst eine Partymaus. Gehen sie etwa auch auf das Fest? Ich will einen Kerl abschleppen. Ich habe nämlich eine Verabredung und wenn ich mich richtig anstrenge, angle ich mir gleich noch einen zweiten. Bis dann! Also gut, dann wollen wir auch mal los. Ja! Du gehst jedes Jahr nicht dorthin? Was? Das hat Ayaka-san vorhin gemeint, oder? Dass es jedes Jahr dasselbe mit dir ist. Ach das, das geht dich nichts an. Möchtest du es mir nicht erzählen? Warum? Weil... Bei Akihito ist es doch genauso. Kommt ohne einen triftigen Grund einfach nicht in die Schule. Im Endeffekt sind wir alle allein. Jeder von uns. Ich schließe jetzt den Laden. Senpai! Sieh doch nur! Wir haben unser eigenes Fest! Oh! Oh! Mitsuki Senpai! Sieh dir das an! Ist das nicht wunderbar? Wieso bist du denn so aufgeregt? Wieso denn nicht? Es ist schließlich ein Fest! Ist das nicht ein schöner Anblick? Und, freust du dich hier zu sein? Jetzt hör schon auf! Aha! Es gefällt dir also hier zu sein! Was? Lass das endlich! Wieso zwingst du mich in so einem Aufzug hierher zu kommen? Senpai! Kuriyama-san! Mitsuki! Was macht ihr denn hier? Was wir hier machen? Wir sind hier, um meinen Freund Akihito zu trösten. Den armen Kerl, der sonst alleine auf dem Klo essen muss. Wie oft soll ich das denn noch sagen? Niemand muss sich um mich! Senpai! Im Endeffekt sind wir alle allein. Und zwar jeder von uns. Sieh doch nur! Du? Aniki? Ja? Einen kandierten Apfel hätte ich gern. Ah! Du? 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 Hängt von vielen Faktoren ab, aber 500.000 ist er normalerweise mindestens wert. 500.000? Mann! Und wie ich die gute Nino kenne, ist sie mit Sicherheit schon auf dem Weg zu ihm. Ich denke, dieser Jomo ist ein wirklich guter Team. Könnte man zumindest meinen. Gäbe es da nur nicht dieses kleine, aber widerliche Problem. Ah ja, Cassandas, war doch Absicht, oder? Da ist er ja. Und da ist sein Auge. Okay. Nein, warte, Kuriyama-san! Was? Das war unpassend. Genau das wollte ich gerade zu dir sagen. Ich hätte ihn gekriegt, wärst du nicht gekommen und hättest mir reingeredet. Das hat mit meinem Reinreden nichts zu tun. Wenn der Jomo Gefahr spürt, überschüttet er seinen Gegner mit dieser übel stinkenden Flüssigkeit. Du hattest keine Chance gegen ihn. Igitt! Verstehe. Das heißt, ich muss ihn töten, bevor er auch nur ahnt, dass ich eine Gefahr für ihn bin. Kriegst du das hin? Aber klar doch. Ja, das war absolut cool. Was? Was an Mädchen mit Brillen so toll ist, ist die Vielfalt ihrer Gesten. Ich bin jedes Mal zutiefst bewegt, wenn ich sehe, wie sie sich die Brillen auf die Nase schieben. Oder wenn sie so wie du gerade ihre Brille einfach nur zurecht rücken. Oder wenn sie völlig erschöpft ihre Brille kurz abnehmen, sich ihr Näschen reiben und dann die Brille elegant wieder aufsetzen. Ich sag dir, das ist eine Welt für sich. Na nun? Ja? Von hier oben bemerkt er mich nicht. Jetzt krieg ich sie! Oh nein, nicht doch! Nicht doch wieder! Das war ja wohl nichts. Mhm. Dein Plan war wirklich außerordentlich dämlich. Riechst du das auch? Ja, hier stinkt bestialisch. Kannst du dich denn nicht beherrschen, Senpai? Ich? Was soll das? Was meinst du? Du weißt ganz genau, was ich meine. Willst du mich etwa bloßstellen? Nicht im Geringsten. Ich fände es nur gut, wenn du dich in der Öffentlichkeit besser beherrschen könntest. Hör auf damit! Und wieso stinkst du eigentlich schon wieder so? Hast du dich nicht ordentlich gewaschen? Und ob ich das hab? Ich hab mir auch frische Klamotten angezogen. Nur meine Unterwäsche. Endsoft! Guck nicht so, was soll ich denn machen? Vergiss nicht, ich bin immer noch ein Mädchen. Unten geht ja noch ohne, aber obenrum muss ich immer was anhaben. Du kannst obenrum nicht ohne. Definitiv nicht. Ich weiß, dass sie nicht wackeln, auch wenn ich keinen Tag. Aber... Man kann sie einfach nur als niedlich, klein und äußerst bescheiden bezeichnen. Warum gibt es überhaupt die Größen A, B, C und D? Ich glaube, viele Mädchen fühlen sich durch diese Aufteilung verletzt. Schon verstanden, mein Fehler, ich entschuldige mich. Aber voreiliges Posten bringt dir nur wieder unerwünschte Kommentare. Morgen ist Sonntag, nicht wahr? Morgen werde ich ihn kriegen. Du gibst nicht auf, was? Natürlich nicht. Die Reinigung kostet immerhin auch eine Menge Geld. Was ist das? Das ist alles, was ich dir im Moment geben kann. Was? Wenn du willst, kannst du ihn mit nach Hause nehmen. Immerhin nicht so peinlich wie deine Sportuniform. Aber das ist doch ein Schlafanzug. Ja, genau so ist es. Und, hast du was rausgefunden? Warum trägst du denn einen Schlafanzug? Übernachtest du hier? Ignorier ihn einfach. Ich will nicht darüber reden. Hast du was über den Jomo rausgefunden? Man kann ihn am besten erwischen, wenn man seine Aufmerksamkeit ablenkt und sich so eine günstige Gelegenheit verschafft. Das klingt logisch. Aber das mit dem Ablenken scheint problematisch zu sein, weil er ununterbrochen sehr wachsam ist. Er ist auch sonst ganz anders als die anderen Jomo. Ach. Wie soll ich es sagen? Für einen Jomo ist so ein Verhalten ungewöhnlich, ja beinahe schon merkwürdig. Er scheint Interesse an jungen Frauen zu haben, weißt du? Ach, soll das heißen, er ist ein Perverser? Ein, ein Perverser? Ja, unsere Recherchen deuten darauf hin. Darum brauchen wir neben der angreifenden Person noch junge Frauen, die sich bereithalten und den Jomo ablenken. Kommt überhaupt nicht in Frage. Mitsuki, es ist doch für deine süße Mitschülerin. Kommt trotzdem nicht in Frage. Dafür kannst du doch genauso gut Aichan einspannen. Aber ich bin selbst ein Jomo. Das funktioniert nicht. Ganz genau, Mitsuki. Du bist unsere einzige Hoffnung. Bitte, bitte, Mitsuki. Denk doch bitte an die Bonsai zum Literaturclub. Du hast sie dorthin gestellt, ohne mich vorher zu fragen. Bitte, Mitsuki. Ähm, was ist da drin? Meine Schuluniform. Vollgesogen mit den Körpersäften des Jomo. Nimm das weg. Bitte hilf mir, Mitsuki-Sentai. Du auch, Kuriyama-san? Bitte, Mitsuki. Mitsuki-Sentai. Das Zeug tropft aus den Tüten. Es tropft, es tropft, es tropft. Es hört überhaupt nicht mehr auf. Hätte es nicht gereicht, einen Schutzwald zu ziehen? Nein, da er sehr wachsam ist, wäre er explodiert, sobald wir versucht hätten, den Wald zu errichten. Sorry, Aichan, dass wir dich da auch noch mit reinziehen. Schon in Ordnung. Aichan hat gesagt, ich soll euch bei der Sache behilflich sein. Ähm, vielleicht sollte doch lieber Mitsuki-Sentai seine Aufmerksamkeit auf sich ziehen? Ich gehe nach Haus. Schon gut, überhaupt kein Problem. Dann streng dich mal an, Kuriyama-san. Ja, ja, ist ja gut. Ähm, hallo. Wie geht es Ihnen? Ich bin, ich bin nicht hergekommen, um Sie anzugreifen. Sehen Sie, ich habe nichts weiter dabei. Na ja, und ich dachte... Er beobachtet dich, Kuriyama-san. Ja. Ähm... Er steht auf Sie. Ich habe gelesen, dass jedes Mal, wenn er die Farbe seines Auges ändert, seine Wachsamkeit ein wenig sinkt. Na los, mach weiter. Wir haben dann genug gewartet. Los jetzt, Yaki-Emo. Ja, Yaki-Emo? Er hat zu viel gefressen. Was für eine Bescherung. Ich verstehe. Das heißt, die Flüssigkeit, die sich über Mitsuki ergossen hat, ist anders als die vorige. Genau. Einfach gesagt ist es so, als hätte er mit Pollen den Stempel einer Blume bestäubt. Der Yaki-Emo hat sie mit einem speziellen Duft versehen, damit er sie nicht aus den Augen verliert. Die Person selbst riecht das allerdings überhaupt nicht. Aber egal, wie oft ich mich wasche und umziehe, für meine Umwelt stinke ich weiterhin bestialisch, oder? Dieser Duft wird erst wieder verschwinden, wenn der Yomo getötet wird. Bis dahin bleibt er an dir haften. Das tut mir wahnsinnig leid. Jetzt begreife ich endlich, wieso dieser Yomo so viel wert ist. Der hat ja unglaubliche Tricks drauf. Geht mir genauso. Du solltest dein Geld vielleicht mit anständigen Jobs verdienen und nicht mit solch riskanten. Kann schon sein. Vielleicht stundet mir mein Vermieter ja die Miete ein paar Tage. Halt jetzt sofort die Klappe! Falls ihr vorhabt, euch zurückzuziehen, kommt das nicht in Frage! Was sollen wir machen? Dieser Yomo ist viel stärker, als er aussieht, außer... Du warst es doch, der mich da reingezogen hat. Hör auf damit! Und was soll jetzt aus mir werden? Ich muss morgen wieder zur Schule gehen. Mitsuki! Alles okay? Oh, Bruderherz! Geht es dir gut? Da kriege ich nach einem Jahr zum ersten Mal eine SMS von meiner kleinen Schwester und dann... stinkt sie bestialisch! Sie ist doch deine geliebte kleine Schwester. Kannst du ihr nicht irgendwie helfen? Dieser Gestank! Der Yomo, der Mitsuki angegriffen hat, ist doch nicht etwa ein Obst-Yomo. Du weißt von ihm? Sicher. Meine große Schwester Izumi hat von ihm erzählt. Und durchatmen! Aber ist diese Luft schön frisch! Wir hätten das von Anfang an so machen sollen. Was ist das? Eine magische Kugel. Weißt du, wie wir diesen Yomo töten können? Diese Art von Yomo zeigt großes Interesse an Jungfrauen. Aber es gibt noch was, auf das er reagiert. Mitsuki. Was? Was ist denn? Um ganz ehrlich zu sein, hat es auch was für sich, seine kleine Schwester so abgeschottet zu sehen. Ach, dir geht es auch so? Genau dieser Gedanke schoss mir gerade durch den Kopf. Wenn das hübsche Mädchen da drin jetzt noch eine Brille tragen würde, wäre es einfach nur perfekt. Ja, ich verstehe, was du meinst, aber eine kleine Schwester muss es eben auch sein. Wer hätte gedacht, dass der Tag noch so schön würde? Das verstehen nur wir beide. Ja, genau so ist es. Ja, genau so ist es. Hahaha! Ach, ist die Luft schön frisch. Sie stinkt. Das ist ja nicht auszuhalten. Boah, wie das hier stinkt. Ich geh. Wo kommt das her? Sollten wir nicht Bescheid gehen? Das hat bestimmt schon jemand getan. Na, wofür ich. Meine kleine Schwester ist ein öffentliches Ärgernis. Jetzt reicht's aber. Ich will sofort wissen, wie wir ihn töten können. Ein Song? Genau. Kurz gesagt geht es darum, dass der Jumu genauso wie auf junge Frauen reagiert, wenn sich in seinem Blickfeld Stimmen mit regelmäßigem Rhythmus und darauf abgestimmte Bewegungen abspielen. Du meinst also, dass wir für den Obst Jumu singen und tanzen sollen? Was? So was kann nur Ayakas kleine Schwester sagen. Du bist so klug wie sie. Vielen Dank für das Kompliment. Oh, was für eine reizende Geste. Wäre sie kein Jumu, wäre sie die perfekte kleine Schwester. Da ist ja wieder dein Schwesterkomplex. Ich wünschte wirklich, wir hätten das von Anfang an so gemacht. Hast du dich selbst in einen Schutzwall gepackt? Und? Hast du eine Ahnung, was das für ein Song ist? Ja, klar. Das ist der Song, der schon bei einem früheren Kampf erfolgreich war. Den müsst ihr euch mal ganz genau anhören. Und dazu sollen wir singen und tanzen? Oh je. Und? Ist doch ein toller Song. Und wieso soll es ausgerechnet ein Song sein, den nur du gut findest? Immer mit der Ruhe. Ich kann dir garantieren, dass das genau der Song ist, der beim letzten Kampf offiziell erfolgreich war. Was meinst du mit offiziell? Der Song ist richtig fürchterlich und irgendwie auch voll peinlich. Irgendwie empfinde ich ihn gar nicht so schlecht. Laut den Unterlagen, die ich gefunden habe, leuchtet das Auge des Jumu immer bunter, wenn er den Song hört. Gut, daraufhin wird er immer unachtsamer und schließlich soll es kinderleicht sein, ihn zu töten. Aber bist du dir wirklich sicher... Was? Wir machen es. Echt? Na gut. Okay, dann lasst uns loslegen. Ja. Ich starte jetzt den Song. Hiromi, ich erinnere mich da gerade an was. Woran denn? Kuriyama-san singt fürchterlich schlecht. Hör mal, Aki, da müssen wir jetzt durch. Dies ist ein Lied für dich! Erdass ich dir singe! Wie unpassend. Klappe, das wollte ich gerade sagen. Und was machen wir jetzt? Die Sonne geht schon unter. Ist doch klar. Wir duschen uns fertig und versuchen es nochmal. Oh, bitte nicht. Hey, was sagst du da? Ich ertrag den Gestank nicht! Hey, Kuriyama-san! Es stinkt jedes Mal so fürchterlich. Ich halte es einfach nicht mehr aus. Die ganze Zeit dieser Gestank. Ich kann es einfach nicht mehr riechen. Es stinkt mich an! Ach ja? Was soll ich denn da erst sagen? Bitte komm mir nicht näher! Du stinkst furchtbar! Wieso? Sie hat recht. Wir alle stinken und wollen, dass es aufhört. Und deswegen kämpfen wir weiter. Bruderherz. Dieser Jomo wagt es, die nasse Familie zum Narren zu halten. Das werde ich mir nicht weiter mit ansehen. Niemals! Was er getan hat, ist unverzeihlich! Mir geht's ganz genauso. Wieso stinke ich so dermaßen? In meinem ganzen Leben war ich noch nie so stinkig. Ich schwöre, wir werden diesen Jomo töten! Senpai! Das ist doch nicht meine Absicht gewesen. Kuriyama-san! Lass uns gemeinsam diesen Jomo töten! Und ich werde euch unterstützen! Ja! Also, legen wir los! Dafür werden wir sehr hart trainieren müssen! Jawohl! Wir können jetzt loslegen! Ob das wohl klappt? Wir müssen daran glauben. Diese eine Woche Spezialtraining soll nicht umsonst gewesen sein. Wir kriegen ihn! Genau. Wir haben uns so viel Mühe gegeben. Wir werden es schaffen! So ist es. Er hat keine Chance. Ich als Geisterkrieger schwöre, dass wir ihn töten werden. Ich wünsche euch allen viel Glück! Gut, Leute. Fangen wir an! Jawohl! Ich schalte jetzt mal die Musik an. Alles klar. Wir kriegen das hin. Ich weiß, wir schaffen es. Wir ziehen das hier jetzt durch. Er hat keine Chance. Wir sind unschlagbare... ...Konstars! ...Konstars! Den Maki-reni-tsukanda yakusokuwa... ...Eien-ni-ki-enai-ta-karamono... ...Itsuka miyageta... ...Sorano kanata ni... ...Boku-ra-no-asu-e-to-michibiku... ...Future Star... ...Ja, es funktioniert. Sehr gut. Es klappt. Er kann sein Auge nicht von euch lassen. Er fällt drauf rein! Kimi to tomo ni nagashita nanida Haru de yoru wa kakelu rusei de Negai-koto ga karau no naraba Hitotsu daichina mono wo mamoru yo ...Kisake-ki wa guzen-ja-nai-tou-lilok-no-kestho-de ...Doんな-kura-yam-ni-mou-tsuk-sii-yume-wa-ah-ru-yo Was ist das, was ich jetzt hier? 明日を照らす絆はフューチャーカー 頑張れる 無駄なことはないよ 上を向いて笑おう 一度 君の時だから 今の笑顔 どんな辛い道も いつも 君がそばにいる 辿り着いたときに 何を待っていようと 明日を照らす絆はフューチャーカー エリーの冒険 終わり Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 Dies ist die Erinnerung des Glöckchens Der leere Schatten ist ein furchterregender Jomu Wenn ein Geisterkrieger im Kampf gegen ihn zu schwach ist, wird er von ihm besessen Hör zu Welche Farbe hat der Himmel für dich? Für Mirai-Chan und für mich hat er die Farbe Violett Das liegt an der Geisterkriegerkraft Das Glöckchen hat schon vor langer Zeit Er hat seine Erinnerung verloren Hier, sieh dir das nur an Das passiert doch nicht einfach so Niemals, sind etwa alle CDs kaputt? Ich hätte es wissen müssen Vorgestern Abend, als ich Musik hören wollte Ist was Seltsames vorgefallen Als ich meinen tragbaren Player angemacht hab Hab ich nicht meine Popstars gehört Stattdessen waren sämtliche Folgen von Nackte im Büro drauf Das kann nur Mitsukis Werk sein Außer ihr gibt es niemanden, der in der Lage ist Dir einen so gemeinen und widerlichen Streich zu spielen Was hast du ihr angetan? Ich hab nur heimlich ihre Unterlagen als Bewerbung für die Gruppe HND48 eingeschickt Und wieso hast du sie nicht vorher gefragt, ob sie das will? Also ich hab von der Bewerbung nichts gewusst Sowas in der Art sagen die Mädchen doch andauernd Stell dir doch nur mal vor Wie meine kleine Schwester umgeben von vielen anderen Mädels In der Mitte der Bühne in ihrer süßen Uniform auf den Mikroständer reitet Kann, kann sie dabei auch eine Brille tragen? Nun sei doch nicht so detailversessen Oh, was für ein Anblick Nicht wahr? Hey ihr zwei Perversen Wo ist Koryama-san? Äh, tja Heute ist doch Udon-Tag, sie ist sicherlich Udon-Tag? Das ist eine monatliche Veranstaltung im Udon-Laden Hachi-B 150 Yen Kamage Udon All you can eat Hm Wir müssen übrigens was gegen diese Bonsais machen Andauernd schleppt sie einen neuen an Es sind ganz schön viele Vorsicht Hey, wie oft soll ich euch das noch sagen? Spielt woanders Baseball! Die keift ja wie eine alte Oma Das war unpassend Die Statik ist völlig hin Kann ich dir irgendwie helfen? Nein, ist schon gut Udon, genauso wie ich es vermutet habe Ja, ganz offensichtlich Hä? Oh, das war unpassend Ich denke nicht, aber wenn du meinst Hier sieht's ja aus wie immer Nino-san, ja was machen sie denn hier? Schön sie zu sehen, aber... Nun sei doch nicht immer so fürchterlich unsensibel, Hachi Nino-san kommt doch nur dann hierher, wenn sie über Männer nörgeln will Ach im Ernst? Dieses Mal aber nicht Dieses Mal aber nicht? Schon sehr interessant, wie gut ihr beide harmoniert Verstehe Das ist also das Mädchen, das versucht hat, dich zu töten Ja Tja, ich hatte mir schon gedacht, dass sie die Kleine ist Vor allem nachdem du mir neulich von ihr erzählt hast Was denkst du? Sie stammt aus der Inami-Familie? Und sie hat bereits die Aufnahmeprüfung erfolgreich bestanden Daher gibt es von Seiten der Schule keinen Grund, sie abzulehnen Wenn wir nichts unternehmen, wird sie morgen hierher wechseln Ja, aber... Was können wir tun? Es wäre zwar nicht ganz sauber, aber wenn du Izumi bitten würdest, könnten wir auch jetzt noch den Wechsel ablehnen Die nasse Familie hat großen Einfluss auf der lokalen und der Geisterkrieger-Ebene Kuriyama-san Ich will diese Männer nicht stöhnen, hören, hören, auf! Sicher, dass du richtig entschieden hast? Ja, sie vom Schulwechsel abzuhalten würde doch nicht das geringste ändern Wenn sie mich angreifen will, kann sie das auch außerhalb der Schule tun Ja, das stimmt auch wieder Als ich gegen den leeren Schatten gekämpft habe, dachte ich, dass auch in Sakura irgendwas zur Ruhe kommt So wie bei mir Aber das war falsch Denn solange ich noch am Leben bin, wird in Sakuras Inneren überhaupt nichts zur Ruhe kommen Ich bin nun mal diejenige, die ihre geliebte Schwester Yui getötet hat Immer wenn ich die beiden zusammen sehe, denke ich mir, dass ich das Leben nicht so ernst nehmen sollte Was machen die da eigentlich? Lass mich nur zu und finde es selbst heraus Man sieht es ihnen zwar nicht an, aber sie nehmen das Leben auch sehr ernst Meinst du? Vielleicht irre ich mich Ich bin nicht so gut in sowas Oh, oh nein! Ich hab meine Monatskarte in der Schule vergessen Geht schon mal ohne mich heim! Was denn? Ist irgendwas passiert? Keine Ahnung Geht schon mal ohne mich Was hast du denn hier zu suchen? Was ist das denn? Ah, du bist wach? Willst du vielleicht etwas essen? Willst du etwa weiter schlafen? Sag schon, was hast du hier zu suchen? Ob du es glaubst oder nicht, ich wohne hier. Und wieso liege ich in deinem Bett? Na ja, ganz einfach, weil ich dich hergebracht habe. Du hast mich entführt? Nein, Blödsinn, ich habe dich gerettet. Ja bitte, falls du Hunger hast. Ich muss schon sagen, deine Waffe ist echt besonders. Sogar ich konnte damit einen Jomo töten. Was, du hast sie benutzt? Wir waren in Gefahr. Und hier ist der Jomo-Stein. Das schmeckt nicht. Du musst es ja auch nicht essen. Also echt jetzt. Mit deinem Geschmacksinn stimmt doch irgendwas nicht. Was, was tust du da? Die Waffe wird stärker, wenn ich ihr Jomo zu fressen gebe. Ist das der Grund, warum du herumreißt und Jomo tötest? Damit du Kuriamasan töten kannst? Was hat das eigentlich für einen Sinn, wenn du sie umbringst? Wenn ich Mirai Kuriyama töte, wird die Waffe mir gehören. Moment mal, sie gehört dir gar nicht? Nein, ich verwahre sie nur. Unter der Bedingung, dass ich damit Mirai Kuriyama umbringe. Von wem hast du sie? Von einem Mann? Was, du weißt es nicht mal? Meine große Schwester wollte eine mächtige Geisterkriegerin werden. Und um das für sie zu erreichen, brauche ich unheimlich viel Kraft. Aber kannst du damit auch umgehen? Braucht man denn nicht auch eine Menge Geisterkriegerkraft, wenn man diese Waffe nutzen will und sie immer stärker werden soll? Als ich sie vorhin in der Hand hatte, spürte ich, wie sie mir enorm viel Energie abgesaugt hat. Hm? Senpai, ich bin's, Mirai! Ja, Kuriyama-san! Lass das! Willst du etwa mein Zuhause zerstören? Ist mir völlig egal. Mag ja sein, mir aber nicht! Senpai? Ähm, entschuldige, ich bin grad im Bad! Sekunde noch! Gib sie mir wieder! Senpai? Ja! Versteck dich hier drin! Du willst doch nicht in diesem erschöpften Zustand gegen sie kämpfen, oder? Entschuldige nochmal, was ist denn? Nichts! Du hast vorhin nur das hier im Clubraum liegen lassen! Oh, das war mir noch gar nicht aufgefallen! Vielen Dank! Hast du etwa Besuch? Ja? Wer ist es denn? Nein, niemanden! Es ist nicht so, wie du denkst! Wirklich nicht! Senpai, du bist doch Einzelkind, nicht? Du hast keine kleine Schwester, keinen kleinen Bruder, keine kleinen Cousinen, nicht wahr? Diese Schuhe, die gehören ganz eindeutig einem jungen kleinen Mädchen! Ist das falsch? Wenn ein Oberschüler allein lebt, ist sowas zu machen vielleicht für ihn nochmal! Aber ich finde das ganz schön unangemessen! Im Ernst, ich finde das sogar ausgesprochen unangemessen! Wenn du das postest, wirst du wieder mit unerwünschten Kommentaren überschüttet! Wer ist bei dir? Äh... Ich schätze, es ist Mitsuki Senpai! Ich hab recht, oder? Meinst du, ich leg nicht mit, wie ihr euch hinter meinem Rücken über mich lustig macht? Das stimmt doch gar nicht! Und nein, Mitsuki ist nicht viel! Also Ayaka-san, oder Aijan? Nein, das kann nicht sein, die beiden sind doch Yomu! Hör endlich auf, damit deine Fantasie geht mit dir durch! Ahhhh, doch nicht Edwani-Nomia-Sensei! Nein! Und wer ist es dann? Ahhhh! Hihihi, Hiromi-Senpai! Geht es doch weiter, als Akih, deine Flanke ist so schön warm! Das ist unanständig und unpassend! Eine unpassende Unanständigkeit! Jetzt reicht's mir aber! Also, wer ist es nun? Naja, es ist Sakura. Sakura? Zwei, drei, fünf, sieben Schafe, sieben Schafe, elf Schafe. Beruhige dich. Bitte unterbrich mich nicht. Elf, dreizehn, siebzehn Schafe, die nächste Primzahl ist... Sie war verletzt und ist umgekippt und ich habe sie nur hierher gebracht und ein klein wenig verarztet. Was? Sakura? Mirai Koryama? Guten Morgen zusammen. Ich möchte euch eine neue Schülerin vorstellen. Ich bin Sakura Inami. Aki, oder soll ich lieber Spanner zu dir sagen? Ich habe dir doch gesagt, dass ich hier nur aufpasse. Ich mag's überhaupt nicht, wenn die Mädels am Pool sind. Wieso nicht? Sowohl Koryama-san, der Brillen gut stehen, als auch alle anderen Mädchen, denen Brillen stehen, nehmen sie hier immer ab. Aber dafür tragen sie doch Schwimmbrillen. Das ist doch nicht dasselbe! Es macht mich echt fuchsteufelswild, wenn die Leute immer behaupten, dass Schwimmbrillen doch sowas ähnliches wie richtige Brillen wären. Von einem Geisterkrieger? Ja. Und ich befürchte ja, sie hat sich die Waffe nur geholt, um ihren Mangel an übersinnlichen Kräften zu kompensieren. Dass sie so weit geht. Mirai-chan! Ja, was ist? Sakura-san macht sich doch richtig gut, nicht wahr? Es sagen zwar alle, sie wäre unnahbar, aber wenn man erstmal mit ihr spricht, macht sie nicht mehr den Eindruck, als sei sie ein böses Mädchen. Ja, das stimmt. Sakura? Also, wir gehen dann mal los. Ich warte auf euch und mache euch was zu essen. Mehr kann ich leider nicht für euch tun. Sakura, du bist wirklich toll, weil du Sachen machen kannst, die wir nicht können. Verstehe. Und das hat sie gesagt? So ungefähr. Doch Kuriyama-san möchte den Streit so schnell wie möglich beenden. Misch dich da lieber nicht ein. Ja, das ist mir auch klar. Jetzt regnet es schon wieder. Ich habe schon einen Bannkreis gezogen. Aber dieser Bannkreis ist viel zu schwach. Ich werde dein Blut auslösen. Es ist erstarrt? Ja! Und jetzt werde ich... Ich habe immer geschwankt, ob ich nicht durch deine Hände sterben soll. So dachte ich damals. Aber als ich den leeren Schatten tötete, habe ich es verstanden. Ich werde es immer bereuen. Einen Menschen umzubringen, jemanden in den Tod zu treiben, das kann man einfach nie wieder gut machen. Ich kann nicht zulassen, dass du mich mit eigenen Händen umbringst. Das hätte Yui auch nicht gewollt. Nimm du nicht den Namen meiner Schwester in den Mund! Sie wird stärker? Ja. Und dann sagte sie noch, wenn sie sie Yomu absorbieren lässt, würde die Kraft ihrer Waffe immer stärker. Von sowas habe ich noch nie gehört. Aber wenn es jemand einsetzt, der keine speziellen Geisterkrieger-Kräfte besitzt, dann... ...wird er letzten Endes... ...vernichtet werden. Du scheinst eine ganze Menge Jungen mit dieser Sense getötet zu haben. Aber es war nutzlos. Bei unserem letzten Kampf habe ich meine wahre Kraft unterdrückt, um sie für den leeren Schatten aufzusparen. Ich sage es dir ganz offen, du kannst niemals eine Geisterkriegerin werden. Oh! Du besitzt einfach nicht die Kraft dafür! Ich lebe mein Leben als Geisterkriegerin! Auch für dich, Sakura! Und für Yui! Ich stelle dich mal mit Meisterkriegherder! Nein! hai... ...Kakuma! ...Kakuma! Ahh... Bewegt dich keinen Millimiter! h�... Ah! Du findest meine Kraft beneidend? Ich, nein, vor allem Yui hat immer gesagt, du wärst diejenige, die man beneiden müsste. Meine Schwester hat das gesagt? Deshalb wäre es schön, wenn du einfach nur Sakura bleiben würdest. Die Sakura Inami, die wir kennen. Lass uns heimgehen. Das ist die Erinnerung des Glöckchens. Zweifel und Ratlosigkeit. Ich verlor mich selbst aus den Augen. Ich mühte mich verzweifelt ab. Jedes Mal, wenn ich das Glöckchen gehört habe, habe ich mich abgemüht. Und ich fragte mich die ganze Zeit, wo mein wirkliches Zuhause ist. Im Nachhinein wusste ich die Antwort schon immer. Aber so richtig habe ich es erst begriffen, als sie mir den Weg nach Haus gezeigt hat. Endlich kannte ich den Ort, an dem ich leben wollte. Das ist meine Lieblingserinnerung an das Glöckchen. Um ähnlich zu sein, bin ich wahrlich kein Freund davon, Kinder hinters Licht zu führen. Naja, ich denke, du hast langsam mehr als genug gefressen. Gut, dann mache ich mich mal auf und reaktiviere den leeren Schatten. Ich denke, es wird Zeit, dass du mal ein bisschen abnimmst. Oh, versteck dich. Isuminisama, du bist noch auf? Wie ungewöhnlich. Was ist das? Die Windstille kommt. Die Windstille? Die Zeit der Stagnation, wo alles zum Stillstand kommt. Und dann kommt der von jenseits der Grenze. Die Windstille? Die Windstille? Die Windstille? Die Windstille? Die Windstille? Aber es wird wiederholfen, dass wir uns wiederholfen haben. Wir werden uns nicht mehr überlegen, dass wir uns wiederholfen, dass wir uns wiederholfen, dass wir uns wiederholfen haben. Ich will never sagen goodbye. Es ist so, dass wir uns wiederholfen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ich möchte, dass Sie mich ein bisschen an Ihnen üben lassen. Es ist schon etwas her, dass ich es an einem Menschen benutzt habe. Was? Was denn? Ich werde es auch gleich wieder rückgängig machen. Was? Nein! Hilfe! Machen Sie es sich bequem. Wenn die Windstille kommt, wird sich die Lage ändern, sagt man. Bist du dir da sicher? Ich habe einen Plan. Und bei der Ehre der Nasse-Familie schwöre ich, dass ich ihn ausführen werde. Die Windstille kommt. Die Zeit der Stagnation, wo alles zum Stillstand kommt. Und dann? Das war's für mich. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Los, zieh dich schnell an Eigentlich habe ich nur die Schule gewechselt, um dir besser auflauern zu können, Mirai Da sich das ja jetzt erledigt hat, muss ich doch auch nicht mehr dorthin Hier, deine Uniform Hör mal Wir haben jetzt keine Zeit zum Quatschen Oh Mann, was hast du nur mit deinen Haaren gemacht? Das musst du gerade sagen, Mirai Was? Auch untenrum Das war unpassend Gute Nacht Ah, steh sofort auf Und darum seid ihr so spät dran? Ja, aber du kannst mir glauben, das war nicht meine Schuld Sakura ist so ein Morgenmuffel Das ist total verfilzt Bitte zieh doch nicht so brutal, das tut weh Senpai? Er schläft schon am Morgen wieder ein Senpai! Ist alles in Ordnung mit dir? Oh, tut mir leid Was warst du denn da? Was warst du denn da? Sorry Glaubst du, eine Entschuldigung reicht, um mit allem durchzukommen? Das tut weh Außerdem Senpai? Bin ich schon wieder eingeschlafen? Was ist los mit dir? Bist du etwa die ganze Nacht aufgewiesen? Tja, ehrlich gesagt Hab ich mir ganze sieben Stunden lang überlegt Ob die eine Brille mit oder ohne Rand besser stehen würde, Kuriyama-san Das waren sieben verschwendete Stunden Genug jetzt Wie kannst du mich nur so überraschen? Wir müssen los, unser Zug ist da Die Abschlussprüfungen stehen vor der Tür Und daher wisst ihr auch sicher, warum wir jetzt nochmal diese Reiten durchnehmen Sakura! Und obwohl ich eine außerordentlich nette Lehrerin bin, wissen wie jedes Jahr einige Mitschüler meine Hilfsbereitschaft Sakura! Nicht zu schätzen Ach ja, da ich ab morgen etwa eine Woche aus persönlichen Gründen beurlaubt bin, nutzt die Chance und fragt mich heute noch, was ihr wissen wollt Persönliche Gründe? Heiraten sie etwa? Stirb! Stirb! Eine Million Mal! Das ist brutal Das gelst ja schon an verbale Prügelstrafe Dann verklag ich dich wegen sexueller Belästigung einer Lehrerin Denk nicht, dass ich Rücksicht nehme, nur weil du ein Oberschüler bist Sie nimmt das viel zu ernst Die Windstille kommt Was? Deshalb ist sie so Die Windstille Genau! Endlich, endlich ist die Windstille da Aber vorher muss ich noch was ganz Wichtiges loswerden Akun, wie ich gehört hab, hast du dein Versprechen gebrochen und dich dem leeren Schatten genährt Ich bin ja sowas von sauer auf dich Wäre ich jetzt bei dir, dann würde ich platzen vor Wut Erstaunlich, wie sie es schafft, mit jeder Postkarte einen anderen Charakter anzunehmen Sie sind alle ein Spiegel ihrer selbst Ja! Könnt ihr mal bitte aufhören, sie zu analysieren? Und du, Kuriyama-san, was soll denn dieser Aufzug? Du, 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 du weißt doch, ich arbeite hier Und mir hat vorher niemand gesagt, dass ich sowas tragen muss Gut, dass ich Sakura schon nach Haus geschickt habe Das ist unpassend Sowas von unpassend! Akun, wann bist du eigentlich mir gegenüber so rebellisch geworden? Wo ist nur der unschuldige Akun hin, der heimlich die Seiten mit den neugten Brillenmodels aus dem Porno-Heften riss, die er von seinen Freunden geborgt hatte? Diese Seiten waren doch immer dein größter Schatz Das macht mich wirklich traurig, dass du ein Junge geworden bist, der seine Versprechen nicht hält Ich bin am Boden zerstört Nack, 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 nack Ich bitte euch, so klingt doch keine Katze Daran zeigt sich, dass sie nicht mehr die Jüngste ist Ihr solltet doch aufhören, sie zu analysieren Dein Verhalten regt mich so auf, dass jetzt schon der Speicher fast voll ist Lass uns also zum Grund meiner Karte kommen Die Windstille kommt! Jawohl, die Windstille kommt! Hast du's gehört? Die Windstille kommt! Die Grenze zwischen genial und peinlich ist manchmal außerordentlich schmal Jetzt hör schon endlich auf! Diesmal musst du wirklich vorsichtig sein Hast du gehört, Akun? Pass auf dich auf, versprich mir das! Was denn? Das war schon alles? Na ja, also es heißt, dass wenn die Windstille kommt, die Kräfte der Jomo abnehmen werden Sie nehmen ab? Ja, richtig! Ich weiß zwar nichts Genaues, aber laut den Aufzeichnungen, die ich gefunden habe scheint die Lebenskraft, die die Jomo von Haus aus besitzen, durch die Windstille extrem abzunehmen Das freut wiederum die Geisterkrieger, weil sie dadurch in der Lage sind, Jomo zu besiegen, die sie normalerweise nicht töten könnten Aber was hat das mit mir zu tun? Warum soll ich vorsichtig sein? Hast du es etwa vergessen? Du bist doch ein Halbjomo Wenn die Kräfte der Jomo schwinden, wer weiß dann schon, was in der Zeit mit dir passiert kann, Barakun Was kann denn passieren? Da Halbjomo äußerst selten sind, kann ich es nicht mit Gewissheit sagen Aber natürlich kann es sein, dass er währenddessen nicht mehr unverwundbar ist Ja, ich verstehe Wenn dann ein Geisterkrieger Aki entdecken würde, könnte es sein, dass er ihn angreift Ich kann mir vorstellen, dass deine Mutter genauso denkt Wenn die Informationen stimmen, wird die Windstille nicht vor Mitternacht in die Stadt kommen Vielleicht geht es ja nur mir so, aber ich finde, dass die Luft sich irgendwie schwer anfühlt Ich empfinde sie nicht als schwer, sondern einfach als still Windstille, was für ein passender Name In so einem Moment sollte man seine kleine Schwester an die Hand nehmen und mit ihr nach Hause gehen Sie ist aber schon längst verschwunden Aber wieso nur? Vielleicht hatte sie keine Lust auf Händchen halten Und wieso nicht? Vielleicht mag sie dich einfach nicht Warum denn nicht? Weil du dich immer so komisch verhältst Oh, Senpai, ich hab doch glatt vergessen, dass heute im Supermarkt die Bentos im Angebot sind Ich muss mich beeilen Ja, alles klar, bis dann Aki, das solltest du echt ernst nehmen Ich hab da nämlich so ein Gefühl Meinst du Liebe? Liebe? Willst du nicht einsteigen? Ich kann dich nach Hause fahren Das ist die Windstille Was wollen sie von mir? Tja, ich habe mir gedacht, wir sollten uns vielleicht mal ein bisschen unterhalten Zum Beispiel über das, was du gesehen hast Ist das da der Jomo? Ja, es gibt eine größere Anzahl von sehr starken Jomo Die genauso wie der leere Schatten keine physische Gestalt besitzen, verstehst du? Es heißt, dieser Jomo sei durch einen langjährigen Prozess entstanden Als der freigesetzte Hass und die Verkrümmungen der Herzen von unzähligen Menschen Für lange Zeit durcheinandergewirbelt wurden Konnte er diese Gestalt annehmen Wenn man ihn ignoriert, führt das zur Zerstörung der Welt Auch der Ausbruch von Krankheiten, Naturkatastrophen und Kriegen Ist angeblich dem Einfluss dieses Jomo zu verdanken Man nennt ihn auch den jenseitigen Kyokai no Kanata Kyokai no... Aber dankenswerterweise ist bisher nur ein kleiner Teil von ihm hier aufgetaucht Er zeigt noch keine Auswirkungen Ich verstehe immer noch nicht, wieso sie mir all das erzählen Der Geisterkriegerverband überwacht diesen Jomo schon seit längerer Zeit Und wir vermuten, dass die nasse Familie Informationen besitzt, die sie nicht mit uns teilt Ich hatte die Hoffnung, dass du mir zu diesem Thema etwas sagen kannst Aber offensichtlich hat man das Küken der Familie überhaupt nicht eingeweiht Haha Yaki-Imo? Ah! 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 Da hab ich mich wohl geirrt! Fangen Sie fort! Erklären Sie mir, wie sieht der Plan aus, um diesen Kyokai no-mu auszulöschen? Die nasse Familie will das doch nicht heimlich allein durchführen In der Hinsicht hält sie sich auch sehr bedeckt Deine große Schwester ist zu ängstlich Aber... Hm, willst du's wirklich wissen? Yaki-Imo Äh, entschuldige Ich habe interessante Informationen über Mirai Kuriyama herausbekommen Über Kuriyama-san? Laut meinen Nachforschungen hat die Inami-Familie nach dem Tod ihrer Tochter Yui versucht, die Verantwortliche dafür, Mirai Kuriyama umzubringen Rate mal, wer das verhindert hat Deine große Schwester Isumi Nase Und Sie denken, es gibt einen Zusammenhang zwischen diesem Ereignis und dem Kyokai? Keine Ahnung Aber wäre es nicht interessant, den Grund herauszufinden, wenn es so wäre? Ah! Ah! Aniki! Oi, oi, oi Interessant, dass du deine kleine Schwester bis hierher verfolgst Hast du sowas wie ein Schwesterkomplex? Sowas wie? Das ist eine Verleidigung! Ach so Was wollen sie von ihr? Frag doch deine kleine Schwester Danke für diesen köstlichen, emotionalen Ausbruch Was, was hat er denn? Akihito-kun Aber das Auto hat dich doch überfahren Wieso bist du denn nicht verletzt? Oh, also das Töte mich nicht! Was? Ich bitte dich! Bring uns bitte nicht um! Aber, wieso sagst du denn sowas? Warum sollte ich euch töten? Ah! Misumi-san Du bist sehr erschöpft, nicht wahr? Warum bist du in diesem Zug? Hm Ruhe dich doch noch weiter ein bisschen aus Danke, dass Sie mit uns gefahren sind Hananodera, Hananodera Bitte achten Sie darauf, dass Sie nichts vergessen Womöglich ist das ja nur eine Auswirkung der Windstille Aber ich befürchte, nicht nur sein Jomo-Anteil ist geschwächt Sondern auch sein menschlicher Anteil ist von dieser Schwäche betroffen Gibt es denn nichts, was wir tun können, damit es ihm besser geht? Es gibt Möglichkeiten, seinem menschlichen Anteil oder seinem Jomo-Anteil zu helfen Aber da Kanbarakun ein Halbjomo ist Um ehrlich zu sein, bin ich überfragt Ich weiß auch nicht, was jetzt das Beste für ihn ist Senpai! Da das Kiba ihn so quält, habe ich hier kaltes Wasser für ihn Oh, das mache ich, okay? Am besten, ihr beide geht jetzt nach Hause Aber... Während der Windstille dürfen wir sowieso nicht vor die Tür Und es hat auch keinen Sinn, hier zu bleiben Und Kanbarakuns schlafendes Gesicht zu beobachten, oder? Ja, das ist richtig, aber... Musst du morgen früh nicht wieder zur Schule? Weißt du, wann sich Mirai und Kanbarakun-Senpai ungefähr kennengelernt haben? Naja, so genau weiß ich das auch nicht Aber ich glaube, sie haben sich erst kurz, nachdem Mirai hier angekommen ist, kennengelernt Es ist bald soweit Pass bitte gut auf dich auf, Ai Ja Der Köder ist gelegt Ich denke, die Zeit ist jetzt reif Auf diesen Moment habe ich seit Ewigkeiten gewartet Ich weiß, das werde ich nicht der nasse Familie überlassen Now it's... Wer hätte gedacht, dass gleich so viele auf einmal auftauchen werden Na dann mal los Das ist unfair, den wollte ich mir echt schnappen So ein Mist Schenke ich dir Was hast du denn hier zu suchen? Das ist... Isumi Isumi Nasse Sie ist ein Biest Versucht lieber, euch von ihr fernzuhalten In dieser Region ist die Macht der nasse Familie absolut Es ist schon öfter vorgekommen, dass feindliche Kräfte versucht haben, Keile zwischen die Familienmitglieder zu treiben, um sie so gegeneinander aufzuwiegeln Dann war also alles, was Miroku Fujima mir erzählt hat, nichts weiter als eine Lüge? Das kann ich dir nicht sagen Aber wir können diese Möglichkeit nicht ausschließen Unsere große Schwester Isumi hat mir früher schon mal gesagt, ich solle mich vor dem Geisterkriegerverband in Acht nehmen Der Verband und die nasse Familie trauen einander nicht über den Weg Wieso hast du da nicht interveniert, als ich neulich Kuriyamas an den Geisterkriegerverband erklärt habe? Weil sie solche Informationen überhaupt nichts angeben Außerdem kenne ich auch keine weiteren Details, ich hab dir alles gesagt, was ich weiß Ich gehe zu Isumi Nesama und frage sie Sie wird so tun, als wüsste sie von nichts Dann musst du irgendwas unternehmen, sie ist doch deine große Schwester Dasselbe gilt wohl auch für dich, sie ist ja auch deine große Schwester Die Nachricht ist von Kuriyama-san, hast du sie auch? Aki ist offenbar Ein Jumo? Dann hier noch 280 Yen Das kostet 350 Yen Und 10 Yen Macht insgesamt 1870 Yen So viel? Vielen Dank für deine Hilfe Ich war in Gedanken versunken, daher... Schon okay Aber was ist mit Kambara-senpai? Hä? Frag Ayaka nochmal Ich bin sicher, sie wird dir erlauben, bei ihm zu bleiben Ja, aber... Was soll ich machen? Ich kann nicht das Geringste für ihn tun Und trotzdem, möchtest du bei ihm sein? Das war unpassend So wie du das sagst, meinst du das doch wohl nicht ernst Meine Schwester hat das auch immer zu mir gesagt Das war unpassend Diesmal klingt es schon viel ernsthafter Woher willst du das denn wissen? Niemand kann dich aufhalten, wenn du wirklich bei Kambara-kun sein willst, Mirai Das, das hat doch damit nichts zu tun, dass ich bei ihm sein will oder so Ich will nur für ihn da sein Kambara-senpai steht nun mal auf Brillen Ich sage dir, das siehst du völlig falsch Er ist nur immer ganz normal zu mir Obwohl ich aus dem Clan mit dem verfluchten Blut komme Und obwohl ich solch große Kräfte besitze Behandelt er mich wie einen normalen Menschen Von Anfang an Die ganze Zeit über Was für ein Glück, dass ihr euch Getroffen habt Das war echt unpassend Auch dieses Mal hast du es nicht so gemeint Ja, John Du gehst sofort ins Hausei Wie kann ich denn jemandem vom Geisterkriegerverband helfen? Hätte nicht gedacht, dass sie mich entdecken Das kann nur ein Jomo, der schon gegen Geisterkrieger gekämpft hat Soll das etwa heißen, dass sie hier sind, um gegen mich zu kämpfen? Aber nicht doch Ich bin nur hier, um ihr ein Bild von der Lage zu machen Aber so wie es aussieht, bleibt mir keine Wahl Ich nehme Akihito Kambara-kun in meine Obhut Ich bitte sie, ihn mir zu übergeben Sagen Sie erstmal, warum Sie ihn haben wollen Wissen Sie, ich habe mein Wort gegeben Dass ich mich um Kambara-kun kümmere Ich habe keine Zeit, Ihnen das zu erklären Und selbst wenn ich es täte Bezweifle ich, dass Sie mir glauben würden Glauben Sie wirklich, ich würde Ihnen Kambara-kun einfach so ausliefern? So, so, Sie sind um einiges größer, als ich es mir vorgestellt habe Wie gut, dass wir gerade mitten in der Windstille sind Sie können mir nicht entkommen So viel Kraft, selbst während der Windstille, beeintrocknet Aber wie wär's damit? Sie sind aber früh dran Stehen Sie etwa auf Frauen, die Sie warten lassen? Stehen Sie etwa auf Frauen, die Sie warten lassen? Stehen Sie etwa auf Frauen, die Sie warten lassen? Stehen Sie etwa auf Frauen, die Sie warten lassen? So viel Kraft! So viel Kraft! Es tale ist sie, sie wurden schon mit einem neuen Ich bin in der Windstille, beeindruckt Es wird jederzeit, dann hearten der Windstille, beein' Bezweifle ich noch keine Zeit für dich, als ich möchte, als ich300� spiele übernehmen Das ist so sehr. So, so, Sie sind ja doch um einiges größer, als ich es mir vorgestellt habe. Wie gut, dass wir gerade mitten in der Windstelle sind. Meinen Sie, Sie können mir entkommen? So viel Kraft selbst während der Windstelle? Beeindruckend, aber wie wär's damit? Aya-chan? 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 Aya-chan-chan? Aya-chan-chan! mask.. Diese Sache wird sich nicht in ihrem Sinne entwickeln. Das werden wir ja noch sehen. Aya-chan? Ich habe die Lichtpartikel manipuliert. Auch ich habe meine Hausaufgaben gemacht, wie sie sich nicht. Werden Sie vom Geist der Kriegerverband unterstützt? Verdammt! Senpai! Ayaka-san! Isumi-san! Senpai? Izuki! Wir müssen den Schutzwall mit einem Mal zusammenziehen, aber deine Kraft darf nicht nachlassen! Konzentrier dich! Du musst jetzt das Level halten! Alles klar, verstanden! Werden diese blöden Yomu denn in der Windstille nicht schwächer? Dieser Yomu eben war ein Gegner, mit dem normalerweise selbst A-Klasse Geisterkrieger hart kämpfen müssten. Vermutlich haben ihn übermütig gewordene Geisterkrieger unnötigerweise hergerufen, um ihn während der Windstille zu töten. Danke! Yagi-emo! Von unserer großen Schwester Isumi. Die Tür ist abgeschlossen. Sieht nicht so aus, als ob er gleich wiederkommt. Darf ich mal? Aber wieso verwandelt sich Akihito zum Yomu? Als Akihito-Senpai umgekippt ist, hat Ayaka-san gesagt, dass auch sein menschlicher Anteil extrem geschwächt sei. Vielleicht hat er sich verwandelt, weil sein menschlicher Anteil noch mehr Kraft verloren hat, als sein durch die Windstille geschwächter Yomu-Anteil. Auf jeden Fall sieht es so aus, als hätte sein Yomu-Anteil jetzt die Kontrolle übernommen. Ja, das würde erklären, wieso der zum Yomu gewordene Akihito vorhin deutlich schwächer gewesen ist als früher. Und darum ist er geflohen. Das wollte ich nicht! Oh, Nummer 135? Von 30? Gesamtpunkt zahlt 83 Punkte. Auch wenn sie eine Mystik hat, die von diesem Gewissen etwas kommt, welches schöne Mädchen mit Brille haben, ist ihr Ausdruck zugekünstelt und lässt Natürlichkeit vermissen. Das ist so unpassend! Guck doch mal in die da drüben rein! Dieser Perversling! Zu traurig, dass dies das wahre Gesicht eines auf dieser Welt so seltenen Halbjomus ist. Man sollte nicht so vorschnell urteilen, vor allem weil wir seine Wohnung ohne seine Erlaubnis durchsuchen. Aber das geht einfach zu weit! Für Kuriyama-Sans Geburtstag. Das ist unfassend! Ich sorge dafür, dass wir mitkriegen, wenn hier jemand ungebeten auftaucht. Was ist das? Etwa noch ein Yomu? Haltet euch zum Kämpfen bereit, und zwar alle drei. Er könnte vielleicht hier sein. Ja! Mitsuki, lass dich zurückfallen. Schon verstanden. Ist das die Antwort, die du erwartet hast? Das hier ist kein Spiel. Wenn mein Leben in Gefahr ist, werde ich schon fliehen. Ich frage mich viel mehr, was wir machen sollen, wenn wir gegen ihn kämpfen müssen. Wir werden das machen, was wir sonst auch immer machen. Darauf sollte Aki vorbereitet sein. Aber erinnerst du dich, was Akihitos Mutter gesagt hat? Sie hat ihn vor der Windstille gewarnt. Wenn wir wie damals gegen Akihito kämpfen und ihn wieder dermaßen verletzen. Dann wird er... Was ist denn das? Ist das Akis Werk? Ja, vielleicht. Ist er vielleicht noch in deinem Heer? Ich bin mir nicht sicher. Hiromi, ein Schutzwall. Ja. Ähm... Sollten wir nicht lieber Akihitos Henpai suchen? Also... Was ich jetzt sage, ist nur meine persönliche Meinung. Ihr könnt das anders sehen, und ich kann auch niemanden dazu zwingen. Aber ich sage es euch, weil ich glaube, dass es so am besten ist. Kuriyama-san, in dem Augenblick, in dem du Akihitos Kun entdeckst, musst du ihn umbringen. Mirai? Ja? Willst du für immer in der Dusche bleiben? Entschuldige. Durch die Windstille ist die Balance zwischen dem menschlichen und dem Jomo-Anteil in Akihito komplett durcheinander geraten. Ist er nach der Windstille immer noch in diesem Zustand, sollten wir davon ausgehen, dass sein Jomo-Anteil, der jetzt an der Oberfläche liegt, Akihitos Kuns menschlichen Anteil komplett vertreiben und unterwerfen wird. Wenn es dazu kommt, bedeutet das, dass er ein extrem starker Jomo ist, der auch noch unverwundbar ist. Akihitos Kun wird seine menschliche Hälfte komplett verlieren und als Jomo von allen gehasst werden. Und aus diesem Grund? Ich gebe zu, das ist alles nur Spekulation. Und es muss nicht unbedingt so kommen. Aber wenn, wenn das passiert, was ich eben gesagt habe, dann kann ihn niemand mehr aufhalten. Du musst dich jetzt entscheiden, was du tun willst. Während der Windstille verliert er seine Eigenschaft der Unverwundbarkeit. Du kannst ihn nur während der Windstille töten. Das kann doch einfach nicht wahr sein. Du lässt unsere Wasserrechnung explodieren. Spinnst du? Was soll denn das? Endlich redest du wieder mit mir. Was? Hast du zufällig Hunger? Äh, im Moment nicht. Irgendwas ist doch mit dir passiert. Warum sagst du denn sowas? Warum... Warum sollte irgendwas passiert sein? Etwa bloß, weil ich mal nicht hungrig bin? Weine nicht. Sieh dir sofort was an. Das ist eblich. Nur eine kleine Schwester hat wohl das Recht, einfach reinzukommen und so etwas zu sagen. Ich würde gern wissen, was du darüber denkst, Aniki. Worüber? Über das, was Isumi zu uns gesagt hat. Was soll ich darüber denken? Aber sie will, dass Kuriyama-san Akihito umbringt. Das ist unfassbar. Bedenkt man die Situation, kann ich sie sogar verstehen. Wenn das so ist, solltest du es besser tun, Aniki. Wäre ich dazu in der Lage, würde ich es tun. Aber, obwohl wir uns mitten in der Windstille befinden, gibt es nur eine Person, die die Kraft dazu hat. Nur Mirai Kuriyama kann Akihito töten. Aniki. Viel wichtiger ist... Was ist denn wichtiger? Ach nichts. Dank dieser Methode wird der Kyokai in ein bis zwei Tagen erledigt sein. Ich zähle auf dich. Schon wieder ein Bericht, Isumi? Ja. Ich befürchte, die nasse Familie ist zu groß geworden. Das bereitet mir Kopfzerbrechen. Geh bald schlafen. Ich hab Miroku Fujima getroffen. Und? Wofür benutzt du Mirai Kuriyama? Was erhoffst du dir davon? Anfangs wollte ich es nicht glauben. Aber als ich gesehen habe, wie du mit dir umgegangen bist, hat sich meine Meinung geändert. Irgendwas bringt sie dazu, auf dich zu hören und Aki umzubringen. Und dann ist da noch, dass Aki zu einem richtigen Jomu wird. Ich frage mich, wieso sein menschlicher Anteil so extrem schwach geworden ist. Das passt irgendwie nicht. Isumi Nesan, liegt es vielleicht daran, dass du seinen menschlichen Anteil mit einem Eisbahnkreis geschwächt hast? Hey, Isumi Nesan! Nimm dich in Acht. Der Geisterkriegerverband plant die Entmachtung der nasse Familie. Sieh an, sieh an. So langsam wird die ganze Sache wirklich unterhaltsam. Du hättest dich nicht zwingen müssen, hierher zu kommen. Hier zu sein ist deutlich angenehmer, als allein zu Hause rumzuhängen. Erzähl, was ist passiert? Irgendwann erzähle ich's dir bestimmt. Sakura! Kuriyama-san! Hiromi-senpai! Hast du ihr auch wirklich nichts erzählt? Nein! Erstens betrachte ich sie nicht als Geisterkriegerin und zweitens ist es so einfacher für mich. Du solltest dich mal umdrehen. Ist das etwa... Ja. Es ist vermutlich ein Teil des Kyukai no Kanata. Kyukai no Kanata. Bitte bring Paki nicht um. Was? Ruf mich sofort an, wenn du ihn findest. Kuriyama-san. Wirst du... Vergiss es. Als ich Akihito-senpai hier das erste Mal getroffen hab, weißt du, was er da zu mir gesagt hat? Im Ernst? Ich liebe Mädchen mit Brillen! Ich hab mich gefragt, ob dieser Kerl völlig verrückt ist. Ich dachte, was redet dieser Yomu da nur für ein wirres Zeug zusammen? Das klingt ganz nach Aki. Ich wünschte, ich hätte ihn niemals getroffen. Hätte ich gewusst, was da auf mich zukommt, wäre es besser gewesen, ihn nie kennengelernt zu haben. Als ob es jemand auf mich abgesehen hätte. Vielleicht bin ich... Vielleicht bin ich ja wirklich ein verfluchtes Wesen. Die Wesen dass ich dich herbestellt habe. Schon okay. Für mich steht fest, dass Isuminesan Mirai Kuryama dazu bringen will, dass sie Aki umbringt. Aber aus welchem Grund? Inwiefern profitiert die nasse Familie von Akis Tod? Weil sie so einen unverwundbaren Halbjomo beseitigt? Nein. Dazu bedarf es nicht eines solch komplizierten Plans. Jenes Phänomen? Jenes Phänomen, das als ein Teil des Kyokai beschrieben ist. Das kann nicht sein. Bisher ist nur ein Teil des Kyokai aufgetaucht. Das heißt, dass ein Rest irgendwo existiert. Und dieser Teil ist unglaublich stark und besitzt eine überwältigende Kraft. Der ultimative Jomu, der den Weg zur Zerstörung der Welt weist. Wenn solch ein Jomu existiert, es gibt nur einen, auf den diese Beschreibung passt. Verdammt, Aki. Habe ich mir doch gedacht, dass ich das hier finde. Sie Bastard! Du brauchst dir keine Sorgen zu machen. Heute bin ich nur hier, um mir die Kraft des leeren Schattens aus dem Jomu-Stein zu holen. Geh! Geh! Senpai! 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 Ja, hallo? Mirai, sag mir, wo du gerade bist. Ich stehe direkt vor Akihito-Senpai. Du wirst Aki töten, hab ich recht? Ja. Das war von Anfang an dein Plan, nicht wahr, Kuriyama-san? Ja. Hey, was ist da bei dir los? Anno! Ja! Nein! Er löscht einfach meine Spezialkräfte aus! Ja! 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 Sehe ich für dich etwa wie ein normaler Mensch aus? Kuryama-san! Töte ihn. Du wirst Aki töten. Daro. Lass uns leben. Du wirst. Du wirst. Du wirst. Du wirst. Du wirst. Du wirst. Ich kann sage, ich mache Leben. Du wirst. Ich kann die Wahrheit lieben. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Mein Name ist Iso Minasse. Ich rufe an, weil ich etwas Wichtiges mit dir besprechen will. Akihito ist gestorben. Vor etwa zwei Wochen. Hallo? Wer ist da? Mein Name ist Iso Minasse. Nasse? Von der Nasse-Familie? Ja. Ich rufe an, weil ich etwas Wichtiges mit dir besprechen will. Ich rufe an, weil ich etwas Wichtiges mit dir besprechen will. Ich rufe an, weil ich nicht so lange. Ich rufe an, weil ich meine Augen, und ich rufe an. Schleif an. Ich rufe an. Ich rufe an. Bis zum nächsten Mal. 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 Nuriyama-san. Senpai? Du bist endlich wieder aufgewacht. Das ist also alles passiert? Ja. Das war schlimm, als du zum Jomo geworden bist. Aber zum Glück ist ja niemand verletzt worden. Verstehe. Ich denke, das ist eine Auswirkung der Windstille. Deine Wunden wollen einfach nicht verheilen. Sie haben gesagt, dass du vielleicht stirbst, wenn man dich während der Windstille angreifen würde. Das hat mir ganz schön Angst gemacht. Ich probiere ja gern was Neues, aber bitte sag mir erst mal, was das ist. Das ist ein Reisomelett. Das ist ein Reisomelett. Ein Reisomelett? Ja. Ich hab Mitsuki-Senpai gefragt, was ich für dich kochen soll und sie hat mir gesagt, dass du Reisomelett magst. Und die Eier? Da sind sie. Gekocht? Ja, gekocht. Was anderes kann ich nicht. Außerdem waren es auch die allerletzten Eier, die du hattest. Die allerletzten. Wie viele hast du denn bloß benutzt? Alles alle. Was ist das denn? Das ist zur Feier deiner Genesung, Sakura. Woher kommt denn dieser Brauch? Egal wie lange ich bewusstlos war. Man öffnet nicht einfach den Kühlschrank anderer Leute und legt vor allem keinen Schweinekopf hinein. Ist ja schon gut, Senpai. Geh wieder ins Bett. Ich geh nur schnell runter zum Laden und fang nochmal von vorne an. Wieso denn? Wieso? Na, weil ich... Ist irgendwas? Nichts. Also... Du verstehst es einfach nicht, oder? Sakura! Seit wann bist du denn hier? Nachdem du umgekippt bist, Kampara-Senpai, ist Mirai keine Sekunde von deiner Seite gewichen. Sie hat dich die ganze Zeit gepflegt. Weißt du jetzt, was ich meine? Was denn? Ich glaube, er ist wirklich zu blöd, Mirai. Was sagst du denn da? Was sagst du denn da? Du musst ihm erzählen, was los ist. Was denn? Was soll ich ihm erzählen? Was macht ihr zwei dann? Mann, ist das heiß. Naja, es ist ja auch schon Sommer. Sommer? Einen wunderschönen guten Morgen, Senpai. Ist ganz schön kalt heute, was? Und Sakura? Sie hat gesagt, sie geht schon mal vor. Jetzt sind gerade Sommerferien, oder? Aber als ich eben Mitsuki-Senpai gesimst habe, hat sie gesagt, sie sei in der Schule. Du hast noch mehr hierhergestellt? So, so, so ist das nicht. Ich hab ja auch gar kein Geld, um welche zu kaufen. Oh, gerade kommt eine Nachricht von Sakura. Aha, hier steckst du also. Oh, eine Brille. Das ist ja seltsam. Mir ist, als hätte ich Akihitos Stimme gehört. Halluziniere ich etwa? Nicht zu fassen. Natürlich ist es unbestritten, dass Sonnenbrillen im Vergleich zu normalen Brillen an Wirkung deutlich verlieren. Aber wenn Mädchen im Bikini, die normalerweise keine Brillen tragen, sich welche aufsetzen... Eine ziemlich geschwätzige Halluzination. Halluzination? Akihito ist gestorben. Vor etwa zwei Wochen. Er hatte ein bemitleidenswertes, trauriges Leben. Man sagt zwar, je beliebter ein Mensch ist, desto kürzer ist auch sein Leben. Aber ich muss sagen, in Akihitos Fall trifft dieser Satz überhaupt nicht zu. Man hat ihn gehasst, gehänselt und als Plage angesehen. Und so ist er auch gestorben. Ich bin nicht tot. Du scheinst wirklich echt zu sein, Akihito. Wenn dem so ist, solltest du schnell verschwinden. Denn ich empfinde es mehr als demütigend, wenn du mich ohne zu bezahlen einfach so in einem Bikini begaffen darfst. Aber den Bikini hättest du zum Baden doch sowieso angezogen. Also echt mal... Akihito. Was ist? Lerne aus dieser Erfahrung und achte das nächste Mal besser darauf, wie du mit dir umgehst. Ich habe es nämlich echt satt, mir immer wieder Sorgen um dich zu machen. Ja. Und wo wir gerade dabei sind, den anderen Perversen da kannst du auch gleich mitnehmen. Hey, Perverser. Wer ist ein Perverser? Es hört überhaupt nicht auf zu schneien. Au. Senpai? Senpai! Warte! Bitte warte doch auf mich, Senpai! Senpai! Warte! Senpai! Die Tage werden schnell kürzer, nicht wahr? Die Sommersonnenwende ist ja auch schon lange vorbei. Wollen wir noch ein bisschen lesen? Nein. Wo bleiben denn nur Hiromi und Mitsuki? Sie sind sicher nach Hause gegangen. Nicht im Ernst. Dabei bin ich endlich wieder da nach meiner Wanderung an der Grenze zwischen Leben und Tod. Deswegen sind sie doch gegangen. Es ist ihnen sicher peinlich, dich zu sehen. Was ist denn? Äh, nichts weiter. Hast du Zeit, Kuriyama-san? Was? Ich dachte, wir gehen vielleicht etwas essen oder so. Oh, wenn du kein Geld hast, lade ich dich ein. Okay. Also, ich erinnere mich zwar an nichts mehr, aber ich denke mal, ich war dir ziemlich lästig, oder? Ich wünschte, du hättest mich das schon viel früher gefragt. Ist das ein Nein? Ja, so ist es. Vielleicht ist es ja vorbei, wenn die Sonne untergegangen ist. Was soll das denn heißen? Senpai, Senpai, wieso bist du, wieso bist du immer so nett zu mir gewesen? Hä? Ich glaube, weil wir uns ziemlich ähnlich sind, hätte ich das lieber nicht sagen sollen, Kuriyama-san. Ist das so schlimm? So, so würde ich das nicht bezeichnen. Aber du machst ein total genervtes Gesicht. Findest du das gut? Wie kommst du denn darauf? Na ja, Mitsuki-Senpai hat mir erzählt, dass du, Kanbara-Senpai, es irgendwie gut findest, wenn andere Menschen auf dir rumtrampeln. Und ich hab hart daran gearbeitet, diese Techniken zu lernen. Das kannst du dir sparen. Vergiss bitte sofort wieder, was Mitsuki dir da eingeredet hat. Niemals! Ich werde es nicht vergessen. Ich werde es nicht vergessen. Was ist das denn? Das bist du, Senpai. Hä? Das ist der Kyukai no Kanata. Die Ansammlung der verkrümmten Herzen, von denen man sagt, sie würden die Welt zerstören. Das war der Yomu, der in deinem Inneren gelebt hat. In meinem Inneren? Ich bin nur aus einem Grund in diese Stadt gekommen, um den Kyukai no Kanata zu töten. Aber es ist nicht so gelaufen, wie ich es mir vorgestellt habe. Ich konnte dich einfach nicht umbringen, Senpai. Ich wollte dich nicht umbringen. Darum... Ich hätte gehört, dass wenn ich während der Windstille die Kraft meines Blutes benutze, ich den Kyukai, der sich in deinem Inneren befand, fortjagen könnte. Und es war mein größter Wunsch, genau das zu tun. Verstehe, und was ist mit dir passiert, Kuriyama-san? Ich bin erloschen. Ja, aber... Wer ist dann die Kuriyama-san, die vor mir sitzt? Senpai, du bist noch nicht wieder aufgewacht. Hä? Das hier ist alles noch Teil deines Traums. Ein kleiner Teil von meinem Blut steckt noch in dir. Deshalb hast du diesen Traum, in dem wir miteinander reden können. Aber dieser Traum geht dem Ende zu, Senpai. Du wachst immer mehr auf. Kuriyama-san. Ich dachte, da es ein Traum ist, könnte ich es, aber... Irgendwie kriege ich es immer noch nicht hin. Mirai. Lebe wohl. Ein Traum. Mirai Kuriyama-san? Mhm. Schön, dich kennenzulernen. Ich bin Isu Minasse. Mirai Kuriyama. Die Geisterkriegerin, die rechtmäßig das verfluchte Blut geerbt hat. Gehört sie zu jenem Clan, der von vielen anderen Geisterkriegern so gehasst wird? Ja, Kuriyama-san. Ihre Waffe entsteht durch die Manipulation ihres eigenen Bluts. Sie ist unglaublich stabil und scharf. Außerdem beinhaltet sie starkes Gift, mit dem die inneren Organe des Gegners zerstört werden. Reicht es, um ihn zu töten? In der momentanen Situation nicht unbedingt. Aber ihre Chancen stehen trotzdem nicht schlecht. Heißt es nicht, das Ziel sei unverwundbar? Ja. Unverwundbar? Genauer gesagt sind seine Selbstheilungskräfte so schnell, dass man denkt, er sei unverwundbar. Ein unverwundbarer Halbjomo. So wird er von den Geisterkriegern hier in der Gegend genannt. Ein unverwundbarer Halbjomo? Pass auf, so sieht er aus. Anders als die von Jomo Besessenen ist er ein gefährliches Wesen aus einer so gut wie unmöglichen Mensch-Jomo-Verbindung. Laut meinen Nachforschungen ist sein Jomo-Anteil der Kyokai no Kanata. Mein jüngerer Bruder wurde lebensgefährlich verletzt, als er gegen ihn gekämpft hat. Er hat versucht, ihn umzubringen ohne Erfolg. Du bist die Einzige, an die ich mich wenden kann. Bitte. Das ist also der Kyokai no Kanata. Dieses Wesen muss... Der Geisterkriegerverband. Weiß er irgendetwas davon? Vermutlich. Ich werde ihm meine volle Unterstützung anbieten. Bitte entschuldige, dass du an dieser förmlichen Zusammenkunft eben teilnehmen musstest. Weißt du, dieses alte Land hat viele Traditionen und Konventionen. Bonsai? Ja. Darf ich was fragen? Was? Wo ist dieser Kyokai zur Zeit? Mach dir keine Sorgen. Der Kyokai wird ständig überwacht. Mir bleibt keine Wahl. Ich muss ihn umbringen, oder? Ich will es schnell hinter mich bringen. Kannst du das? Woher soll ich denn wissen, ob ich das kann? Hast du nicht wohin selbst... Das meine ich nicht. Ich will wissen, ob du seelisch in der Lage bist, es zu tun. Ich weiß alles über Yui Inami. Es tut mir leid. Ich weiß genau, wie abgrundtief die anderen Geisterkrieger dich verabscheuen. Ich verlange sehr viel von dir. Du musst dich wirklich nicht bei mir entschuldigen. Der Name des Halbjomo ist Akihito Kanbara. Er ist in der zweiten Oberschulklasse. Du bist... Tja, damit hast du wohl nicht gerechnet, was? Wäre es möglich, dass du dieses Schwert aus mir herausziehen könntest? Das wäre nett. Ist er wirklich so gefährlich? Wieso bist du so fixiert auf mich? Dann solltest du keine Geisterkriegerin sein. Wenn das so einfach wäre, hätte ich es schon längst gelassen. Aber... Da ist dieses verfluchte Blut, das durch meine Adern fließt. Diese Kraft ist nicht normal. Ja, genauso wie bei mir. Warum? Warum sagt er so etwas? Warum? Wie erwartet, schaffst du es nicht, ihn mit normalen Mitteln zu töten, richtig? Ja. Du solltest ihn eine Weile beobachten. Weißt du, ihn immer wieder auf gut Glück anzugreifen, wird dich kein Stück weiter bringen. Aber... Es wird garantiert so kommen, dass wie bei Hiromi der Kyukai irgendwann an die Oberfläche treten wird. In diesem Moment schlägst du zu. Ja, verstanden. Und noch etwas, Mirai. Verstehe das bitte als eine gut gemeinte Warnung. Es ist besser für dich, wenn du dich von Akihito-kun fernhältst. Ah, genau. Kuriyama-san. Äh, ja? Hast du dir mein Angebot von gestern nochmal überlegt? Weißt du, ich hab sie nämlich in unseren Literaturclub eingeladen. Probeweise. Du bist ja bisher noch in keinem Club. In der Schule gibt es noch nicht so viele Geisterkrieger. Und da du ja gerade erst hergezogen bist, dachte ich mir... Ich hab dir doch gesagt, dass ich kein Interesse hab. Warte. Hör auf, mir hinterher zu laufen. Und trotzdem, wieso bist du mir überhaupt hierher gefolgt? Weil du ein schönes Mädchen mit Brille bist. Ist er mir gefolgt. Die ganze Zeit hab ich immer nur an mich gedacht. Du hast Freunde, die für dich da sind. Deshalb dachte ich, dass ich nicht so bin wie du. Lass uns leben. Senpai. Ich muss... Leb wohl. Aber ich hab nicht das Geringste über dich oder dein Leben gewusst. Ich hatte keine Ahnung, wie hart dein Leben war oder wie schlecht es dir gegangen sein muss. Dich aufhalten! Und darum konnte ich... Ihn nicht umbringen. Ich hatte dich gewarnt. Halte Abstand zu Akihito-Ku. Dadurch, dass der Kyokai vom leeren Schatten besessen war, ist er offensichtlich schwächer geworden. Du hast die Chance, den Kyokai zu töten, absichtlich verstreichen lassen. Was denkst du? Mirai, wenn wir dem Kyokai freie Hand lassen, wird seine immense Kraft die gesamte Welt zerstören. Wenn es so weit kommt, ist es zu spät. Ja. Bis gleich. Ich musste seitdem immer daran denken. Ich hab begriffen, dass mich meine Unentschlossenheit nicht weiterbringt. Ich hab keine Wahl. Ich muss den Senpai und damit den Kyokai auslöschen. Aber... Ich will meinen Senpai einfach nicht umbringen. Ich will ihn nicht umbringen. Die Windstille kommt. Windstille? Ich habe einen Plan. Einen Plan? Ja. Zuerst belege ich Akihito Kanbara mit einem Eisbahnkreis. Und versenke seine menschlichen Anteile darin. Dann hole ich den Kyokai, der während der Windstille geschwächt ist, an die Oberfläche. Ich werde Mirai Koreyama erzählen, dass es eine Möglichkeit gibt, mit Hilfe der Windstille Akihito Kanbara zu retten, ohne ihn dabei umzubringen. Du musst ihn töten. So labil wie Mirai Koreyama zur Zeit ist, wird sie sich garantiert dafür entscheiden. Nun hat sich aber herausgestellt, dass der Geisterkriegerverband auch hinter dem Kyokai her ist. Aber ich bin mir sicher, dass wir ihn vor dem Verband erwischen werden. Ist das, was Sie mir gemailt haben, wirklich wahr? Ja. Da er ein Jomo ist, sollte er durch den Einfluss der Windstille geschwächt sein, selbst wenn er der Kyokai ist. Wenn du dein gesamtes Blut geschickt einsetzt, solltest du in der Lage sein, den Kyokai, der sich an seiner Oberfläche zeigt, zu töten, ohne Akihito Kunz Leben dabei zu gefährden. Nein. Gleichzeitig heißt es aber, dass dein gesamtes Ich vom Kyokai no Kanata eingenommen werden wird. Aber ich kann Akihito Senpai so retten, ja? Also, du hast dich bereits entschieden? Ja. Hier hast du den Aufenthaltsort von Akihito Kanbara. Er wird bald aufwachen. Wenn du ihn wirklich retten willst, solltest du dich beeilen. Kuriyama-san, Akihito Kun will, dass du lebst und nicht er. Du sollst ihn töten, damit du weiterleben kannst. Ich bin sicher, dass das sein Wunsch ist. Das mag schon sein. Und trotzdem, bist du bereit, dich für ihn zu opfern? Ja. Akihito Senpai wird bestimmt sauer auf mich sein. Wenn er erfährt, was ich getan habe, wird er sagen, dass ich nichts verstanden habe. So wie damals. Tja, das geschieht mir recht. Der Schneefall wird immer dichter und dichter. Das muss das Zentrum des Kyokai no Kanata sein. Kuriyama-san. Ich bin sicher. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Und ich bin froh, dass ich in diese Stadt gekommen bin und dich getroffen habe Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Davon ausgehend, dass die Yomu der Fleisch gewordene Groll der Menschen sind Ist dies der zu einem Klumpen gewordene menschliche Hass, nicht wahr? Ist doch sehr passend für jemanden wie mich Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Ichiru Jorokobi-Ni Kitto, kitto Kutari Mesameh-Ni-Yoh Mayoi-Nagara-Mu Kimi-Mu Mitsu-Keta-Yoh Drei Monate? Ja, so lange hast du im Koma gelegen. Das ist verdammt lange. Was hast du erwartet? Du bist ja auch nicht mehr unverwundbar. Der Kyokai, der so lange Unterschlupf in deinem Inneren gefunden hatte, ist nun endgültig abgetrennt worden. Es ist ein Wunder, dass du das überlebt hast. Das verstehe ich nicht. War ich nicht genau deswegen unverwundbar, weil ich ein Halbjungen war? Vermutlich nicht. Aber ich kann mich auch irren. Ich denke, du solltest mit deiner Mutter reden. Und was ist mit Kuriyama-san? Die gute Mirai Kuriyama ist erloschen. Sie hat all ihr Blut verwendet, nur um dich zu retten. Zusammen mit dem Kyokai verschwand sie von dieser Welt. Heißt das, sie ist tot? Ja, ich denke schon. Zumindest fällt es mir schwer, mir etwas anderes vorzustellen. Was war das für ein Geräusch? Geräusch? Also, ich hab nichts gehört. Hört doch hin! Da war's wieder! Anniki! Du, Aki, sieh mich an. Fällt dir was auf? Ganz genau, ich habe aufgehört, einen Schal zu tragen. Das heißt, meine Kälteempfindlichkeit hat ziemlich nachgelassen. Und was willst du mir jetzt damit sagen? Naja, meine Kälteempfindlichkeit stand in direktem Zusammenhang mit meinen Spezialkräften. Da mir nicht mehr so kalt ist, denke ich, dass auch meine Spezialkräfte schwinden. Irgendwas stimmt hier nicht. Das hat vielleicht auch was mit diesem Geräusch zu tun. Hier ist dein Essen. Hier ist ein Reisumlette und hier ist noch ein Reisumlette. Man muss ihm zugute halten, dass er drei Monate lang nichts gegessen hat. Und, was denkst du so als Yomo darüber? Ich meine, dass Aki diese seltsamen Geräusche im Himmel hört. Seit jeher war der Kyokai no Kanata in Kanbarakuns Inneren. Dieses fürchterliche Monster ist zwar jetzt aus seinem Körper verschwunden, trotzdem muss man die Tatsache, dass er dieses Geräusch hört, das wir nicht hören können, sehr ernst nehmen. Ich gehe davon aus, dass es irgendwas mit dem Kyokai zu tun hat. Hiromi, sag mal, weißt du, wo Isomison ist? Was willst du von ihr? Sie hat doch alles gewusst, oder? Da verschwendest du nur deine Zeit. Ich habe dir alles gesagt, was wir wissen. Sag mal, was glaubst du, wie oft ich mit meiner großen Schwester gesprochen habe, während du im Koma gelegen hast, Aki? Also, hast du Mirai Kuriamas Entscheidung, in den Tod zu gehen, unterstützt? Ich verstehe das alles nicht. Warum hast du uns nichts gesagt? Hätten wir das gewusst dann? Dann was? Was hätte es denn verändert, wenn ihr es gewusst hättet? Hättet ihr Kuriamasan aufgehalten, oder hättet ihr Mirai geholfen und Akihito-kun umgebracht? Das ist... Das waren die Optionen. Es gab nur diese zwei Möglichkeiten. Lege die Entscheidung bei euch. Wen hättet ihr umgebracht? Und deshalb habt ihr geschwiegen? Was hätten wir denn tun sollen? Hätten wir Isomi anbrüllen sollen, dass sie lieber dich als Mirai Kuriyama opfern sollen? Keine Ahnung, woher soll ich das wissen? Das reicht, hört auf, alle beide. Hier ist noch mehr Essen. Ein gratiniertes Reisumlette extra. Akihito, hast du immer noch Hunger? Ich hab das gar nicht bestellt. Nein, das war ich. Alle paar tausend Jahre taucht der Jomo namens Kyokai no Kanata im Diesseits auf. Immer dann, wenn der Groll der Menschen einen gewissen Grad an Sättigung erreicht. Man sagt, die menschliche Rasse in Angstzustände zu versetzen, sei sei naturell. Er taucht immer dann auf, wenn die Menschheit den Grund ihrer Existenz aus den Augen verloren hat und sich ihrem Groll und ihrer Rache hingibt. Normalerweise sollte auf dieser Welt kein Mensch existieren, der diesen fürchterlichen Jomo lebend in seinem Körper halten kann. Aber aus irgendeinem Grund konntest du ihn aushalten und bist so zu einem sehr gefährlichen, unverwundbaren Halbjomo geworden. Ich weiß auch nicht, wie das funktioniert hat. Wenn jemand eine Antwort kennt, dann nur deine... Mir ist egal, wer darauf eine Antwort weiß. Erzähl mir von Kuriyama-san. Ich will wissen, wieso du sie geholt hast. Der Kyokai ist ein Jomo, der nur vom Clan mit dem verfluchten Blut getötet werden konnte. Das war der einzige Grund. Aber es gab ein Problem. Mirai Kuriyama sagte, dass sie dich nicht umbringen will. Daher blieb mir nichts weiter übrig, als ihr von der Möglichkeit zu erzählen, wie sie dich retten kann. Aber dieser Plan konnte nur während der Windstille funktionieren. Glaubst du im Ernst, ich gebe mich mit dieser einfachen Erklärung zufrieden? Du hättest wissen müssen, dass ich Kuriyama-san für diese Option entscheiden würde. Natürlich. Und es steht dir frei, mich dafür zu hassen. Aber als Mitglied der Nasse-Familie habe ich die Pflicht, euch alle zu beschützen. Es gehört zu meinen Pflichten, die Welt zu beschützen. Und Mirai Kuriyama wollte auch nur jemanden beschützen. Einen Menschen, der ihr wichtiger als ihr eigenes Leben war. Sie wollte ihn beschützen, auch wenn sie selbst dafür sterben müsste. Es war ihre eigene Entscheidung. Sie wollte es so. Und dafür bin ich Mirai Kuriyama dankbar. Hätte sie diese Entscheidung nicht aus freien Stücken getroffen, würden wir beide jetzt nicht hier stehen. Noch schlimmer. Die ganze Welt wäre ausgelöscht worden. Sie hat gewusst, dass du mit ihrer Entscheidung mit Sicherheit nicht einverstanden sein würdest. Das geschieht mir recht, waren ihre Worte. Die Tage werden schnell kürzer, nicht wahr? Ich dachte, da es ein Traum ist, könnte ich es aber... Irgendwie kriege ich es immer noch nicht hin. Lebe wohl. Warum tust du mir das an? Falls du Mirai suchst, sie ist nicht wiedergekommen. Minomi-san. Wo ist Mirai? Antworte! Wo ist Mirai? Wo ist Mirai? Wo ist Mirai? Lass mich nicht einfach so... Lass mich nicht einfach so stehen. Ich weiß nicht, ob dich diese E-Mail jemals erreichen würde. Ich weiß nicht, ob dich diese E-Mail jemals erreichen würde. Ich weiß auch nicht, ob du jemals in der Lage sein wirst, diesen Text, den ich dir geschickt habe, zu lesen. Senpai, ich bin's, Mirai Kuriyama. Nachdem ich diese Nachricht an dich rausgeschickt habe, werde ich zu dir gehen. Ich werde losziehen und den Kyokai in dir töten. Ich... ich fühle mich gerade ganz seltsam. Irgendwie fühle ich mich glücklich. Als Mitglied des Clans mit dem verfluchten Blut war es nicht immer leicht für mich. Alle haben mich immer nur gehasst. Immer wieder habe ich mich gefragt, wieso ich eigentlich geboren bin. Tief in mir gab es immer einen Teil, der den Tod dabei gesehnt hat. Aber so zu denken war ein Fehler. Heute bin ich froh, dass ich geboren wurde. Die Leute sagen, dass meine Kraft verflucht sei. Aber jetzt habe ich verstanden, dass meine Kraft nicht dazu da ist, andere zu verletzen. Nein, sie ist dazu da, um die Menschheit zu retten. Es ist wirklich gut, dass ich bis heute gelebt habe und dass ich noch nicht gestorben bin. Und ich bin froh, dass ich in diese Stadt gekommen bin und dich getroffen habe. Ich bin... ich bin jetzt viel, viel glücklicher, als ich es mir je vorstellen konnte. Jetzt weiß ich auch, dass ich ganz und gar nicht verflucht bin. Senpai... Senpai, du bist jetzt in der Lage, wie ein normaler Mensch zu sterben. Das bedeutet, dass... Das bedeutet, dass du ab sofort auch wie ein normaler Mensch leben kannst. Ganz so, wie du es mir vor langer Zeit erzählt hast. Senpai? Ich finde es... Ich finde es... Die Nase-Familie war so dumm zu denken, dass sich alles in dem Augenblick klärt, in dem das verfluchte Blut verschwunden ist. Aber sie haben sich geirrt. Der Kyokai, der aus Akihito Kanbaras Körper gezogen wurde, verschmolz mit Mirai Kuriamas Blut und entging damit der endgültigen Auslöschung. Auch wenn er jetzt geschwächt ist, kämpft er weiterhin gegen Mirai Kuriyama. Und um diesen Kampf zu gewinnen, entzieht er allen Jomo dieser Welt deren Kräfte. Er absorbiert sie einfach und stärkt sich, damit er Mirai Kuriyama besiegen kann. Er hat sogar eine isolierte Dimension erschaffen. Was würde passieren, wenn diese Kraft noch weiter zunimmt? Also dann, Izumi-san. Ich hoffe, das erregt ihre Aufmerksamkeit. Ich hoffe, das erregt ihre Aufmerksamkeit. Was ist das? Was geschieht hier? Aber was... Ich... Aai! Halt fest! Was geht denn hier vor? Was soll das nur sein? Komm zum Literaturklub, PS-Winraiko Yama lebt. Senpai! Was machst du denn hier? Du musst dich doch verstecken! Ah! Senpai! Senpai, ich bin hier, um dich... ...um dich...zu beschützen. Hier! 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 Was ist das für ein Teil am Horizont? Keine Ahnung, aber ich bin mir sicher, das hat etwas mit dem Geräusch zu tun, das Aki gehört hat. Warte! Ein Yomu! Nino-san! Sieht ganz so aus, als gäbe es mal wieder was zu tun. Was ist das? Was passiert denn hier? Inami-san! Seht nur. Aki! Hiromi! Wieso seid ihr hier? Wir haben alle das hier bekommen. Seht nur! Sie hätten alle aufgesogen. Schnell! Wartet, 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 wartet! Mist, weg hier! Ein Yomu? Eine Falle? Was denn? Ich habe es gerade gesagt, weg hier! Finger weg! Der ist gefährlich! Menno! So ein Biss! Was soll das denn? Weißt du nicht, was da draußen los ist? Was kommst du mir in die Quere? Ich hatte so einen coolen Auftritt! Mann! Jetzt sehe ich dich eine Ewigkeit nicht und dann sowas! Hast du etwa diesen Brief geschrieben? Warum mischst du dich immer ein? Das tut weh! Das ist häusliche Gewalt! Genau, helft mir! Weht die 6.9! Du nennst die 1-1-0, du dumme Mutter! Aha, du nennst deine Mutter also dumm. Das ist öfter Mutter. Wer andere dumm nennt es selber dumm. Akun, bist du in einer Trotzphase? Bei so einer Mutter wäre doch jeder in einer Trotzphase! Ich unterbreche ja nur ungern euren Mutter-Sohn-Konflikt, aber... Wäre es eventuell möglich, dass du deine Mutter fragst, wieso sie uns alle hierher gebeten hat? Was? Bist du dir wirklich sicher, Kuriyama-san ist noch am Leben? Ja, ihr Feuer leuchtet noch. Bis zu diesem Moment kämpft Mirai-chan ganz alleine. Und mir ist es verboten, ihr zu helfen. Aber wenn so der Kyukai gewinnt, dann wird am Ende die ganze Welt zerstört. Darum habe ich mich entschlossen, in dieser außergewöhnlichen Situation die Regeln zu brechen. Akihito, irgendwie passen ihr Aussehen und ihre Art zu reden überhaupt nicht zusammen. Kannst du daran vielleicht was ändern? Darf ich sie treten? Wartet, genau das will sie erreichen. Ignoriert es einfach. Also wie können wir jetzt Kuriyama-san retten? Bevor ich euch das verrate, muss ich noch was sagen. An alle! Geht zu Mirai, Kuriyama nach Hause und... Lass das blöde Gequatsch und komm auf den Punkt! Ist ja schon gut, sieh doch mal nach unten. Ein Jomu-Stein? Was ist denn mit dem los? Ist das nicht der Jomu-Stein von dem getöteten, leeren Schatten? Nein, das ist nicht der Stein vom leeren Schatten. Das kann nicht sein. Doch, dieser Stein ist ein Teil von Akon. Das heißt gleichzeitig, dass er auch ein Teil des Kyukai ist. Ganz tief im Innern des Kyukai hat Mirai Kuriyama, oder besser gesagt, haben ihre starken Gefühle eine Marionette von Akihito geschaffen. Du musst alles tun, damit du sie findest. Dieser Stein sollte dir den Weg dort hinweisen. Sag mal, wieso hast du all diese Informationen? Ist doch klar, weil deine Mutter die einzigartige, ja, Yui Kanbara ist. Hm. Ich erwarte von dir, dass du mir irgendwann mal alles über meine Existenz erzählen wirst. Ah! Menno! Musst du mich so erschrecken? Ja, Yui Kanbara. Was soll denn dieser Auftritt, Iso-Mim? Und du, beeil dich gefälligst! Warte, wie stellst du dir das denn vor? Du bist nicht mehr... Unverwundbar. Ja, das weiß ich schon. Aber nichtsdestotrotz bin ich immer noch bereit, alles für schöne Mädchen mit Brillen zu tun. Weil ich pervers bin! Tut mir echt leid, aber diesmal ist es an uns, das zu regeln. Dass ich das noch erleben darf, die große Schwester gibt klein bei. Kanbara-Senkai! Mach dich bereit, sie zu treten! Ich bringe sie zurück, versprochen! Ja! 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 Ne? Das war's für mich. Koryama-san, das geschieht mir recht. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Das, was du getan hast, war unpassend. Ich weigere mich, das zu akzeptieren. Ich habe nie gesagt, dass ich ohne dich leben will. Ein Leben ohne dich macht für mich absolut keinen Sinn. Begreifst du das denn nicht? Begreifst du das denn nicht? Ich will nicht ohne dich leben. Dass ich dich ausgerechnet hier treffen würde. Ja, Yui Kanbara? Ist eine Weile her, was? Du bist auch groß geworden, Isumin. Darf ich sie treten? Was hast du vor? Und wer zum Traffel ist Akihito Kanbara? Was für eine blöde Frage. Akun ist mein Schnuffel-Puffel. Das meine ich natürlich nicht unanständig. Ich konnte mich nicht zurückhalten. Kein Problem. Ich hätte es auch getan, wärst du nicht schneller gewesen. Ich will jetzt eine Antwort von dir. Was hat das mit dem unverwundbaren Halbjumot zu bedeuten? Und was hast du vor? Dass du mich so etwas Langweiliges fragst, Isumin, kann nur heißen, dass du auch langweilig geworden bist. Du solltest doch keine langweilige Erwachsene werden. Glaubt mir, ich habe mir das nicht ausgesucht. Isumi. Hey, Isumine-san! Eine Puppe! Wie lange sollen die Kinder deiner Meinung nach denn noch warten, während du uns hier alle langweilst? Der Geisterkriegerverband ist auch schon auf dem Weg. Hirumikon, Mitsuki-chan, Akihito und Mirai-chan sind keine einfachen Jumu und Geisterkrieger, sondern etwas ganz Besonderes. Bitte kümmere dich um sie. Fortsetzung folgt! Warte! Nisan! Moment! Sollten wir uns nicht lieber erst mal darum kümmern? Das kann nicht wahr sein. Ist das Teil nicht viel zu groß für einen Jumu? Jetzt jammer nicht rum. Schon vergessen, das Teil kommt schließlich aus deinem Inneren. Da vorne ist das Zentrum. Alles, was du gerade siehst, existiert nur in seinem Inneren. Kein Wunder, dass ich in letzter Zeit so verspannte Schultern hatte. Es ist jetzt wirklich nicht die Zeit, um Witze zu reißen. Senpai, kannst du mir nicht einen Tipp geben? Was für einen Tipp? Sowas wie sein Schwachpunkt. Zum Beispiel, dass er wie du unter den Armen kitzlig ist oder sowas in der Art. Kitzlig unter seinen Armen? Welche Arme? Vielleicht gibt's ja was, was dieses Teil genauso wie du nicht mag. Alles würde weiterhelfen. Etwas, was ich nicht mag. Wie wär's mit Fischeiern? Widerliche Fischeier! Ist der jetzt sauer? Woher soll ich denn das wissen? Koyama-san! Warst du das jetzt, Senpai? Ich denke schon. Deine Hand! Wirst du jetzt etwa wieder zum Yomu? Dieser Yomu-Stein war also ein Teil des Kyokai? Ich kann nicht glauben, dass sowas in deinem Inneren war. Senpai, in deiner Hand befindet sich ein Teil der Kraft des Kyokai no Kanata. Ich weiß nicht, wie das gehen soll, aber wenn du eine gleichwertige Kraft besitzt, dann kannst du vielleicht... Es ist wohl ein Versuch wert, sich ihm mal zu nähern. Er scheint noch immer nicht genug gefressen zu haben. Es ist schon erstaunlich, was für eine Kraft der Kyokai besitzt. Oder ist Mirai Kuriamas Wille etwa so extrem stark? Letzteres mit Sicherheit. Wow, du bist ja wirklich zum Anbeißen. Aber leider bist du so gar nicht, mein Typ. Dank der harten Arbeit, die die beiden dort oben verrichten, scheinen meine Kräfte so nach und nach zurückzukehren. Um dich zu schlagen, sollte es lange reichen. Du interessierst mich nicht. Na, sie sind aber spät dran heute. Ich habe auf sie gewartet. Ich bin ganz schön stark geworden oder etwa nicht. Ich war so frei und habe den leeren Schatten von ihnen gestohlen. Jetzt bin ich endlich so richtig gut in vorn. Tut mir leid, aber ich verfolge grundsätzlich jeden Wahnsinnigen, der es wagt, meine kleine Schwester anzumachen, bis zum bitteren Ende. Drei gegen einen, ja? Nein, wir sind vier gegen einen. Aber Mitsuki. Da ich die Jüngste von uns bin, durfte ich nie mitkommen und musste immer das Haus hüten. Es wird Zeit, sich einen neuen Haussitter zu suchen. Ganz recht. Sie waren es, der mir damals diese Sense anvertraut hat. Daher trage ich auch eine Verantwortung. Interessant. Wie ich sehe, habt ihr euch ja richtig angefreundet. Oh nee, Sama! Verdammter Mist! So, jetzt sind wir endlich unter uns. Wie weit ist es noch? Wir sind fast da. So ein Glück, der Schlüssel steckt. Warte, hast du denn überhaupt einen Führerschein? Das ist doch keine öffentliche Straße. Schnell, steig auf, Koryamasa! Moment! Meno! Auf der Längstange? Da vorne ist ein Yomu. Und unter uns auch! Das ist meine Koryamasa. Was meinst du, sind wir auf dem richtigen Weg? Wenn ich das wüsste! Egal, gib Vollgas und immer geradeaus! Mach dir keine Gedanken! Es ist nicht zu spät zum Anhalten! Nein! Sie ist frei! Nein! 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 Ah! Senpai! Das ist total verkorkst. Alles, was hier existiert, ist total verkorkst. Um es genauer zu sagen, du, Senpai, bist total verkorkst. Dann bin ich also schuld. Aber wir sind trotzdem angekommen. Wir sind da. Er wird langsam ungeduldig. Redet er mit dir? Nein, das nicht. Aber ich kann es irgendwie fühlen. Ich weiß genau, dass wir es schaffen werden. Also irgendwie klingst du ganz anders als früher. Ist mir völlig egal, wie ich klinge. Aber... Ab jetzt ist Mirai Kuriyama einfach nur noch unfassend positiv! Was redest du nur für ein komisches Zeug? Meinst du etwa, der ist in der Lage zu hören, was wir hier sagen? Woher soll ich denn das schon wieder wissen? Das ist ein komisches Zeug. Ja. Kuriyama-san. Man, Aki. Jetzt ist es bald soweit. Der Kyokai wird durch Mirai Kuriyama befreit. Er schluckt die verbliebenen Yomu und wird zu einem riesigen Wirbel, bevor er die Welt zerstört. Und was machen sie jetzt, Izumi-san? Kuriyama-san! 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 Bring uns dicht um. Du machst mir Angst. Ich habe Angst. Hörte mich bitte nicht. Ich will noch weiterleben. Wieso musst du das doch überfahren? Senpai. Ich muss schon sagen, ihre kleinen Geschwister sind echt lästig. Ähnlich wie sie. Aniki, geh! Mitsuki! Überlassen wir das allein unserer Izumi-Nesama. wird alles wie immer sein und nichts wird sich ändern. Ja, du hast recht. Du kannst dich auf dein Bruderherz verlassen! Hiromi-senpai ist komisch. Nicht wahr? Warum haben sie es denn so eilig? Diesen Gesichtsausdruck, diesen Gesichtsausdruck hat auf sie zittert vor Angst und Furcht. Mühen sie sich ab, die Ruhe zu bewahren. Wollen sie versuchen, mich zu töten? Seien sie still! Haben sie so große Angst? Oder haben sie sich etwa in mich verknallt? Oder wollen sie einfach nur vermeiden, dass ihre Geschwister von ihrer Vergangenheit erfahren? Klappe! Sie haben sich einem Jumu unterworfen! Was reden sie denn da? Eigentlich sind wir doch vom gleichen Schlag. Haben wir denn nicht beide Jumu in unseren Körpern gehalten? Hast du das gewusst, kleiner Bruder? Izumi-Nesan? Vielleicht sind wir wirklich vom gleichen Schlag. Aber im Gegensatz zu ihnen habe ich mein Stolz darauf, ein Mensch zu sein, niemals aufgegeben. Deswegen werde ich nie so sein wie sie. Jetzt hören sie schon auf und erzählen sie mir nicht so einen Müll. Nesan. Was geht denn hier bloß vor? Vielleicht so etwas Ähnliches wie das, was wir im Inneren des leeren Schattens erlebt haben. Hiromi-Senpai! Yui! Kuriyama-San schließt die Augen. Was? Tu es einfach! Okay. Lass dich nicht in die Irre führen. Man sagt doch, dass die Jumu die fleischgewordenen Leiden und den Hass der Menschheit darstellen. Die Schwäche unserer Herzen hat Gestalt angenommen und zeigt sich uns. Weißt du noch, was ich dir damals gesagt habe? Dass es mir genauso geht. Ich bin bei dir, Kuriyama-San. Als wir uns getroffen haben, hat sich meine Welt verändert. Deine Vergangenheit darf nicht über dich bestimmen. Kuriyama-San. Du bist nicht mehr allein. Kuriyama-San. Du hast jetzt mich. Senpai! Öffne deine Augen. Was? Was ist das? Lass sie uns töten. Was denn? Alle auf einmal? Hast du etwa eine bessere Idee? Das war unpassend. Bis dann. Sehr gut. Eier, Kassan! Einschonf! Den beiden geht es gut. Aaaaaaah! Sensei, jetzt alle tot? Tja. Ist das nicht einfach nur schön? Ja. Wovor fürchtest du dich denn bloß so sehr? Hab bitte keine Angst. All das, was du bist, bin auch ich. All das war komplett in meinem Inneren. Auch diese dunkle Eifersucht. Auch diese Verzweiflung, niemals ein richtiger Mensch zu werden. Und dass du im Stich gelassen wurdest. Auch die Reue, dass du jemals verletzt hast. Senpai. Auch der Egoismus, das Misstrauen, der Hass, die Resignation, die Durchtriebenheit und der Selbstschutz. Ich lasse keine dieser Emotionen nach draußen. Sie gehören zu mir. Sie gehören alle zu mir. Ich hol sie mir alle wieder zurück! Nein! Ich bin und ich bleibe ein unverwundbarer Halbjungen. Senpai? 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 Könntest du bitte zu mir kommen? Entschuldige. Ich hätte da eine Bitte an dich. Eine Bitte? Ja, wenn es für dich möglich ist. Was soll ich denn tun? Also, könntest du bitte deine Hand ausstrecken? Meine Hand? Ja. Bitte, streichel mich. Ich bitte dich, mich zu streicheln. Gut so? Kuriyama-san. Und könntest du bitte jetzt noch Dankeschön sagen? Dankeschön. Das kam aber nicht von Herzen. Dankeschön. Ich bin so glücklich. So glücklich. Kuriyama-san. Ich bin so glücklich. Sowas von glücklich. Kuriyama-san. Deine Beine. Der Kyokai ist jetzt zu dir zurückgekehrt. Diese Dimension wird bald wieder zusammenbrechen. Ich denke, ich werde wohl mit ihr verschwinden. Jetzt, wo der Kyokai wieder in dein tiefstes Inneres zurückgekehrt ist, sollte ich nicht mehr in der Lage sein, zu existieren. Denn mein wahres Ich, das existiert schon lange nicht mehr. Es war mir wirklich eine große Freude, dich kennengelernt zu haben, Senpai. Hör auf! Es war so wundervoll, dass ich mich in dich verliebt habe, Senpai. Hör auf! Sag sowas nicht! Ich danke dir für alles, was du für mich getan hast. Kuriyama-san! Das darf schon nicht enden! Warte! Kuriyama-san! 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 Yeah! Ich weiß nicht, ob es schon im Voraus feststand. Oder ob es geschah, weil Kuriyama-san es beeinflusst hat. Ich für meinen Teil denke, dass sie darauf Einfluss genommen hat. Jedenfalls ist der Kyokai wieder in mein Inneres zurückgekehrt. Und die Welt hat ihren Frieden zurückerlangt. Nur 100 Yen willst du mir dafür geben? Ich geh dann mal nach draußen! Oh, einen schönen guten Morgen! Schönen guten Morgen! Pass bitte auf dich auf! Ja, da bin ich! Nicht schlafen! Sagura-chan, hallo! Die Yomu existieren weiter. Und auch die Geisterkrieger gehen wieder ihrer Arbeit nach und töten sie. Ayaka-san und Ai-chan kehrten in ihr altes Zuhause zurück. Niemand weiß, was aus Miroku Fujima geworden ist. Sein Erscheinen wurde unter den Teppich gekehrt. Und der Geisterkriegerverband erklärte, dass sein Handel nicht von ihm autorisiert war. Es gab zwar die Veränderung, dass Hiromi Isomis Platz als Kontrolleur in der Nasse-Familie einnahm, aber das hatte keinen Einfluss auf das alltägliche Leben. Nisan! Irgendwann kommt der Tag, an dem du es verstehen wirst. Es tut mir leid. Isumi Nisan, du weißt, ich habe dich immer sehr bewundert. Und mein größtes Ziel war es, genauso zu werden wie du. Aber jetzt nicht mehr. Jetzt will ich ein völlig anderer Mensch werden. Wenn man nach seinen Idealen handelt und eines Tages alles anders kommt, dann muss man diese Ideale loslassen, sonst wird sich nichts ändern. Sonst kann man nicht mal die Menschen beschützen, die einem wichtig sind. Du bist wirklich sehr stark geworden, Hiromi. Hör gut zu, Hiromi. Du wirst jetzt die nasse Familie... Ich habe verstanden! Mehr ist nicht zu sagen. Noch nicht. Mitsuki schloss sich wie früher im Clubraum ein und putzte mich runter wie eh und je. Ist es nicht komplette Zeitverschwendung, diese Bücher weiterzulesen, wenn man weiß, dass das Böse am Schluss sowieso untergehen wird? Es geht um die Geschichte, nicht um das Ende. Winter weg! Mensch, darf man sich im Winter nicht mal seine Hände wärmen? Das ist doch das Normalste von der Welt. Glaub mir, das ist es nicht! Drei Punkte! Aber... Mirai Kuriyama war nicht mehr da. Letztendlich habe ich sie für immer verloren. Meine Zukunft, die auf dem Opfer von Mirai Kuriyama beruht, hat jeden Cent verloren. Und da ich dafür die Verantwortung trage, werde ich mich auch damit abfinden müssen. Jeden Tag. Ich weiß genau, was Kuriyama-san jetzt sagen würde. Geschieht mir recht. Wie unpassend. So wie es nachts Licht gibt, so wie es tagsüber Dunkelheit gibt, wird auch die Dunkelheit nicht von der Welt verschwinden. Aber gleichzeitig wird die Welt auch nicht komplett von dieser Dunkelheit begraben. In jener unbestimmten Farbe wird auch weiterhin alles weitergehen. Alles entschieden. Und mittendrin bin ich. Hey! Entschuldige! Deine Brille! Im Ernst, ich liebe es, wenn du deine Brille trägst, Kuriyama-san! Ich hab schon immer geliebt! Das ist unpassend. Ich weiß nicht, ob es schon im Voraus feststand. Oder ob es geschah, weil Kuriyama-san es beeinflusst hat. Vielleicht ist es so gekommen, weil ich Kuriyama-sans Herz berührt habe. Auf jeden Fall haben Kuriyama-san und ich uns wieder getroffen. Solch eine Geschichte, wenn man es überhaupt eine Geschichte nennen will, könnte auch an diesem Punkt wieder enden. Aber dann wäre die Welt um so viele Geschichten ärmer. Ach ja, Kuriyama-san. Ich hab was vergessen. Möchtest du bitte diese Brille für mich aufsetzen? A Suisse! U! A Suisse! A Suisse! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ich denke, es ist gut, aber es ist ein Hörger Film. Bakaio. K... Kurei! Senpai, was das? Bakaio. Was ist das? Ist das nicht so gut? Es ist nicht so gut. Es ist nicht so gut. Es ist ein Herz. Ich weiß nicht so gut. Wie viele Leute genauer sind, wie viel ich gelernt habe. Ich finde es nicht so gut, dass es nicht so gut ist. Es gibt mir die Beziehungen. Du hast es nicht, dass ich nicht weiß. Ich habe das Video gemacht. Hier ist es noch ein VerwHlter und Morrepopplano-Tschirikon-Kan. Es ist ein VerwHlter. Ich bin zu mir. Ich bin für dich. Ich bin für dich. Ich bin für dich. Ich bin für dich, dass du wohnstest. Untertitelung des ZDF, 2020 Ich habe mich daran verletzelt. Ich bin morgen von der Kaffee, Kaffee. Ich bin morgen, um mich zu gehen. Ich bin gut, um mich zu entfernen. Ich habe mich jetzt auf die Kraft geöffnet, aber ich kann mich nicht nur aufhören. Aber ich bin da... Ich bin da... Ich kann es selbst sein. Okay. Kuljama-san, sind Sie in der Arbeit gekommen? Ich habe keine Ruhe. Ich habe keine Ruhe. Ich habe keine Ruhe. Warum? Ich möchte ein Mädchen美少女. Ich bin froh. Ich bin in der Arbeit. Ich bin nur in der Arbeit. Ich bin noch einiger. Ich bin noch einiger. Ich bin noch einiger. Ich bin noch einiger. Ich werde mich nicht überlegen. Ich will mich nicht an der Arbeit. Ich darf mich an der Arbeit. Ich bin noch einiger. Ah, das ist… Ich darf mich nicht mit einer Ratschen. Ja. Ich muss einiger. Ja. Wenn ich miche, die Schmerzen zu schrauben, dann wird das gleiche und das gleiche Aber... Es ist Ich habe mich als wenn ich mich an der Zeit, wie im Schmerzen, der Schmerzen und der Schmerzen der Schmerzen wird. Ich habe mich dann gewonnen. Ich habe mich nicht. Ich sage Ihnen, aber ich werde den Kielsen und der Kielsen mit dem Kielsen. Ah, stimmt. Kuliyama-San! Ah, ja. Ich habe es heute schon gesagt, aber ich habe einen Verlangen. Ich habe mich für einen Verlangen. Ich bin nicht in der Arbeit, aber ich habe die 학교 nicht mehr. Ich habe das hier nicht. Ich bin hier. Ich habe mich zu beurteilen. Ich bin jetzt gefährlich. Ich bin jetzt ein Leben. Nichts Puh. Geist so, und ich bin jetzt. Ich bin die Lachen. Ich bin jetzt zu beurteilen. Ich bin zu beurteilen. Ich bin jetzt aus dem Zichtlich. Ich bin zu beurteil und zu durch das Leben. Aber ich bin gerade dabei. Aber ich bin in der Berlangen. Ich bin nicht mein Mehrwert. Ich bin auch im Kamer. Ich bin der Fall. Was ist das? 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 Eichay-Sikhochai, Kansatz部, Sa-Mun-Ka. Ja, Fujima Mirok, und ich bin. Naase-Izumis. Was ist das, was ich? Es ist schwierig... Eichay-Sikhochai, in Eichay-Sikhochai. A Person im serie Zeitlafaram, wie datasets Nolan�� загradı. Eichay-Sikhochai für die Geah-Sikhi. A Person im lynch ein levelser Vorbarung und 1973 hat das Purbarung der Welchen-Kai-Sikhochai B Konize- có Sinn im parliamentar- Hawaii-Sikhochamos für keine Geah-Sikhoch-Sikhoch was. Das hat er, nicht wahr? Ich denke, dass du es richtig verletzt. Oh, wie geht es? Ja, von dem, als in der Zeit, Röhm, die Gehäi-Kai-Sie verbringten, Röhm sei, wie wir uns die Koffer haben, und man hat es haltet. Wie ist es, wenn man was, was wir? Wenn man so einfach, was das? Also, ich hätte eine Frage, was du? Was ist das? Was ist das Yohm? Es ist entscheidend, nicht wahr? Es ist nur ein Verwanderer. Ich kann mich als normaler Mensch sagen? Ich kann mich nicht sehen. Ich kann mich nur eine kleine Mädchen zu sehen. Was ist das? Oh Gott! Der Geräusch! Kuriyama! Geh! Geh! Sie sind schuldig, oder? Wenn ich aus meinem Körper rauskomme, ... Ich bin sicher ... Aber ... die Ich will nicht ... Ich bin nicht so ... Ich bin nicht ... Ich muss nicht ... schnell! Aber ... Ich bin ... ... für mich ... ... diesen ... ... ich bin ... ... noch ... ... ... ... ... So ist es... aber... Dann füge ich! Ich werde mich nicht ändern. Ich werde mich nicht verletzen, dass ich mich nicht verletzen kann. Aber... Ich habe hier schon gehört. Dann füge ich! Ich werde mich nicht mehr so gut. Ich werde mich nicht mehr so gut. Ich bin ein Fisch. So, so... Ich will... Sehpai... Ich will... Ich will... Uff! Fuff... Fuff... Sajonera! Huch! 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 Mata! Huch! Sa Gatta de! Huch! Ich weiß nicht, warum? Es ist ein Geheimnis. Es ist nicht so, was ich? Entschuldigung. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Wenn ich mich in der Schmerz des Schmerzes, wird der Schmerz des Schmerzes erwartet. Das ist ein Verzugsgerät. A. 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 Das war die Kraft. A. AYKU! A. 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 Ich kann nicht nur aufhören. Ich bin jetzt! Ich werde es verletzen! Was ist das für mich? Kannst du dich als normaler Mensch sagen? Das ist auch ich. Entschuldigung. Ich bin der Sieg. Ich bin der Sieg. Aber ich muss mich nicht mehr sagen. Ah! Grämmössam... Ah? Ah? Ah! Ah... ...僕は... ...栗山-san... Ah! Ah... Senpai... Sorry! Sorry... Sorry... Ich will das jetzt! Und wenn du so essen? Ich habe es nicht mehr aus dem Anerkennung! Es ist ein Kofferlückes Herz! Das ist doch nicht so, es ist ein Gehirn. Es gibt nur 200 Euro, was auch nicht! Ayalaka-san ist das nicht so, was es nicht so. Das ist was was, was das? Ich weiß es nicht, was du? Herr, ist es... nicht zu essen? Ja. Wo geht's? Toilet. Also. Ja? Ich kann mich als normaler Mensch sehen? Ja. Ich kann nur ein schlechtes Schmuck-Gang-Gang-Gang-Gang-Gang-Gang-Gang-Gang. Was ist das? Das war das. Ich habe keine Ahnung, dass ich die König der Königin des Königin. Aber ich... Ich habe mich nicht mehr zu töten. Ich habe mich nicht mehr zu töten. Ich habe mich gefragt, dass ich mich nicht mehr zu treffen. Oh, okay. Okay, dann. Achie, ... 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 Ich bin mir nicht mehr. Ich werde es dir. ... 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 Das ist das Gehirn. Ich glaube, es ist eine große Herausforderung. Das heißt, es ist eine große Herausforderung. Aber ich glaube, es gibt noch einen großen Herausforderung. Es gibt keine Herausforderung. Warum kannst du mir das so erzählen? Ja, ich glaube, dass die Nachse家 der Nachse家 der Garde ist. Ich glaube, dass du etwas von dir herausstattest, aber ich glaube, dass du eine Frau nicht wissen kannst. Das ist nicht so, was ich? Aber wenn du so bist, dann ist es interessant. Ah! Äh! Äh! Ollike! Oja, oja? Hö! Oja! 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 Die Mutter und die Karte sind so weit weg. Das ist ein Schiss-Kon-Mitglied. Das ist ein Schiss-Kon-Mitglied. Das ist ein Schiss-Kon-Mitglied. Was ist das? Was ist der Schiss-Kon-Mitglied? Was ist das für meine Karte? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was war der große Karte? Was ist das? Was ist denn da? Was ist das? Geh, bitte! Bitte! Geh, bitte! Warum soll ich so sagen? 泉さん 疲れてるのね どうしてここに もう少し 休んでいなさい Was ist das Bedeutung? ... Ich kann mich auch nicht sagen. Aber ich kann nicht mehr so tun. Ich bin so weit dabei. So, das ist... Ich bin... Ich bin... Ich bin... Drei Ah! Das war gut. Gehen Sie. Ich bin... 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 ... Aber wie hat er die Arkehito gebraucht? Als ich die Sitzung, AYAKA sagte, dass die Menschen, die sehr schrecklich sind. Wahrscheinlich, dass die Arkehito gebraucht ist, dass die Arkehito gebraucht wird. Das Ergebnis ist, dass die Arkehito gebraucht wurde. Ich habe mich schon wieder aufgett. Ja. Und deswegen hat der Akisto-Kun-Kun-Kun-Kun-Kun geklärt. Und dann bin ich weg. Entschuldigung. Nummer...135? 0 瞬氷83点 6 眼鏡美少女特有の何かを内包した神秘性はありつつも 4 表情は作りすぎており 4 自然さに欠ける 不愉快です 5 箱の中も見てみろ 4 片体 4 俺が世界でもレアな対応の正体とは悲しすぎるわね 4 勝手には探ししておいて 4 変態呼ばわりもどうかと思うぞ 5 ですけどこれは 6 Ich bin ein Leidiger. Was die E-Mail geschrieben hat, ist das wirklich? Ja, der Kiongm ist, dass die E-Mail von Kiong und Kiong sind die Kiong, und die Kiong sind der Kiong. Du kannst du allst und dein Körper nutzen, wenn du kannst, du kannst du nicht mehr so schäuern, dass du kannst, aber du kannst du allst du kannst, aber du kannst du kannst, du kannst du nicht mehr so schäuern. Du kannst du jetzt schon sagen, du kannst. Ja. Ja. Ja... Ich glaube, es sei zufrieden. Ich frage mich, dass ich das so tunze, und dann was ich nicht, wie immer. Aber... Es liegt zu mir! Ich bin bereit. Ich bin der Kiel. Ich bin der Kiel. Wo sind Sie? Ich bin der Kiel. Ich bin der Kiel. Ja. Hey! Masi! Masi! 異常な力を受けた! あ! Ich kann mich als normaler Mensch sehen. Ich will sie nicht. Ich will sie nicht. Ich will sie nicht. Ich will sie nicht. Kuriama-San? Kuriama-San? Ich habe nicht mit dem Geh-San. Ja. Es war schwer. Aber ich habe nie mit dem Geh-San. Soll ich... Es ist wahrscheinlich, dass die Geh-San影ion. Ich habe immer noch die Geh-San影ion. Ich habe ihn mit dem Geh-San影ion. Ich habe mich verletzt. Ich bin so ein Geh-San. Es ist ein Schlauch. Ich kann es nicht mit einem Schlauch zu verletzen. Ich habe keine Nage gefeilt, wenn ich den Schlauch nicht auswählen habe. Ich kann es nicht mit einem Geschlauch zu lösen. Ich muss das jetzt auswählen. Ich muss das auswählen, dass ich den Schlauch nicht verstehe. Ich muss das hier hin. Ich muss das hier hin. Ich muss das hier hin. Es ist das hier hin. Das ist das hier hin. N-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-da-corre? W long we gost. Saqura a fedside. Goh? This is actually zu可愛ten egalität. Eksige tierra de fren방, waren die I just halfway. Ich bleibegarten demeability. Wie? Wie, wie? Wah... Wie, was ich da? tickerie... Wahii. rear-邊 von dar-steig zu ganzademisch...? Saqura! été schönes hier? Ich bin mir, dass ich mich verletzt habe, und ich habe mich immer noch nicht verletzt. Ich habe mich noch nicht verletzt. Was? Mirai, ich bin kein Mensch. Was? 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 Naja! Was? Ein Auto? Das ist ein Gägen. Eine Angel! Eine? Dass du etwas lächer, wie ein Mensch ist. Was ist das so vieles anGlass zu lassen? Das ist etwas aber ganz, wie ein Mensch. Wenn das zu dem Handy. Dann geht es schnell und schnell aus. Ich habe mir eine Schleuchung aus dem Angriff, wie ich mich nicht. Sie haben mir eine Schleuchung aus dem Angriff. Ach, Ach... Ach, Ach... Was? Ich bin jetzt, um zu sehen, und zu sehen, deinem es zu sehen. Ich bin schon so großartig. Ich habe dieses Gefühl, wie ich... Ah... Ich bin so... Ich bin dann auch, die Brüderer mit einem anderen Auto. Hey, hentai! Was denn hentai? ... 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 Ich will also essen mit dem Essen. Ich habe Geld nicht mehr, wenn ich mich nicht mehr so mache. Ich weiß nicht, aber ich habe mich nicht mehr so viel zu tun. Ich muss noch kurz kurz sagen. Nein, ich muss noch kurz sagen. Ja, ich muss noch kurz kurz sagen. Was ist das? Was? Ich habe mich selbst mit dem Kahnbera. Ich habe die Möglichkeit, es zu viel deutlich zu empfangen. Aber das ist es noch nicht so gut. Ich habe es gut. Du hast mich nicht gesagt, was du was dabei. Ich will nicht... Ich will nicht... Ich will nicht... ... was das... Ich bin... Eh? Das ist Kana-Taz. Das Kana-Taz ist die Welt der Trenzungen der Menschen mit dem Müsl programmierten. Es war das für ein Yohm-Eich-Sprach in den Wohm. Was ist mir das? Ich bin, zu beginnt, um uns zu blockieren, gegen den Wohm-Eich-Sprach zu treten zu. Doch es war es nicht gut. five meter oder zehn malirus wurde, Ich wollte das nicht tun, ich wollte nicht. Ich wollte mich nicht. Das ist ... ... ... ... ... ... ... ... Herr Kuryama, wie ist der Kuryama? Ich habe es verloren. Also, wer ist der Kuryama? Herr Kuryama, ich habe noch nicht erwartet. Ich habe noch in meinem Leben. Ich habe nur in meinem Leben geblieben. Aber es ist jetzt vorbei. Herr Kuryama, ich habe noch nicht erwartet. Herr Kuryama? Herr Kuryama, ich habe noch nicht erwartet. Aber es ist schwierig, aber es ist schwierig. Auf Wiedersehen! Oはようございます 先輩 今日も寒いですね Der Herr. Der Herr. Der Herr. Der Herr. Wait! Wait! Wait, Herr Herr! Wait! Wait! Herr Herr. Herr Herr. Herr Herr. Herr Herr. Der Herr Herr. Herr Herr. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Die Hände! Die Hände! Oh my God! Is it your personal center? Is this mail coming to the sister? Is it not available? Is this email the sister who has read this text? I do not think so... ...my current one. I'm Kuriya Matsuri! I'm going to go to the sister's place! Ich bin sehr glücklich. Ich bin sehr glücklich, dass ich mich sehr glücklich bin. Ich habe mich immer noch nicht so verletzelt. Ich habe immer noch nicht so verletzelt. Ich wollte mich immer wieder auf die Welt sein, und wollte ich mich nicht mehr so sagen. Aber das ist ein Verrückter. Ich habe mich sehr verletzelt. Ich wusste, dass ich mich nicht mehr so fühle, dass ich mich nicht mehr so fühle. Oh mein Gott, das ist glücklich. Ich habe keinen повینen, sondern entspricht. Herr... 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 Herr, heute bin ich wieder einfach umge Hani! So... dass ich hier, vor dem ich einfach leben will. Herr... Herr... also würde ich realisieren... Herr... Herr... dass du sofort an, jemals in der Zeit kam... dass ich ihn... Herr... Herr... ich... Ich bin nicht sicher, dass ich mich nicht verstehe, dass ich mich nicht verstehe, dass ich mich nicht verstehe. ... 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 Was ist das denn? Was ist das denn? Inami! Look! Acki! Hiromi! Sie sind hier? Was ist das hier? Es ist hier! Sie sind in der Nähe. Gehen! Hä?! Wuh?! 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 Wuh? Wuh?! Wuh?! Wuh? Wuh! Wuh! Entonces etwas es! Was ist das?! Wuh?! Ich bin klick! Ja! Wasqué? Ich habe meinen Schemot! Ich habe meine SchmotARD! Soll ich dir... Ich dachte, dass du schon schon lange gekommen bist? Das ist das Kind noch? meine ich mache! Wer ? Was? Ich bin der Frau. Das ist wirklich! Wir leben, das ist wirklich, Kuleyama. Ja. Wir leben, ja. Mirai-chan ist jetzt noch einmal zusammenge bowlert. Ich bin wirklich nicht mehr als das mimialte, aber wenn man eben die Welt und die Welt schreibern willst, Ich bin damit sehr klein, wie ich für die Dauer. Was soll ich Ihnen für die Guriya? Das ist vor allem, ich muss mir etwas Frage stellen. Ich bin auf die Guriya, Mirai, ich bin auf die Guriya! Soll ich dir, lass die Guriya sein! Ich bin es dafür. Ich bin es für dich. Ich bin es für mich. Ich bin mir die Guriya. Der Kamm? Was ist das? Was? Ja, das ist das Einstich. Das ist das Einstich. Das ist das Einstich. Das ist das Einstich. Ich weiß nicht, was ich weiß, was ich weiß, was ich weiß. Die Mutter ist der Kahn-Bara-Yayoi. Ich werde mich auch darüber sprechen. Ah! Du bist so surprised! Kahn-Bara-Yayoi! Du bist so驚ig! Komm schon! Warte! Wie machen Sie? Du bist schon... Du bist nicht... klar... Ich wollte, dass Du es frente auf den Bericht utelvercheidestelle. ligtchten Frauen! Das chỉ so einfach... Ich hatte einen tollen Mann-Corps- vitat. Fortsetzung mit Ihnen. Sieht nicht! Kahn-Bara-Yayen, du kannst! Wir Legoam-Bara-Yay! größer du пос他是 wilde gebracht! Hey! Achtung auf jeden Fall An alsciller des Tra海 Anselm auf jeden Fall Geräusche Anselm auf jeden Fall Weiteraue Unfalle Jebos Ich habe mich nicht verletzt, dass ich mich nicht verletzt habe. Kuliyama-san... ...様を見ろ... ...Semperi... ...どうして... ...どうして来たんですか? ...Semperiが来たら... ...何の意味もなくなっちゃうじゃないですか! ...私が何のために! UGUS! ...生きてくださいだ... ...Semperiは普通の人間になってくださいだ... ...誰がそんなこと望んだ! ...誰が! ...いつ頼んだんだよ! ...不愉快です! ...最高に不愉快です! 不愉快なのは僕の方だ! ...とにかくそんなの認めない! ...栗山さんの犠牲の上に成り立つ人生なんて... ...未来なんて... ...何の意味もない... ...そんなことも分からないのか? ...そんなことも分かってなかったのかよ... ...たく、あれがヨームなんてデタラメすぎるだろ! ...知りませんよ! ...嫌いなものとかないんですか? ...何でもいいんです! ...嫌いなものか... ...子持ち死者も... ...子持ち死者もー! ...あ、怒ったのかな? ...死にませんよ! ...来てよ! ...栗山さん! ...今の先輩が... ...たぶん... ...もしかして、その手、ヨーム化して... ...あのヨーム石が... ...教会の彼方... ...先輩の一部だったなんて... ...先輩、教会の彼方の力の一部が... ...その手に宿ってるんです! ...方法は分かりません... ...でも、対等の力を先輩が持っているなら... ...近づいてみる価値は、ありそうだな... ...前にヨームがいるんです! ...何も! ...さすが栗山さん! ...で、このまま進めばいいの? ...そんなの知りません! ...でも、アクセル全開で! ...なぜなら、もう止まっても、間に合いませんから! ...ектオ あっい。 嘘だろーっっ!! Siempfer! Uar! Der.. der Tramen zugehört. Wir müssen hier die Situation sein. Aber ich glaube, Siempfer sein, als bei der Tramen. Ich bin! Aber ich habe mich schon aufgeriert. Hier? Ich habe mich auch aufgerichtet. Ich weiß nicht. Aber ich bin so aufgerichtet. Ich werde mich nicht aufgerichtet. Ich habe mich nicht aufgerichtet. Ich weiß nicht, was ich... Aber... Der Zukunft ist jetzt nicht so positiv! Hau! Kuriama-san! Geh! Ausg thankfully ... Attaltare ... buch ... Chutatere ... ... ... ... ... ... ... ... Das war's für heute. Ich bin er für mich dabei am Portuch. Ich bin mein eigenes Gefühl, dass ich das Gefühl habe, dass ich deine Körper etwas davon fühle. Ich bin mir meinlles Gefühl, dass ich mich selbst fühle, zu tun. Ich bin demokratisch. Ich bin der Kupf, da war ich aufgewachsen. Ich habe mich ausgesprochen. Ich bin nicht nur ein Mann. ... 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 … ... ... ... ... ... Was ist das? Ich werde das. Was ist das alles? Hast du andere? Ich bin froh. Was ist das? Was ist das? Ich spiel. Das ist das. Ich bin froh. Ich habe den Sender. Ich bin froh. Hör! Hör! Zien! Zuin! Ach! Hör! Machin! Hör! ... Zémbel ... Talos Tama? Hör! Okay? Ah! Ah! Es ist eine Art, was du erschrocken. Ah! 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 Der Todesglo ist doch... Ich werde nicht von einem Menschen, der ich in zwölf zu sein! Ich habe mich nicht verloren, und der mich verletzten, dass ich mich in den Trenn habe! Ich bin... Ich bin... Ich bin... Zwei... Ich werde alles aussehen und nicht aussehen! Das ist alles... Ich bin... Ich bin... Ich bin... Ich bin... Ich bin... Ich bin... Herr... 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 Herr.... Herr, können Sie hier kommen? Sorry... Herr... Herr... Ich habe meine dir... Aber... Halt. Warte? Na... Tę o... Daste kudasai... Tę? Halt. 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 Oh, Kuleonso. Ich bin dankbar. Zu dem Thema Kulomo. Ich bin nicht dankbar. Ich bin dankbar. Ich bin 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 ein Tag nicht in der Zeit. Ich bin nicht mehr so ein Ich bin ein Tag noch nicht mehr so ein Ich bin ein Tag, bis man es ist Ich bin ein Tag nicht mehr Ich bin, Sieg nachdem! Ich bin nicht dran, Sieg nachdem. Ich habe das zu sagen. Ich bin für dich... Herr Kuryama, das war ein Verrückter! Ich bin für dich! Herr Kuryama, das ist eine Verrückterung! Herr Kuryama, das ist eine Verrückterung! Sieg nachdem ich die Verrückterung habe! Ich bin einig, das ist einig, das ist einig, das ist einig. Gehtske Yosia Oma Tase Netele Oh, Dakura-chan Yohmuは相変わらず存在し Eka-Eschiはいつもの通りにそれを倒して生活を続け AYAKAさんとAYちゃんも元の家に戻った FUJIMA MIROKUの行方は知れず Nasekeでは泉さんに代わり Hiroumiが統括としてその座に就くという変化はあったが 特に生活に変わりはなく Aさん Aさん あなたにもいずれわかる時が来る ごめんなさい Ми月は相変わらず物質にこもり 僕を罵倒している 結局 最後は悪が滅びるのが分かっているのに読み進めるのは 全く時間の無駄じゃない それが娯楽というものだろう やめい 冬は手を温める季節だろう Was? Das ist nicht so. Ich bin mit dem Tassen. Aber ich bin nicht mit dem Kuliyama. In dem Ende, ich bin mein Geist. Ich bin mit dem Kuliyama-Mirai in der Erde. Ich bin mit dem Kuliyama-Mirai in einem Kuliyama-Mirai. Ich bin mit dem Kuliyama-Mirai. Jetzt bin ich, so ich bin mir die Kuliyama-Mirai. Ich bin jetzt, Kuliyama-Mirai-Mirai, »The Man見ろ!« »…« »…fuegai des…« »…僕は… »…君が…« »… »…夜にだって光があるように… »…昼にだって闇があるように… »…世界から闇が消えることはない… »…同時に世界が闇で埋め尽くされることもない »…そんな曖昧な色の中で »…これからも全てが進み決められていく… »…その中で…僕は… «…ああ… Es tut mir das ... Das ... Der ... Ich liebe das ... Ich liebe dich! Ich bin einig, dass ich mich so gewinnen und ich bin, dass ich mich so gewinnen und ich bin, dass ich mich so gewinnen und ich bin. Ich bin der Fall, dass ich und Kuriyama-Mirai wieder aufgeschlagen habe. Wenn ich diese beiden, die in der Zeit nur noch einmal mit der Beziehung endet, dann wird das ganze Geschichte nicht sein. Ah, so ist es, Kuriyama-Mirai. Ich bin ein Geist. Ich bin ein Geist. Ich muss mich diese Beziehung einsetzen. Die Bistung ist wie, wenn ich diese Beziehung habe. Der Werenker wird verletzt, sich in den Umgang herumschlossen. Du Hattest ein Du Traum auf den, Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Das war schon seit ein paar Monaten. Die Welt ist in mir zurückgegangen. Die Welt ist immer wieder zurückgegangen. Und sie sind auch wieder zurückgegangen. Das war er. Das war's für mich. Ich bin schon da. Ich bin schon da. Ich bin schon da. Wenn ich mich nicht mehr bewegen kann, Herr Kuchner. Wenn ich mich nicht mehr bewegen kann, Herr Kuchner. Herr Kuchner, Herr Kuchner, wie kann ich mich liebeste? Und so? Aber was ... em ... 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 Was ist das Grund, dass sich die letzten Kind der Körbete bei der Kirchen-Kirchen zu gebrauchen? Ich weiß, dass es nicht wahr ist. Das ist egal, dass der Körbete des Körbete der Kirchen-Kirchen in der Kirchen-Kirchen hat. Aber das ist, dass das Körbete bei der Kirchen-Kirchen-Kirchen war. Und ich habe noch nie mit uns verletzten, aber auch, dass ich mit mir verletzten. Es ist nicht so, dass ich mich nicht verletzten. Ach, dass ich mich nicht verletzten habe. Das ist nicht so, Kuriya. Es ist nicht so, dass ich mich nicht verletzten. Ich bin nicht so, dass ich mich nicht verletzten. Ich habe mich nicht mehr vergessen. Ich habe auch viele Leute gewusst. Ich habe mich auch immer noch so gesehen. Aber ich habe mich nicht vergessen, dass es ähnlich ist. Das ist? Das ist ... Was? 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 Worst du re soldier? Was? Ich bin wirklich Products genial von müssen. Ich kann mit diesem Ort vorlayer Liquid und brightness und dafür dauerrehen... Rasch are you? Rasch! Säkura-chan! Warum bin ich hier? Ja? Säkura-chan... Mirai... Tennis ist gut. Ich... Ich bin sehr glücklich, aber... Ich bin ein bisschen... Na, dann gehen wir los! 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 Na, dann Na... Dahti emissions! Na, dann gehen wir los! Möglich ist das Ingles! Ja! Ich habe es geschafft. Ich habe es geschafft. Alles klar bin ich hier. Dann haben wir alle gute Antworten. Ich habe mich hier. Du bist, woher ich dort? Ich habe meine Tennis. Ich bin ein bisschen wissen. Ich bin ein Trainer. Ich bin ein Trainer. Ich bin ein Trainer. Ich bin ein Trainer, erst als ich. Dann bin ich in der Knie. Also ... Wir haben nicht ... Sie sind auch nicht alles. Also ... starsch sind absolut! Warum? Das ist aber nicht da, was ich? Ja, ich denke, ich finde es halt so etwas... Ich möchte das mal verraten... Wann wirklich? Wann? Das ist Kampara-Kampara-Kampai-Kampai nicht! Das ist, ich bin... Ich bin... Ich bin... Wann? Ich bin schon gesagt, Kampara-Kirchita, weil ich nur den durchsingren von変態... Wann... Das ist auch wenn du nicht verraten! Ich bin ein bisschen nicht mit einem Kamm-Scheid. Ich bin ein bisschen mit einem Kamm-Scheid. Ich bin ein bisschen mit einem Kamm-Scheid. Was ist das? Ich bin ein bisschen zu weit entfernt. Aber ich habe mich über die Zeit, das war der erste Mal. Das war der erste Mal. Ich bin ein bisschen zu sagen. Aber ich bin ein bisschen zu sagen. Mirai! 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 なんか頭がぽーっとします これが恋 違う なぜあの時あの人はあそこにいたのか なぜあんなに悲しそうな顔をしたのか そのしばらくあと先輩に聞いてみても さあね忘れたよ もういいかな 先輩はそう言ってそれからずっと私を避けて そこか またか ええい返しが何人かやられたそうよ まだ近いか どうやら探す手間が省けたわね 狙われてるみたいよ あたしたち あたしたち さあやかに高く買ってもらわないと うっ 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 なっ 空間ごと切り裂いているというのに ない うっ 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 ほんとに ん うっ うっ Es ist alles, was es ist egal. Ich habe fünfmalen aus der ersten Mal. Ich habe keine Kugge auszutauschen, aber was das eigentlich ist das? W-w-w-w! Ich bin wieder. Nino-Auto, ich gebe dir vor. Sie sind nicht so sehr. Was haben Sie, was ich hier im Blitz zu tun? Es gibt einen kleinen 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 Kind. Ich lenne doch einfach... Ich bin ein kleiner Mann mit goingkontag. Ich bin ein kleiner Freund von klein. Ein kleiner Freund? Absolutely... Ich bin ein kleiner Freund als in der ersten Kind. Ich weiß nicht ganz zu erdogan. Liebe dich. Stay tuned... Ja. Hinami! Was ist das? Was ist das? Sieg! Hier! Hinami! Hinami! Hör! 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 Wer ist das? Hör! 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 Einander, du bist du? Hör! 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 Se、先輩! A、ありがとうございます! Ah... ...こっちが本陣か? Ah! Inamiさん! ...心配するな... ...気を失っているだけだ... ...なぜか? ...早い! ... 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 hmm utaまたま最初に会ったのがキヒトだから 何か運命を感じるのかもしれないけど すみませんありがとう ございました ニライ待って Ich habe das Gefühl, dass sie die Schmutz des ZDF-Lersen ist. Sie können die Schmutz des ZDF-Lersen geben. Was ist das? Die Schmutz des ZDF-Lersen ist nicht so verletzend. Ich habe das Gefühl, dass sie nicht so verletzend sind. Ich habe das Gefühl, dass sie nicht so verletzend werden. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht! Wenn ich mich wissen, dann bitte, bitte. Ich weiß nicht, warum ich mich so gut verstehe? Ich weiß nicht, warum ich mich so gut verstehe? Ich weiß nicht, was ich... ... Kdo? Das war auch sehr gut. Wie ist das denn? Ich habe es so gut, dass ich mich für die Verlangen habe. Ich habe noch eine Verlangenheit. Aber... ... dass ich mich für die Verlangen habe in der Verlangenen? Ich habe das Gefühl, dass ich mich für die Verlangen habe. Ich habe es schnell. Was ist das? ... Das ist, dass ich mich für die Dinge übernehmen. Das ist, dass ich mich für die Gegenwart auf die Körlge-Amerin gehöre. Also, dass ich mich für die Körlge-Amerin in die Körlge-Amerin selbst verwendet habe. Das ist ja eigentlich... Wenn ich so einfach auf meine Körlge will, würde ich nur die Wahrheit erzählen. Aber sie haben mich für mich für die Körlge-Amerin gegeben. Ich würde es nicht sagen, dass du in der Körlge der Körlge-Amerin so sein. Und... ... dass du wirklich so machen, dass du diese Versuchstuhl endest? Ist das wirklich gut? Achso, was ich tun? Hast du etwas falsch gesagt? Nein, nur die Leute sind verrückt. Was ist das? Ah, nein. Nur... Ich habe es jetzt schon wieder aufschraubt. Ich habe es geschafft. Ich werde einen Amerikaner für Sie. Wie ist das? Es ist eigentlich nicht verändert. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 … … ... ... ... ... ... ... ... Ich arme Kleid aber auch dazu. Viechtenswert dazu. Seinpai, haben Sie mit meiner Vorstellung anders gemacht? Wie ist es so? Ich weiß es nicht... Nein, ich habe es so zuschauen und mir so ein Hals gekochtes. Ich glaube, ich habe mich sehr überrascht. Ich habe mich schon überrascht, aber... Ich weiß schon, Herr, ich weiß schon, was ich? Ich habe mich mit dem Kaffee-Sin-Packen gehabt. Ich habe mich mit dem Kaffee-Sin-Packen gehabt. Ich habe mich mit dem Kaffee-Sin-Packen gehabt. Das war's für mich. Aber wenn du dich wie heute verletzt hast, dann... Ich... Kuliyama ist... Kuliyama ist der wichtigste Person von meinem Leben. Ich bin der wichtigste Person von meinem Leben. Ich bin der Zeit, dass ich mit uns zusammengekommen bin. Ich bin der zwei. Ich bin der Allgemeine. Ich bin der Allgemeine. Aber... Ich bin der Zeit, dass ich mich sehr schwer für mich, Ich bin... Kuliyama ist... Ich möchte mich nicht mehr für mich. 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 Ich werde mich nicht mehr für mich selbst machen. Man muss mich einfach für mich selbst machen, und ich bin der Grund, nicht? Nö... Das war's für heute. Das ist ein Grund, was ich nicht mehr so zu sein. Bitte, bitte, bitte. Was ist das? Ich bin jemanden? Ich bin jemanden? Wenn ich mich zu meinem Kollegen auskomme, dann kann ich mich nicht mehr verletzen. Das ist nicht so! Ich will dich nicht glücklich sein. Ich will dich glücklich sein. Glück? Ich bin glücklich? Ich bin glücklich? Ich will mich nicht wissen, was ich nicht so? Ich will mich nicht so? Ich bin glücklich? Was ist das denn? Was ist das? Omaeが背負う宿命を 止めろ! Ah! Ah! 逃げろ! 栗山さん! 栗山さん! Se、先輩! 早く! 逃げろ! で、でも… こんなに… チコ… チコ… はっ… えずみ… さん… 呪われた血よ… 教えてやる お前が何者か… 何を… なすべきか… やめろ! うっ! 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 Ich bin der Schmack, die ich vorgelegt habe. Ich bin der Schmack-Kunner. Der Schmack-Kunner ist mir nicht vorhergeschlagen. Ich bin der Schmack-Kunner. Der Schmack-Kunner... Ich bin der Schmack-Kunner. Ich bin der Schmack-Kunner. Du, Akiyo, nachdenkommst du. Hiromi Hiromi Rizumineya 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 No, that's all you can't run away. Rizumineya 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 Gehe da? Nein. Gehe da. Gehe da. Gehe da. Meha da. Eu vou falar um novo Italia. Sim, No. Erta ele? Droga! 치ja agora! Na? Hm? Hiromi, wie ist es? Ich denke, dass es ein Verständnis ist. Das ist ein Verständnis. Ich denke, dass es nicht so ist. Aber... Ich habe das Gefühl, dass ich mich nicht so gut fühle, wenn ich mich nicht so gut fühle, dass ich mich nicht so gut fühle, dass ich mich nicht so gut fühle. Hier ist... Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020